Das Kind hat doch noch niemals gesündigt. Ja, aber die Eltern vielleicht, die haben schwarze Magie gemacht und so. Kann sein, kann sein, Bruder, was ist los? Die Eltern haben schwarze Magie gemacht. Die Leute haben einen Durchzug, ehrlich, das ist Wahnsinn. Vielleicht kommt das auf deinen Sohn zurück. Vielleicht der Vater kommt im Paradies. Ja, aber ich dachte, eine lasttragende Seele trägt nicht die Last einer anderen. Heißt das nicht so im Islam? Hä? Warum sollte man dann auch das Kind bestrafen? Junge, das Kind, man, guck mal, ich sag, Junge, ihr habt jetzt, was übertreibt ihr, chillt mal. Der kommt jetzt in die Hölle, Mann. Ich glaub nicht, dass jetzt Gott sagt, guck mal. Habib, Habib, wer möchte denn die Hölle mit Menschen füllen, Habib? Schaitan. Schaitan, sehr gut, dann ist dein Gott Allah, Schaitan. Suche 11, 119. Allah sagt, ich will die Hölle mit Menschen füllen. Du hast gerade deinen Gott so Teufel erklärt. Sehr gut. Sehr gut. Komm, hol das Lassau raus. Komm, wir füllen heute die Hölle. Du musst nur die Muslime reden lassen. Die erklären ihren eigenen Gott zum Teufel. Hey, du hast mich manipuliert. Du hast mich manipuliert. Du hast mich aus dem aufrichtigen Herzen gesprochen, Mann. Ich hab den gestern Kieferstraße gesehen, hier in Düsseldorf. Der labert scheiße, Mann. Der chillt noch mit Ali Hartmann. In der Kieferstraße. Ich muss dir noch etwas beibringen. Das Heftige ist, wenn du zum Beispiel unter Begierde leidest und deine Hoden gerade am platzen sind, so sagen die Gelehrten, dass du ein Loch in eine Wassermelone reinhauen darfst und dich da dran bereichern kannst. Besser als wenn Menschen... Aber ey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte. Menschen kaufen, Menschen kaufen Wassermelonen zum Essen und ihr haut ein Loch da rein, um damit zu lümmeln. Ey, man muss nicht mit Wassermelonen, man kann auch andere Sachen nehmen, aber besser einfach zu. Man kann nicht nur mit Wassermelonen, man kann auch mit anderen Dingen. Ja, sehr gut. Vielleicht auch ein Apfelkuchen oder so. Geht auch. Asstabullah. Asstabullah, genau. Asstabullah. Das ist so unglaublich. Weißt du, dass eigentlich die Muslimer sich einen abgeschnittenen Tier-Pi-NAS einführen darf? Was? Ja! Junge, das ist übertrieben. Wala, das ist... Imam al-Nawawi sagt das. Imam al-Nawawi sagt das. Sie muss sich danach nur waschen. Wenn sie das getan hat, muss sie sich waschen. Zikaran maktuan heißt das. Abgeschnittene Tier-Pi-NAS. Von einem Esel. Das ist ein Sahih Muslim. Buch der Menstruation, Hadith 525. Und dazu den Kommentar von Imam al-Nawawi lesen. Dann kriegst du Schock. Da willst du mir jetzt sagen, die haben sich damit... Ach, Bruder, das ist schon krank, ja? Ich sag dir, der Islam ist das ja! Es gibt Gruppierungen, ja? Das ist der Hammer, ey! Bruder, es gibt Gruppierungen. Es gibt kranke Menschen, Bruder. Ja, aber ist Imam al-Nawawi ein kranker Mensch, oder was? Oder ist Imam Muslim ein kranker Mensch? Also, ich schalte mich da ein... Erstmal, ich hab gegen kranke Menschen gar nichts zu... Auch wenn er krank ist, möge Allah den heilen. Ja, aber was, wenn der dann auf einmal solche komischen Sachen sagt? Das ist ja Wahnsinn! Ich sag dir, ich würde irgendjemandem sowas zu mir sagen, ich würd denen schon einen scheppern. Ja, heftig, dann würdest du deinen eigenen Propheten einen scheppern. Sehr gut. Also, ich find das sehr, sehr ordentlich, dass du bist. Genau, aber nein, aber wenn der zum Beispiel jetzt sagt, schneid vom Esel dein Ding ab und... Wawaw, Bruder, das geht nicht. Ja, aber was denn, das ist doch bei euch im Islam, ist das so angeordnet, dass die Muslima, die, wenn sie das macht, sich danach waschen muss. Zekaran Maktouan heißt das. Abgeschnittene Tier-PINIS. Verdammt, das ist doch krank, Mann, ja? Ja, ich sag ja, der Islam, wenn die Muslime das nur wissen würden, was sich da drin befindet im Islam. Die würden alle reihenweise den Islam verlassen. Was ist das für eine Sekte, Mann? Abgeschnittene Tier-PINIS! Aber, ey, vielleicht, ja, okay, kann man nicht gut reden. Kann man nicht... Welche Glaubensgemeinschaft redet über so einen Dreck, Mann? Hast du schon mal irgendeinen Juden oder Christen, die über sowas oder Hinduisten oder Buddhisten über sowas reden hören? Ich hör das ja auch zum ersten Mal, ich kann das nicht glauben gerade, Mann. Ja. Merk dir das. Sahi Muslim, Buch der Menstruation, Hallis 525. Und dazu den Kommentar von Imama Nawawi. Und der ist sehr, sehr lang, der ist ungefähr so lang, der Kommentar. Alles lesen und dann kriegst du Schock. Nein, Bro, guck mal, jetzt. Boah, ich krieg voll Shitstorm. Deut' den. Ich? Habib, Habib. Habib, ich lache mit ihm. Ich lache niemanden aus. Weißt du, was mir letztes Mal passiert ist? Auf mich wurde schwarze Magie gemacht. Und ich hab mir Sachen eingebildet. Ich hab mir vorgestellt, mit meiner Frau zu schlafen, obwohl ich in Wahrheit das niemals getan habe. Was hältst du von mir? Das war bestimmt der ABK, musst du aufpassen. Was? Das war bestimmt der ABK, musst du aufpassen. Das war ABK, war das? Guck mal hier, bei mir sagen die, dass du nicht Muslim bist. Also guck mal, ich sag mal, das ist meine Sache. Stell dir mal vor, ich lebe in Illusionen und du müsstest mir folgen. Würdest du mir folgen, wenn ich mir Sachen einbilde, die in Wahrheit niemals passiert sind? Wenn ich auch Drogen wäre, ja. Ja, genau. Man muss also auf Drogen sein, um Mohammed zu folgen, richtig? Ihm ist das doch passiert. Ich, oder ich fick mich gerade so selber, dicker, mein Gott. Ey, du bist echt stark, Bruder, mit dir kann man nicht reden, Bruder, und dass man auf Scheiße haut. Ey, Ex-Muslim, ich sag dir trotzdem, Bruder, du wirst wieder zurückkommen, Bruder, in dein Glauben. 100% dein Glauben. 100% Das ist eine Religion zurück, die mir Gott als Juhefner verkauft, der mit 72 Jungfrauen im Himmelreich auf mich am Warten ist. Bäche voll mit Alkohol und Honig trinken und mit Milch. Ich glaube nicht an so einen Unsinn. Gott ist heilig. Und wenn wir in seine Heiligkeit einkehren, so erfährst du die Wunderschönheit des Gottes. Und nicht diesen Dreck, den der Allah uns da verspricht. Diese Hudelein. Der letzte Müll ist das. Und dafür gehen die Muslime sogar noch Nackentherapie verpassen für sowas. Was denkt du denn, was erwartet uns im Paradies? Die Glückseligkeit mit Gott im Einklang zu leben und nicht in alle Ewigkeiten Jungfernhäuschen zu zerbomben. Es sagt ja, ich glaube auch nicht daran, dass man überhaupt im Paradies Lust auf sowas hat. Also ich glaube nicht, dass man im Paradies dann noch denkt an sowas. Du kannst also selber nicht an sowas glauben. Das ist ja Wahnsinn. Der Allah geht sogar noch weiter und sagt durch dein Propheten Mohammed, dass ihr SX haben werdet mit zwei eurer Schwestern gleichzeitig. Danke dir noch nicht. Ist das so Fass denn? Mit zwei deiner Schwestern wirst du gleichzeitig im Himmelreich in Gender SX machen. Mit Cousine hätte ich nichts dagegen, aber Schwester ist wirklich schon zu viel, Bruder. Mit Cousine hat er nichts dagegen, aber mit Schwester ist schon zu viel. Deine Cousine ist doch fast wie deine Schwester. Was siehst du von deinem Blut, Mann? Kommt auf die Grades an. So dritte, vierte Grades kann man machen. Wo weißt du, dass da behinderte Kinder rauskommen können? Wusste Allah das nicht? Wer sagt denn jetzt Kinder machen? Wer redet von Kinder machen, Bruder? Das darf, Bruder. Einfach Sinner begehen. Gucken, wie weiter geht. Was soll ich dir sagen? Einfach Sinner begehen. Das ist so heftig, gell. Das ist so heftig, gell. Aber würdest du an sowas, aber dein Prophet hatte gesagt, dass du an sowas glauben musst. Dass die Glaubenslehre bei euch im Islam. Es kann sein, dass da Frauen auf mich warten. Ist doch schön, da habe ich da ein paar Frauen, mit denen ich da chillen kann. Weißt du, was ich meine? Den ich auch vertragen kann. Weißt du nicht, dass das der Teufel ist, der dich da lockt mit solchen weltlichen Begierden, mit deinen fleischlichen Begierden? Und sagt, komm in mein Himmelreich. Ich gebe dir alles da oben, was du willst. Du kannst sogar kleine Kinder auseinandernehmen. Suche 52, Vers 24. Glaub mir, der Teufel, der ist noch korrekt. Ich kenne schlimmere Menschen als den Teufel, Bruder. Ich schwör's dir. Der Teufel, der ist noch korrekt, Bruder. Der Teufel ist noch korrekt im Gegensatz zu Allah. Ja, da hast du recht. Der Teufel kann noch sehr viel lernen von Allah, genau. Guck mal, lass mal Sparring machen, Mann. Na, auf mit deinem Lass. Du sollst deine Ewigkeit nicht verpassen mit Jesus Christus. Weil wenn du ohne Jesus in den Tod gehst, wird es eine Reise ohne Rückkehr. Du kommst nicht zurück, um Buße zu tun. Ohne, 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 Jesus ist doch mein Ach, ey. Jesus, mein Ach, Jesus ist doch selber Moslem, Bruder. Jesus ist Moslem? Na klar. Also du willst mir sagen, dass Jesus Christus Mutter-Ehe praktiziert hat, den PIN erst von drei Kindern geküsst hat, ein kleines Kind von sechs Jahren geheiratet, mit neun Jahren sie entjuckt, ne? Und sich den Bauch von Männern küssen lässt, unzählige Kriege geführt hat, Nackentherapie gemacht hat, Schutzgeld erpresst hat, Frauenferge, eine SEX-Sklavin anhatte. Das, sagst du das, mein Herr? Das ist eine Schande, Mann. So radikal. Du bist der radikalste Christ, den ich kenne, ne? Bruder, du bist der Pia Vogel. Das wär doch was. Warum immer dieses Kämpfen? Ich versteh das nicht. Warum immer kämpfen? Warum muss das immer physischer Kampf sein? Bruder, war immer leider. War eigentlich immer so, ja? Aber ist ja sportlich. Der eine sagt so, Bismillah. Der eine so, Vater, so ein heimliches Geist. Ey, 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 hör auf, so den Herz zu lästern, Mann. Ah, magst du nicht, ne? Wenn man über deinen Herzen redet, oder was? Ja, aber ich mach dich nicht dafür ein. Ich beleidige dich nicht, so wie die Muslime das machen. Die Muslime wollen ja direkt einen umbringen, richtig? Ich weiß nicht, aber Pia Vogel, ich glaub, der wird dich weghauen, ja. Das könnte sein, ja. Das ist ja nicht schlimm. Ey, ist das, dass du aus Düsseldorf kamst? Nein. Oberbüch, lass grüßen, Bruder. Jetzt halt, ich bin raus, ja. Ach, dir Gedanken für deine Ewigkeit, mein Lieber. Lass dich zu, dass du ohne Jesus Christus in den Tod gehst. Was bist dein Landsmann? Ich bin türkischer Grieche. Wie? Ich bin türkischer Grieche. Türke und Grieche? Auf Bata Trakia, Mann. Westtürker, ja. Ah, okay. Ich hoffe und bete für dich, dass du dich ein bisschen mit dem Evangelium auseinandersetzt, und Jesus Christus kennenlernst. Amen. Alles Gute. Mach's gut. Ciao. Das war heftig. Ich kann das auch nicht akzeptieren, sagt er. Das ist ja ein Wahnsinn, ne? Ja, die können das nicht ertragen. Ja, das ist das Heftige. Die können das nicht ertragen. Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ich höre dich. Ja, Gott segne dich schon an der Familie. Ja, dankeschön. Die auch. Guck mal, was sollen diese Bleidigungen mit Teufel lernen von Allah und alles? Warum bleidigst du? Er sagt es doch selber. Gibt es dir deine Religion auch vor, andere Religionen zu bleidigen? Das ist keine Beleidigung, das steht im Koran. Natürlich, du bleidigst doch damit. Nein, das steht im Koran. Ja, das ist der Teufel von Allah lernt. Das steht im Koran, du Lügner. Ja. Ja, ja, du kleiner Lügner. Wirklich? Soll ich das sein? Ja, jetzt kommst du angeblich mit irgendwelchen Versen, die es nicht mal gibt und verarschst irgendwelche dummen Leute, gell? Ja, aber du bist doch jetzt der Schlampe. Du bist doch jetzt der Schlau und bist hier drin und du willst das ja nachprüfen. Ja, ich brauchst das gar nicht nachzuprüfen, dass du hier bleidigst und unseren Gott bleidigst. Ja, aber ich will das nicht. Aber du willst mich doch ertappeln. Ich glaube, du träumst nachts von Muslimen. Kann das sein? Ja, doch, doch. Du träumst nachts von Muslimen. Wie ich 72 und Frauen... Mit Frauen und Biss und das und Lügen die ganze Zeit, ja? Ja, mit 72 und 72 Frauen. Davon freue ich mich immer, genau. Macht's dir Spaß? Glaubst du, deine Eltern sind froh darüber, was du hier machst? Mein Lieber, möchtest du herausfinden, ob das wirklich stimmt, was ich sage oder willst du hier rumtreuen? Mich fahrts ab, dass du bleidigst. Guck mal, hab deine Religion... Mach's gut, mein Lieber. Ich denke, du bist ein bisschen Kamellorienfetischist. Ich bin hier und wollte dir einfach nur ein Zeugnis erzählen, wenn ich das darf. Ja, klar, gerne. Ich kenne einen Iraner, der wohnt hier bei uns in der Gegend. Das ist sein Zeugnis, was er mir erzählt hat. Also, das war ein Mann, der hat, glaube ich, auch im iranischen Geheimdienst gearbeitet. War Ausbilder für Selbstmordattentäter, laut seinem Bericht, ne? Also, das ist, was er gesagt hat. Der ist gestorben, der lag über zwei Stunden tot da und dann hat er seine Geschichte erzählt, wie er gestorben ist. Er sagt, er ist gestorben und ist dann in die Hölle gegangen. Das sind seine Worte, nicht meine. Also, wirklich. Und dann sagt er, er war in der Hölle und er hat die ganze Zeit nach Ali geschrien, nach Mohammed geschrien. Ali, Mohammed, ich möchte keinen hier beleidigen oder so, ne? Das sind seine Worte. Auf jeden Fall hat er gesagt, dann hat er gesehen, Mohammed und Ali schmoren selber in der Hölle. Und da hat er ihnen das gesagt, er hat gesagt, also Leute, das sind seine Worte. Ihr habt mich reingelegt. Da haben die gesagt, wir wussten es selber nicht. Und in diesem Moment hat er gesagt, hat sich in der Hölle die Hölle aufgetan. Jesus kam runter vom Hebel und hat ihm einen Schluck Wein gegeben, ein Iraner. Dieser Iraner hat diesen Wein getrunken und ist auferstanden wieder vom Toten, nach zwei Stunden tot. Ich glaube, länger sogar. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange er tot war. Und der hat, Jeschua, also Jesus hat zu ihm gesagt, du sollst meine Gemeinde weiterführen. Und er führt hier seine Gemeinde in unserer Gegend wieder weiter. Und er ist nach Israel gegangen, hat Buße getan und folgt dem Herrn von ganzem Herzen. Und ich möchte auch an alle Muslime hier, die hier drin sind, sagen, es ist eine informative Sache hier, was ich allerdings so ein bisschen bemängele, lieber Bruder Amir, dass du nicht über die Leute auslachen sollst. Es ist gut, dass du sie informierst, definitiv. Ich finde es toll, wie du das machst. Versuch dich mal ein bisschen zu zügeln, weil der Geist Gottes spricht teilweise durch dich. Und die Leute wissen das auch. Zügel dich mal ein bisschen, dass das nicht so arrogant rüberkommt. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich hoffe, ich beleidige dich damit nicht. Nein, das stimmt. Aber manchmal ist das lustig. Ich kann nicht anders. Ich weiß, aber das ist das ja. Also Selbstbeherrschung ist eine Grabe des Heiligen Geistes. Das ist ja nicht perfekt. Wir sind ja nicht perfekt. Wir sind immer noch Menschen. Niemand ist perfekt. Das stimmt, Bruder. Also ich kenne den Mann persönlich. Und er ist nicht der Einzige, wo ich viele, also ich könnte hier ganz, ganz viele Zeugnisse erzählen. Und es ist halt so, dass wenn da nichts dran wäre, würde dieser Mann das doch nicht erzählen. Wenn da nichts dran wäre, die Leute... Hat er sein Zeugnis mal öffentlich gemacht, oder was? Ja. Er hat das öffentlich gemacht, ja. Ich habe ihn ja persönlich hier kennengelernt. Ganz toller Mensch. Ja, wo hat er denn sein Zeugnis? Genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Aber der ist da... Ich glaube, in Bremen hat er eine Gemeinde. Genau weiß ich das auch nicht. Ich habe ihn einmal nur bei uns besucht zu uns und da habe ich schon mit ihm geredet. Also ganz toller Mensch, ganz lieber Kerl und er ist absolut glaubwürdig. Absolut. Also die haben mehrfach versucht, ihn umzubringen. Ich glaube, das hat er mir erzählt, aber irgendwie hat er gesagt, wenn der Herr will, dass ich sterbe, dann wird er mich selber nehmen, hat er gesagt. Also wie gesagt, man kann hier die Leute einfach nur informieren, das, was man machen kann, ist gut. Was man nicht machen kann, nicht auslachen. Das ist nicht gut. Ja, okay. Gott segne dich, war's gut. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Bis dann, tschüss. Ich darf's noch Wart abblicken, du geile Sau. Bitte. Was denn? Hallo Bruder, mir Frieden sei mit dir erstmal. Auch mit dir, Mann. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Ja, ähm, ich bin jetzt auch so neu dazugestoßen, äh, ich bin halt ein bisschen verwirrt gerade, weil mittlerweile gibt's so viele, äh, Glaubensrichtungen, äh, also halt Katholismus, äh, Evangelium und so. Ich weiß nicht, wo ich mich jetzt einordnen soll. Äh, an sich, die Message ist gekommen, sag ich mal, irgendwo angekommen. Nur, ich bin jetzt ein bisschen auf dem Stellgleis, sag ich mal, sag ich mal, wie kann ich jetzt praktizierender, sag ich mal, gläubiger Christ werden? Wie soll ich das angehen? Wie du praktizierender, also muss ich da irgendwie, also jetzt die Gebete einhalten, wie oft, und, äh, also... Ist ja keine Religion oder Zwang oder was. Okay, also mit dem Herzen. Genau, du glaubst, du musst erstmal Buße tun, hast du Buße getan. Das mach ich fast jeden Tag, abends vor dem Bett gehen. Ja, aber gab's, gab's einen Moment in deinem Leben, wo du einmal richtig Reue gezeigt hast vor dem Herrn und ihn angenommen hast als sein Herrn und Heiland? Ja, es gab wirklich mal eine Phase in meinem Leben, da hab ich schon stundenlang geheult, also, wirklich, also, das hat mir ein bisschen das Herz geöffnet, sozusagen, ein bisschen, in dem Sinne. Ja, also hast du dann zum Herrn Jesus Christus gebetet und ihn angenommen als sein Herrn und Heiland? Hast du deine Schuld vor ihm bereut? Ja, ich meine sogar, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, aber ich habe auch nachts eine Vision gehabt, also, beziehungsweise, ich, ich weiß, ob es der Herr gewesen ist, aber ich, habe Stimmen gehört. Du hast Stimmen gehört? Ja, aber ich bin, also, halt, dass ich den richtigen Weg gehen soll, aber es, ich weiß nicht, es ist, es war kompliziert, es war wirklich, es war eine Traumgeschichte. Ja, das war die Angst, in der ich mich befand. Ich wusste nicht, wo, 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 wo mich der Weg hingeführt hat, aber, als ich aufgestanden bin, habe ich mich neu geboren gefühlt, also, wirklich wie ein neuer Mensch. Ja, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass du erstmal Buße tust, also, Buße getan hast und den Herrn Jesus Christus. Das sind meine Sünden, dass sie weniger werden, im Prinzip, oder? Ja, du wirst einen anderen Bezug zur Sünde bekommen, du wirst aber weiterhin sündigen, das ist ja das Problem. Aber wie komme ich von der Sünde weg, also, wie kann ich komplett wegkommen von der Sünde, dass ich da einfach sündenlos bleibe? Du kannst niemals sündlos werden, das ist ja Quatsch. Der Herr Jesus Christus ist der Einzige, der sündlos ist. Du bist in diesem sündigen Fleisch gefahren. Aber wie kommen wir da raus am Ende des Tages? Also, wie kommen wir da jetzt zu, sag ich mal, zu dem Punkt, an dem wir sagen können, dass wir akzeptiert werden vom Herrn? Du wirst immer von dem Herrn Jesus Christus akzeptiert, du musst nur zu ihm kommen, deine Schuld vor ihm bereuen und von neuem geboren werden. Aber das heißt ja nicht, dass du auf einmal sündlos bist, das ist ja Quatsch. Ja, aber trägt er alle meine Sünden, oder was jetzt? Alle deine Sünden, alle! Du kannst gar nicht selber bezahlen! Alter Schwede! Alter Schwede! Aber jetzt müsste ich da auf jeden Fall, also, kann ich dann sozusagen, auch egal wie viele Sünden ich habe, bin ich da immer noch im Segen vom Herrn, also bin ich da drunter? Ich kann nichts von Jesus Christus trennen. Und wenn du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist, so wird dich das Blut des Herrn Jesus Christus bedecken vor dem Zorn des Vaters. Also, habe ich da die Garantie ins Paradies zu kommen? Ist das eine Garantie? Wenn du von neuem geboren bist, ja. Okay, aber kann ich mich nicht auch täuschen, dass ich irgendwie, dann doch irgendwie noch in Zöllnfeiern gerate oder so, oder bin ich da wirklich 100% befreit? Nein, der Jesus Christus, hast du die Bibel bei dir? Äh, boah, jetzt nicht hier, aber digital, auf dem Handy. Ja, okay, oh, achso, du musst aber wieder raus, ne? Ja, ich kann jetzt, ja, deswegen. Aber preise den Herrn, echt, also, das sind wieder Informationen. Lies einfach mal Johannes Kapitel 10, von 1 bis Vers 30. Also, ich sag dir ehrlich, in meinem Leben ist mir viel widerfahren. Ich habe sehr viele schlimme Sachen erlebt. Man hat gelitten, sag ich mal, irgendwo auch. Sehr, sehr krass gelitten im Leben. Und man hat nie immer, diese innere Ruhe hat einen gefehlt, habe ich gemerkt. Das ist immer, man war immer auf Hektik. Man wusste nicht, wohin hat mich da, wohin soll es gehen am Ende des Tages. Und seitdem ich jetzt da angekommen bin, sag ich mal, wo ich jetzt bin, ist so eine innere Ruhe ingekehrt, in mich. Als würde es mich so übermalen, sag ich mal, ein bisschen. Also, man ist wirklich, man ist wirklich im Reinen. Also, nicht im Reinen, in dem Sinn, dass man sündenlos ist, wie du gesagt hast, aber man bewegt sich, sag ich mal, in die richtige Richtung. Ja. Gibt es noch vielleicht Tipps, die du geben kannst? Das Erste, was ich dir sowieso rate, ist, erstmal Ruhe tun, aufrichtig von neuem Geboren werden und die Bibel jeden Tag lesen. Du musst Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus haben. Aber müssen wir auch nicht Gemeinschaft mit unseren Brüdern und Schwestern pflegen? Ja, natürlich, das kommt auch noch dazu, natürlich. Aber erstmal in erster Linie mit dem Herrn Jesus Christus eine innige Beziehung aufbauen. Und das ist mit dem Wort Gottes jeden Tag, in dem Wort Gottes jeden Tag lesen, damit der Heilige Geist in dir auch gestärkt wird. Ja, das ist, also, kann man das vielleicht auch nicht irgendwie verbessern, dass ich da draußen durch die Gegend gehe und vielleicht, sag ich mal, das Wort des lieben Herrn verteile, verbreite? Wäre das ja auch eine Möglichkeit? Natürlich kannst du das machen, das gehört alles dazu. Wir haben bei uns ganz viele Geschwister in der Innenstadt, die haben mal so ein Schild. Jesus rettet. Ja. Was hältst du von diesen Menschen? Sind das auch so vertrauenswürdige Brüder, Geschwister? Ja, ich kenne diese, ich kenne die Leute nicht, man muss sie prüfen. In Dortmund gibt's so eine, die, aber die kann kein Deutsch, das ist das Problem. Ich wollte mich mit ihr unterhalten. Aber die kann wirklich, also bei der, wie gesagt, die hat nur das Schild immer oben und sagt halt dieselben Worte, aber ich, ich hab, ich sehe halt in ihr den, sag ich mal, den Frieden auch irgendwo. Also man merkt, der, der, der Frau ist wichtig. Ja. Ja, vielleicht kann mein Bruder dir noch ein, zwei Worte mitgeben. Leser, ja, danke schön. Leser. Man hört ihn nicht. Hört ihn jemand? Leser, mein Bruder. Ah, der ist rausgegangen. Der war raus. Schade, schade. Ja, ich hab auch wirklich, also, es gab auch, ich hab einen Kollegen, der ist leider Buddhist, ne, also der glaubt um mehrere Götter und so. Ich hab die versucht, sag ich mal, irgendwo auf die richtige Bahn zu bringen, aber der kam mit seinen 10.000 Göttern. An und hat mir da über Shiva und sowas erzählt, also wirklich, also ich weiß nicht, wie ich da, wie soll ich da kommentieren? Ja, ich weiß nicht. Ja, hörst du mich? Hallo, ihr Lieben. Ups. Aber leiser, was ist das da? Nein, das ist von den Kollegen. Ich hab, das ist nicht von mir. Ach so. Ja, also, ich hab dir gerade mal zugehört und der gute Mann hier, der versteht einige Sachen falsch und er könnte halt auf den schiefen Bahn geraten, weil er eben aufgrund seiner eigenen Werke gerettet werden will. Ja, da hat man eine große Tendenz da in seinen Ausführungen gehört, wie er versucht, durch Nichtsündigen sich zu retten. Ja. Und das geht eben nicht, ja. Ja, also, 2. Timotheus 1, 9, sagt der Apostel Paulus, er hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Geruf, nicht aufgrund unserer Werke, ja, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes, sondern Gnade, die uns dem Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Das heißt also, die Errettung ist nicht von dir abhängig, sondern die Errettung geschieht ausschließlich durch Gott. Gott rettet dich, nicht du selbst. Ja, also, ich selber meine Söhne betragen, das bin ich bei, sag ich mal, in dem Sinne. Ja, also, egal, wie viel ich jetzt mache, also, klar, man soll natürlich aufpassen, aber egal, halt, wie viel es am Ende ist. Ja, du denkst, weißt du, weißt du, was das Problem ist, du denkst, wenn du jetzt so diese ganzen Sachen machst, dass du Gott mehr gefällst. Nein. So gefällt es Gott, wie du es musst, das auch so geht. Genau, durch die Wiedergeburt, durch den Glauben an Jesus Christus wirst du errettet, nicht aufgrund deiner Werke. Ja, jetzt für den buddhistischen Bruder, ich habe den ja versucht zu, sag ich mal, irgendwo da in die richtige Bahn zu lenken, aber es war eine ganz schwere Geschichte, also den da zu, sag ich mal, irgendwo auf die Bahn zu bringen, ich weiß nicht, wie ich da argumentieren soll. Ja, wie gesagt, dieses Buddhismus-Ding, das ist für mich auch eine ganz neue, sag ich mal, Welt. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Ich habe versucht, da ein bisschen einzureden, also halt die Liebe vom Herrn Jesu, aber das hat alles nicht irgendwo... Ja, im Buddhismus, erstmal musst du verstehen, dass der Buddhismus eine Philosophie ist und kein Glaubensweg. Ja, es ist eine Philosophie, wie du eben dich selber sozusagen rettest, indem du nicht mehr wiedergeboren wirst hier auf der Erde. Der Buddhist denkt oder glaubt, dass wenn er hier auf der Erde zum Beispiel gute Taten gemacht hat oder schlechte Taten, Karma und Dharma nennt sich das, dass er irgendwann wiedergeboren wird und nach seinen schlechten Taten wird er zum Beispiel ein Schwein werden im nächsten Leben. Das hat er ja auch gesagt, er meinte, er will als Löwe wiedergeboren werden. Ja, genau. Ja, als edle Gestalt sozusagen. Ja, genau. Und durch Meditation... Er wird aber als Katze geboren. Ja, oder eine Bakterie, eine Bakterie oder Virus im Schleim, wenn jemand hustet zum Beispiel. Ja, das ist auch ein Leben. Da bist du auf einmal so ein Bakterie, was so rausgekotzt wirst, so, ne, auf dem Boden. Ja, genau. Ja, das glaubt eben ein... Und das ist totaler... Also man will jetzt nicht den Buddhismus beleidigen, aber es ist schon ein bisschen verrückt. Ja, genau. Und der Buddhist wird dann durch seine eigenen Taten jedes Mal sich dann sozusagen vor dem Wiedergebot schützen, so, dass er durch Meditation und rechten Weg so weit kommt, dass er nicht mehr wiedergeboren wird hier auf der Erde, sondern ins Nirvana übergeht und sich selber auslöscht, sodass er nicht mehr da ist. Also weg. Ach du Scheiße, aber Meditation... Das ist das Problem von Buddhismus und Hinduisten. Die wollen, dass sie sozusagen ausgelöscht sein, nicht mehr existieren in der Ewigkeit. Schrank ist das. Also ich hab ja, aber eigentlich so, Meditation ist ja eigentlich sozusagen eine Praktik, die Ungläubige praktizieren, oder nicht? An sich. Ja, weil du ja so auf dich selbst... Ja, das ist, musst du dir vorstellen, alle Wege um den Herrn Jesus Christus sind von Satan erschaffen, um dich abzulenken, ja. Ja, durch Meditation, durch Religionen, anderweitig, hatte Satan ja die Menschen so beschäftigt, dass sie mit unnützen Dingen beschäftigt sind, die sie nicht erretten. Und nachdem... Und nachdem das Shiva aussieht wie ein Teufel, also jetzt sind damit alles nicht mehr... Ja, genau. Kali zum Beispiel, ja, diese Blutdämonen da mit diesen Abköpfen davon, was er so rumtanzt mit diesen Köpfen. Das sind alles so Darstellungen von Dämonen, Satan und so weiter, ja. Aber die verstehen... Also man kann schon sagen, in Indien war der Satan schon mal höchstpersönlich unterwegs gewesen. Hat da seine... Ja, ja. Ja, natürlich. Deswegen, also auf der ganzen Welt, ob du jetzt von den Azteken und Mayas von ganz weit nach, also Amerika bis nach ganz Osten, da siehst du, dass in den vergangenen Kulturen, in den heidnischen Kulturen eben Menschenopfer dargebracht wurden. Ob das die Aztekien waren, ganz weit, also nach links, USA, Amerika oder eben nach ganz weit rechts, bis nach Osten hin, bis nach Indien, die auch solche Fäkali, die die Göttin da Menschenopfer dargebracht haben. Das sind Menschenopfer, wo das von Satan den Menschen beigebracht, damit sie eben diese böse Taten machen sollen. Ja, aber eins habe ich ja nicht verstanden bei den, sag ich mal, bei der Gruppe, sag ich mal, von Menschen. Warum die immer, sag ich mal, die Kühe zum Beispiel. Warum ist das bei dem wirklich so eine Art Heiligtum? Ja, weil die Kuh, die Kuh ist ja so, dass sie Milch gibt. Und deswegen sagen die, ja, das ist wie eine Mutter, die ihren Kindern Milch gibt. Und deswegen soll man... Also sozusagen eine zweite Mutterrolle. Ja, genau, genau, so sehen die das, ne? Das ist ja krank, das ist ja krank. Ja, das ist ja mal so ein bisschen falsche... Ja, falsche Erlösungswege, die der Satan eben auf die Welt gebracht hat, damit er die Menschen ablenkt von dem Wahren. Weil, klar, wenn er dich in die Hölle sehen will, dann lenkt er sich ab von deiner Errettungsweg und gibt dir verschiedene Ablenkungen, damit du eben nach dem Tod... Solange es bei denen nur die Kuh ist und nicht der Esel oder so, ne? Man weiß es ja auch irgendwann, wenn du nicht, also, das ist ja auch, ja... Ja, genau, was passiert denn, wenn ein Buddhist oder ein Hindu stirbt und denkt, dass er dann danach wiedergeboren wird in eine Kuh oder in einem Menschen? Ja, nach dem Tod, auf einmal steht der Buddhist so im Totenreich und in dem Feuer, in dem Feuergefängnis und denkt, wie, wo bin ich hier gelandet, was ist das denn jetzt? Ich dachte, ich werde jetzt Schwein werden und dann noch mal Mensch und noch mal Affe und Arabismus und so weiter. Also, die waren wirklich so ganz... Ja, und die Dämonen tanzen dann um das Gefängnis herum und sagen, ja, jetzt haben wir dich genutzt. Es gibt keine Wiedergeburt. Wer weiß jetzt, wie wir in den ganzen Zoos haben, ey, wenn das so stimmen würde. Ja, genau, das sind ehemalige Buddhisten zum Beispiel, ja, oder Hinduisten, die eben da in den Zoos zum Beispiel jetzt wiedergeboren sind und dann kann man die dann betrachten, na, in verschiedenen Formen. Das eine ist eine Giraffe, das andere ist, weiß ich nicht, Nilfährt. Ja, genau. Unglaublich, also, das ist schon... Also, wie gesagt, wenn der Buddhist sehr viel gegessen hat, glaubt man, das ist schon verrückt. Wenn der Buddhist oder Hindu eben sehr viel gegessen hat in seinem Leben, großen Bauch, hatte da wird der halt ein Nilfährt, so ein dicker Nilfährt, ne, später. Ah, okay, aber dann müssen die ja im Prinzip ja viel Sport machen. Ja, wenn die Sport machen, dann werden die so ein heftiger Gepard, der 120 kmh rennt. So ein skulöser, schlanker Gepard, ne, wenn die viel Sport gemacht haben, ne. Hast du das jetzt verstanden, was mein Bruder dir gesagt hat? Ja, auf jeden Fall, also wirklich, ähm, am Ende des Tages sollte man sich nicht auf sich selbst konzentrieren, nicht das bewundern oder sich angucken, was man selber macht, sondern... Auf Jesus Christus schauen. Genau, auf ihn schauen und sich selber, sag ich mal, nicht wirklich im Mittelpunkt stehen sehen, sag ich mal, sich selber angucken, ne, im Prinzip. Wirklich dann, ne, ganz stumpf den Glauben ausleben und nach den Geboten leben, ne, im Prinzip. Ja, genau. Aber das, äh, das entbehrt dich nicht von der, von der Verantwortung eben nicht zu sündigen. Das heißt, auch wenn du errettet bist, aufgrund, dass der Herr Jesus mit seinem kostbaren Blut, mit seinem Tod bezahlt hat für deinen Sünden, da kannst du nicht hingehen und einfach drauf lossündigen, ja. Du hast eine Verantwortung. Und klar, du bist errettet, du bist errettet, aber du musst versuchen, trotzdem dich immer weiter fortschreitend zu reinigen, reinzuhalten. Wenn du in einer Sünde steckst, musst du versuchen, von der Sünde wegzukommen. Reinige ich mich im Prinzip auch dadurch, weil ich zum Beispiel die Bibel auswendig lerne. Ist das auch eine Art von Reinigung im Prinzip? Nein, ich rede jetzt von den Schlechten, von den Sünden. Sag mal, du bist jetzt wiedergeboren, du kommst zum Herrn Jesus Christus, der Herr, er vergibt dir alle Sünden, du bist wiedergeboren, du bist errettet. Ja, aber du bist zum Beispiel ein Autohändler, der die ganze Zeit Kilometer zurückdreht. Ah, die ganzen Araber, das kennen wir doch. Ja, genau. Ja, die libanesischen Autohändler und so. Die drehen dann die ganze Zeit diese Kilometer zurück. So, was machst du jetzt als wiedergeborener Christ? Drehst du weiter die Kilometer zurück oder was machst du jetzt? Ja, wir drehen nicht die Sünden zurück. Wir lassen es so wie das. Aber du musst die Sünde sein lassen. Wenn du vorher, vor dem Herr Jesus Christus, die Kilometer zurückgedreht hast, bei den Autos betrogen hast, nach deiner Wiedergeburt zeigt der Heilige Geist in deinem ganzen Leben deine ganzen Sünden, wo du noch drin steckst. Und dann musst du Schritt für Schritt diese Sünden ablegen. Langsam. Wie gehe ich, also muss ich für diese Sünden im Leben danach Büße tun, indem ich sozusagen dafür nochmal bestraft werde? Oder ist das wirklich so, die Sünden werden entzogen aus mir selber heraus? Die auf der Erde müssen bestraft werden vom Herrn. Also, der Herr entsendet mich ins Paradies. Das Paradies ist dir sicher durch das Werk des Herrn Jesus Christus am Kreuz. Du hast das Leben sicher in der Hand. Krass. Durch deine Sünden kannst du das nicht verlieren, dein ewiges Leben. Nur hier auf der Erde kann der Herr Jesus dich bestrafen, wenn du trotzdem, obwohl du wiedergeboren bist und heilig bist, trotzdem sündigst. Aber wie ist das, wenn ich jetzt, sage ich mal, ich habe ein fettes Haus, eine fette Karre, ist das auch eine Art von Prahlerei, die man dann sozusagen initiiert, obwohl das gar nicht, sage ich mal, im Kopf. Nein, dein Besitz ist dein Besitz. Nein, dein Besitz ist dein Besitz. Natürlich kannst du hingehen und sagen, okay, jetzt bin ich wiedergeboren, ich brauche eigentlich, ich bin ja abgestorben, dieser Geld und Prahl und so weiter. Jesus, der hat doch zum Beispiel die ganze Zeit, sage ich mal, von dem Nötigsten gelebt. Der hat das Brot gegessen, Wasser getrunken. Ist das nicht etwas, was wir auch anstreben sollten? Also vom Brot und Wasser nehmen? Ja, aber das wirst du nicht schaffen. Glaube ich nicht, selbst Apostel Paulus, der so gelaufen ist wie kein anderer Christ, trotzdem hat er auch mal gearbeitet. Ja, aber der hat mit seinem Arbeitsgeld eben andere Christen unterstützt. Aber ist das Geld, was wir zur Zeit ausgeben, ist das nicht auch für uns Sünde, weil es durch Zinsen und alles generiert wird? Ist das nicht irgendwie auch... Nein, das Geldsystem, in einem Mammon, sagt der Herr Jesus, ja, es ist ein ungerechtes System, aber du sollst trotzdem mit diesem ungerechtes System vernünftig arbeiten, ja? Das heißt, das Geld an sich ist erstmal neutral. Ob du das Geld nimmst, um armen Leuten zu helfen oder das Geld nimmst, um dir ein fettes Haus zu kaufen, ja, das Geld an sich ist neutral. Du kannst damit Gutes tun oder eben ergrüßt dich... Die Frage habe ich jetzt speziell gestellt, weil ich muss jetzt wirklich Buße legen. Ich übe einen Job bei der Bank aus, ich verkaufe Kredite und ich habe wirklich damit sehr, sehr zu kämpfen gehabt. Nein, das ist islamisches Gedankengut, das musst du aus deinem Kopf rein. Ach so, das ist vom Islam dann? Ja, 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 egal was du im Job tust, ob du jetzt im Bankenwesen tätig bist oder nicht, das Geld an sich ist neutral. Okay, das Geld, muss ich sagen, hat nicht so den Einfluss sozusagen auf das, was ich bin am Ende des Tages. Aber du kannst das Geld nehmen, etwas Böses damit anstellen oder du kannst das Geld nehmen und etwas Vernünftiges damit anstellen. Aber ich gebe ja, also im Prinzip ist das ja so, ich gebe ja sozusagen einer Person einen Kredit zum Beispiel. Diese Person zahlt ja mehr Geld im Prinzip, als sie genommen hat, weil sie ja einen Zins zahlt. Das ist überhaupt kein Problem. Die ganzen Firmen hier, die viele Menschen beschäftigen, die haben mit Kredit angefangen. Und haben sich dann aufgebaut und jetzt geben die 100.000 Menschen Arbeit. Aber wir haben doch auf der Welt mehr, sag ich mal, Geldschulden wegen, sag ich mal, Banken, als wir jährliche Sachleistungen erzeugen. Ja trotzdem, einige Leute gehen mit diesem Geldsystem vernünftig um. Zum Beispiel Firmen, die nehmen Geld von der Bank und geben das auch zurück und haben eine gute Firma aufgebaut und die Firma ist erfolgreich. Darum wiederum, andere nehmen das Geld von der Bank mit Zinsen und schaffen es nicht oder machen Blödsinn und gehen pleite. Ja, das ist für mich ein sehr, sehr tiefgründiges Thema. Aber du musst dich von diesem islamischen Gedankengut, man darf keine Zinsen und das musst du alles wegschmeißen. Das ist aus deinem vergangenen Leben. Wenn du zum Herrn Jesus kommst und wiedergeboren wirst, dann muss das alles gelöscht sein. Diese ganze islamische Gedankengut und so weiter muss alles gelöscht sein. Du musst wie ein neues Baby mit einem neuen Gehirn, was noch nichts weiß, wie so ein Schwamm, das Wasser aufzieht. Ich wurde ja schon im Prinzip getauft. Also ich war jetzt da in der evangelischen Kirche drin gewesen. Ja. Die haben mich da auch, sag ich mal, irgendwo da eingetauft und dann habe ich sozusagen auch da diese, wie heißt das, mit dem Wasser, was man da getrunken hat. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr ganz im Kopf, bin ja auch nochmal neu im Thema. Ja, sag ich mal, einen Schluck getrunken und sozusagen dann noch dieses, wie hieß das nochmal, so ein Essen, dieses ründliche. Ach so, ja, du meinst das Abendmahl gehalten. Genau, das Abendmahl, genau. Also wirklich, ich habe da, das habe ich ja mitgemacht und so. Dann haben wir nach dem, also nach der, sag ich mal, Einweihung, haben wir dann alle zusammen gesungen. Wir haben zusammen gesungen und haben uns dann alle umarmt. Das war so die Einweihung gewesen. Ja, okay, aber du musst eben verstehen, dass es eine Vorwiedergeburtszeit gibt, wo du Moslem warst oder was. Das muss alles gelöscht sein, wenn du zum Herrn Jesus Christus kommst. Du musst wirklich das Upgrade vollziehen, im Prinzip. Komplett loslassen von allem deinem alten Leben, was du geglaubt hast, gedacht hast. Alles muss sterben und dann neu beginnen wie ein neues Baby mit dem Herrn Jesus Christus und mit der Bibel. Boah, das ist wirklich, also, das sind wirklich Erfahrungen, die ich gemacht habe in letzter Zeit. Das ist wirklich viel gewesen, sage ich echt. Also wirklich viel gewesen. Ja, da ist noch viel, da hast du noch viel vor dir. Das ist noch der Anfang. Das Baby muss erst mal wachsen, er braucht Milch, ja. Und dann irgendwann mal feste Speise und so weiter. Ja, du bist, also wenn du neu geboren bist, wenn du alles richtig gemacht hast, dann bist du erst mal ein neugeborenes Baby und dann musst du erwachsen werden, jetzt langsam. Aber kann ich noch feiern gehen? Also ist das noch möglich? Also jetzt unter normalen Bedingungen geht das noch? Du bist frei zu tun, aber warum solltest du deine Freiheit nutzen, um so einen Blödsinn zu machen? Du kannst. Du bist frei, der Herr Jesus hat dich frei gemacht. Aber warum solltest du? Ja, meine Kollegen, die ich habe, wie gesagt, hier natürlich sehr gerne feiern. Aber sind deine Kolleginnen wiedergeboren? Boah, ich sage ehrlich, einige sind wiedergeboren. Einige, wie gesagt, haben wir ja gesprochen, sind im Hinduistischen gefangen. Da versuche ich ja die Rechtleitung nochmal zu bilden, sage ich mal, für diese Leute. Aber ich versuche da wirklich Stück für Stück dran zu arbeiten. Es wird ein schwerer Weg, das weiß ich, aber mit der Kraft des Herrn schaffen wir das. Nach der Wiedergeburt darfst du eigentlich nicht mehr großartig zu tun haben mit den Sündern. Also sprich, alles weg, was da ist. Alles aus deinem vergangenen Leben muss eigentlich gelöscht sein. Auch die Familie. Wie ist das mit der Familie? Nein, nein, nein. Du kannst natürlich mit deinem Freund und mit Familie ab und zu mal treffen. Aber du wirst von alleine sehen, du kannst eigentlich nicht mehr mit ihnen reden. Weil du bist ein neuer Mensch und die sind doch immer noch diese alten Sünder. Aber wie soll ich, also kann ich da nicht irgendwie noch eine Art, irgendwie eine Taktik anwenden, wie ich da vielleicht die Leute... Die beste Taktik, die du anwenden kannst, ist, bevor du mit den Menschen redest, beten, Herr Jesus, ich gebe das jetzt alles in deine Hände, unterstütze mich her, öffne ihren Herz und Verstand. Kann ich das auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Essen gehe, zum Beispiel, am Tisch, dann sage ich das einfach mal so heraus von mir, damit die das mitbekommen. Und wie gesagt, vielleicht kannst du ja irgendwo das Herz berühren und sie dazu führen, dass sie dann die Religion annehmen. Das wird funktionieren. Oder meinst du, das ist keine gute Idee? Die Religion annehmen und sowas, du darfst nicht in diesen Kategorien denken. Das ist islamisch, das weltliche Zeug. Also wir nehmen keine Religion an, wir werden, wenn wir zum Herrn Jesus Christus kommen, wiedergeboren. Keine Religion, Konvertierung und so weiter. Das sind weltliche Begriffe von religiösen Menschen, von Religion zu Religion wechseln. Du bist aber mit dem lebendigen Gott jetzt unterwegs, deswegen bist du von Neuem geboren. Oder nicht wiedergeboren. Das gibt nur diese zwei Arten. Bist du wiedergeboren oder nicht wiedergeboren? Du konvertierst die Leute auch nicht in eine Religion hinein. Aber sind wir nicht alle vom Herrn? Religion ist es nicht. Aber sind wir nicht alle vom Herrn irgendwo? Wir sind doch alle vom Herrn, in dem Sinne, dass wir geboren sind. Also sind wir doch alle vom Herrn sozusagen. Dass er uns erschaffen hat. Dass er uns erschaffen hat, alle Menschen. Er hat uns hingebracht. Ja, aber trotzdem. Ja, aber trotzdem sind die Menschen, die noch nicht von Neuem geboren sind, unter dem Zorn Gottes. Auch wenn der Herr die geschaffen hat. Die sind trotzdem unter seinem Zorn, bis sie sich bekehren. Aber ist es nicht unsere Aufgabe, auch diese Leute versuchen, in die richtige Richtung zu lenken? Ja, natürlich. Ja, aber ich wollte damit sagen, du sollst diese Kategorien von, die sollen zum Religion wechseln und sowas. Das musst du alles rausnehmen aus deinem Kopf. Die sollen zum Herrn Jesus kommen. Solche Begriffe musst du benutzen. Die sollen wiedergeboren werden, wenn sie zum Herrn Jesus kommen. Das sind die richtigen Begriffe. Ich sage ja, das Alte muss gelöchtern aus deinem Kopf. Neues, befüllen dein Geist. Neues aus der Bibel. Ja, aber im Prinzip müssen wir ja trotzdem missionieren dürfen. Am Ende des Tages. Du musst sogar missionieren. Okay, du kannst missionieren. Du kannst mit den Leuten reden. Aber alles muss im Vordergrund sein. Und das ist der Herr Jesus Christus. Ihn als Fokus setzen. Fokussier dich auf den Herrn. Verstehst du das? Also nicht wirklich dann zu viel Rechts-Links-Bewegung machen, sondern wirklich, wirklich immer auf den Herrn fokussieren. Wenn du im Gespräch bist, den Herrn bitten, dass er dich führt, lenkt und leitet. Wenn du Bibel liest, den Herrn bitten, dass der Herr dir Weisheit gibt beim Lesen. Hast du das jetzt verstanden? Ja, also wirklich, das war ein sehr gutes Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Segen, mein Lieber. Dankeschön. Euch auch. Ne, passt auf euch auf. Ja, du auch. Segen dich. Ja, ciao. Wir sind in dem Weg. Das kommt von meinem Halal-Bad. Bruder, ich sage euch nur eins. Ja, eins oder zwei. Egal, was ihr macht, was ihr tut. Ende. Wir kommen alle von Adam und Eva. Wallah, keiner ist besser als andere. Und Ende. Ja, aber Allah sagt, ihr seid besser als alle andere Menschen. Nein, 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 nein. So was gibt es nicht. Doch, Sol 3, Vers 110. Guck mal, jeder soll denken, was er will. Wichtig ist, was du machst. Das ist das Punkt. Und zweitens, wenn wir sterben, Ende der Gott gibt es schon unsere Strafen. Wer der richtige Weg war, wer der falsche Weg ist. Aber jeder, für jede Zeit ist Prophet gekommen. Wir müssen alle Propheten respektieren. Das ist wichtig. Wer ist denn der Prophet der Chinesen gewesen, Kurt Ibo? Wie bist du auf Chinesen jetzt gerade gekommen? Du hast doch gesagt, für alle sind Propheten gekommen. Wer ist denn der Prophet der Chinesen? Ich sage dir nur eins, mein Bruder. Du kümmerst dich sehr viel über Religion. Du redest gerade mit einem Scheer. Ein sehr großer Scheer. Und wenn du sowas fragst. Du bist ein Scheer? Du bist ein Scheer. Ich habe gehört, du bist ein Scheer. Du warst ein Scheer. Du warst ein Scheer, habe ich gehört. Ich bin Dr. Scheer, aber Amir. Gürtivo. Gürtivo, selbst nicht. Ich sage dir, die Leute können einpacken. Und wenn du dir ein bisschen seine Weisheit einhörst. Gürtivo, kannst du meinem Bruder eine Weisheit mitgeben? Sag mal bitte. Einmal eine Weisheit. Eine Weisheit. Guck mal, mein Bruder. Wenn du eine... Der Saat, Achtung. Sowas hast du noch nicht gehört. Gandhi. Alle können einpacken. Jetzt guck, Gürtivo. Pass auf. Wenn du ein Mensch, der einen 1 Cent wert ist. Wenn du ihm 4 Cent wert gibst. Er verkauft dich für 3 Cent wert. Zitat Ende. Heftig? Also schau dir das an, was eine Weisheit. Wenn du jemandem 4 Cent gibst, kannst du 1 Cent dann machen aus dem. Zitat Ende. Deswegen, gib den Menschen nicht Wert, wie der 1 Cent wert ist. Gib den Menschen nicht 1 Cent wert, wie diese weniger wert sind, Deza. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist heftig. Das kannst du mitnehmen als Lebensweiser, Deza. Der ist heftig, der Gürtivo. Shakespeare und diese ganzen Philosophen, die kamen. Wer ist denn der... Wer ist Zarathustra im Gegensatz zu Gürtivo? Wer ist denn Friedrich Nietzsche im Gegensatz zu Gürtivo? Niemand. Die können alle anpacken, Deza. Ja, das stimmt. Das war wirklich heftig jetzt. Ich dachte nur 1. Vielleicht hast du Ahnung von Kurden. Du hast Ahnung vielleicht von Kurden. Kurden sind das einzige Volk, die uns nicht interessieren über die Religion. Weil Kurden sind einfach Respekt in aller Religionen. Jeder weiß, was seine Meinung ist. Ja, was bedeutet dieser Dreizack und dieser Kelch da in deinem Namen? Was bedeutet das? Gürt, ich bin Kurde. Ja. Und Ibo. Ich meine diese Symbole. Diese Dreizack und der Kelch. Ja, weil meine Großoppa kommt von Italien. Von Italien? Ja. Italienischer Kurde. Das habe ich zum ersten Mal jetzt gehört. Ja, und die. Und der kurdische Italiener. Und der König von Italien ist immer noch. Nein. Mach Spaß. Ehrlich? Ich mach Spaß. Es ist ja Hammer, Kurdi. Nein. Mach Spaß. Kurdi, das ist wichtig, dass du nach dem Tod eben wirklich das ewige Leben hast und ins Himmelreich kommst. Und da musst du eben wirklich alles hier dran setzen auf der Erde, diesen wahren Gott zu finden. Nicht Religion. Religion gibt es Milliarden, aber den wahren Weg zu Gott, den musst du finden und da musst du Gott suchen. Man sagt auch, ich habe auch von meinem Opa damals auch gehört, der einzige Prophet, der runterkommt, ist Isa. Sehr gut. Ja, jeder von uns weiß das auch. Und da ist der einzige Prophet, der runterkommt, uns zu retten. Und deswegen, guck mal, dieser Krieg, guck mal, ich sag euch schon, die Islam, die Moslem und das annehmen, zwischen Moslemen und Christen ist vielleicht so ein Hardings-Unterschied. Aber diese Salafisten, diese Dings machen das, versuchen das zu manipulieren und Dings zu machen, so schlecht zu zeigen. Bruder, es gibt keinen Unterschied. Wir sind eins. Zitat Ende. Ja gut, aber ein Rolex und ein nachgemachter Rolex heutzutage sind nur noch ein Haar voneinander entfernt. Wirklich, du kannst sie fast nicht auseinanderhalten. Und trotzdem bleibt der eine eine Fälschung und der andere original, auch wenn da nur ein Haar-Unterschied ist. Guck mal, du weißt, Maria und Jesus, sein Hund, du weißt selber, ist damals für Juden gekommen, die haben so bestanden. Guck mal, deswegen werden die Juden auch sehr viel bestraft, von das, ich Allah, nicht von meinen Herzen, aber die haben viel gesehen. Guck mal, die ganzen Propheten kommen alle in die gleiche Umgebung. Ich sag euch nur beides, Bruder, Ende, wenn man, ich sag zu meinem Bruder auch, bitte hör auf damit, das passt hier nicht. Du bist so ein lieber Junge, du bist, mashallah, Allah hat dir nur gegeben, hör auf damit. Eine andere Religion, die ganze Zeit über diese Religion zu reden, passt hier nicht. Bruder, Ende, irgendwann wird immer schmutzig und schmutzig und schmutzig. Einzige, das richtige, wahre Glaube ist, die sagen, die beiden Glaube gehören nebeneinander. Es war nur damals der Propheten, Mohammed sagt, zu seinen Leuten geht zu Königdings, diesen Christen, erzählt, Unterschied gibt es nicht. Sehr gut, aber Kurt Imo, gibt es zwei Götter oder gibt es nur einen Gott? Gibt, gibt nur einen. Ein Gott. Gibt es zwei Wege zu diesem Gott oder gibt es nur einen Weg zu diesem Gott? Nur einen Weg, ja, dass das alle anderen Wege müssen falsch sein. Guck mal, Bruder, wie die Menschen manipulieren das, guck mal, die haben, die haben damals auch, erzählen die auch vielen, die haben versucht mit Bibel zu ändern, weißt du, die Menschen machen das, immer die Menschen, die Menschen sind einfach linker. Gibt es viele ungläubige Menschen auch, die versuchen zu manipulieren, sich zu stark zeigen, andere Religionen klein zu machen? Nein. Bruder, wenn einer versucht, Jude, Christentum klein zu machen, ich bin dagegen. Weil Ende, wenn unser Prophet damals sagt, keine Unterschiede, nur ein kleiner Hardings, ja, mehr nicht, Bruder, wir haben keinen Unterschied. Ja, doch, weil die Bibel sagt, die Errettung zum Paradies ist, durch das, was der Herr Jesus am Kreuz für dich bezahlt hat, mit seinem Tod, dadurch wirst du errettet. Der Koran sagt, nein, das ist der falsche Weg. Ein anderer Weg führt zu Gott. So einer muss falsch sein, richtig, Kurt, Evo, einer muss falsch sein. Ich habe gesagt, Bruder, komm mal, weißt du, wie alt ist Koran und wie alt ist die Bibel? Bruder, wir müssen spielen damit. Ich spiele mit Menschen, mit ihrer Gehirn. Bruder, gibt keinen Weg, gibt nur einen Weg, gibt nur einen Prophet. Der Prophet, der einzig, der runterkommt, ist Isa, ja, und einer Gott gibt es und wer gibt es nicht. Ende, die Taten werden oben gerechnet, wer in Hack ist, wer nicht, aber wenn du über Prophet schlecht redest, hier drin geht nicht, Bruder, das macht man nicht. Ende, guck mal, ich habe, guck mal, wenn Erdogan, zum Beispiel, Präsident Erdogan, Präsident Putin, wenn ich jetzt hier 50 Millionen, 100 Millionen Menschen, das ist der Präsident, wenn ich den jetzt beleidige, dann, dann, das ist nicht, dann greife ich diese ganze Mensch an. Geht nicht, Bruder. Ja, aber es muss doch möglich sein. Ja, nochmal, du respektierst deine Meinung, guck mal, ich respektierst deine Meinung, du musst meine Meinung, am Ende, wir, guck mal, gibt ganz viele Gläuber, andere Glauben gibt es auch, wir müssen sagen, Taman, wir müssen, unsere Arbeit ist, unsere Religion rüber zu bringen und die Menschen sollen entscheiden, nimmt er uns oder den oder diese, Ende, wir gehen, der einzige Weg, jeder weiß das, gibt nur ein Allah, einen Weg und ein Paradies gibt es, es gibt keine zwei Paradies, ein Paradies gehört nicht Mohammed, ein Paradies gehört nicht Isa, es gibt nur ein Paradies. Genau, es gibt nur ein Paradies und jetzt muss man finden, den Weg, welcher, das ist entweder die Bibel oder der Koran, eins muss falsch sein, eine muss in die Irre führen. Ich sage dir nochmal, falsch, beide sind nicht falsch, die Menschen spielen mit dieser... Das geht doch nicht, Kurt, Ivo. Nein, die Bibel sagt, die Kreuzigung von Jesus Christus bringt dich ins Paradies. Der Koran sagt, nein, die Kreuzigung von Jesus Christus bringt dich nicht ins Paradies. Einer von dieser Aussage muss falsch sein. Bruder, die haben damals, wie, die haben Jesus Christus einfach auf Kreuz... Die waren so schlimm, waren diese Leute, was Ende passiert, wir wissen auf jeden Fall, das ist das Punkt, der kommt uns zum Abhol, Inshallah. Kurt, Ivo, jetzt eine andere Frage. Was ist mit diesem erfolgreichen Rapper und so weiter? Trinken die wirklich Blut da und so weiter von Babys? Bruder, diese ganze Rapper muss man auf Flasche sitzen lassen, ehrlich. Nein, sag mal, hast du was davon gehört mit dieser Babyblut und so was? Nein, aber die Rapper beleidigen hinten und vorne nur dreckige Sachen reden, die auf Flasche... Was redet ich? Kauka-Hänge, Huren und Dach und dies und guckt euch mal bitte an. Ja gut, aber ich will wissen wirklich jetzt, ob du weißt, ob diese erfolgreichen Leute wirklich so was machen im Geheimen mit Baby und sowas. Nein, Bruder, ich kenne mich da nicht viel aus, wenn ich dir was sage, dann lüge ich. Aber erklär mir mal bitte, Bruder, mit diesem, einem Kind, das eben tauchen. Erzähl mal das, das hat mich gerade interessiert. Warum machen die das? Taufen? Ja. Die Taufe symbolisiert eben deinen Tod als alter Mensch. Und wenn du wieder aus dem Wasser rauskommst, beinhaltet eben, dass du gereinigt wurdest durch die Vergebung der Sünden. Das Wasser symbolisiert eben den Tod des Herrn Jesus Christus für dich, dass du eben Sündenvergebung hast und jetzt gereinigt rauskommst aus dem Wasser wie ein neuer, frisch geduschter Mensch, der alle Sünden abgewaschen hat. Und du kommst zum Leben heraus, dann lebst du in die Ebene. Das ist die Symbolik in der Taufe. Und ich habe noch eine andere Frage. Kürt die Wort, ganz einfach. Du wirst mit dem Herrn Jesus Christus in den Tod getauft, getaucht und stehst dann zum neuen Leben wieder auf. Hast du verstanden? Ja. Bruder, und noch eine andere Frage. Was anderes. Mir ist gerade, guck mal, du bist einer. Wallah, von wo bist du gekommen mit dieser Bart? Wallah, du hast meinen Kopf. Du Salafist. Bruder, guck dir nicht so an. Das ist richtig. Dieser Wort ist wie zu halal, Kürtivo. Was anderes. Warte, was war das? Ja, wegen Zünnet. Weil die Juden machen Zünnet. Warum macht ihr nicht? Zünnet? Ja. Er meint die Beschneidung. Nein, der Bund der Beschneidung mit Abraham bzw. mit Israel ist ausschließlich nur mit Israel geschlossen worden. Nur mit den Juden, nicht mit den Heiden-Nationen. Das heißt also, wir Christen, wir stehen nicht mehr unter dem Bund des Gesetzes, sondern wir stehen unter dem Bund der Gnade. Und diese Gesetze, was Gott mit Israel geschlossen hat, damit haben wir nichts zu tun. Das ist ein Bund nur mit Israel geschlossen. Ich will gerne mal so, als Wischenling, das gerne hören. Okay, ich bedanke mich, ich liebe ihn sehr. Und Inshallah, dass er aufhört mit diesem Salafismus und so. Ich würde mich freuen, wenn er sich ändert, mein Bruder. Der ist ein Salakist. Ja, der ist gerade Autofahren. Ja, der ist Salakist. Ja, der ist radikaler Salakist. Kürtivo, Kürtivo, eine Weisheit noch, bevor du gehst. Bitte, eine Weisheit noch. Eine Weisheit noch, ja, das will ich auch noch mal hören. So, eine Weisheit. Über was willst du denn wissen? Eine schöne Weisheit. Eine Weisheit über Frauen. Über Frauen. Über Frauen. Über Frauen. Jetzt muss er sein Buch aufschlagen. Er hat extra ein Buch über Frauen. Weißt du, hat... Hat er ein Buch geschrieben. Alles mit dem Kopf. Über eine Esel. Kürtivo holt seine eigene Bibel raus. Das war mal eine. Eine Bibel der Weisheit. 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 Ich bin jetzt auch gespannt, warte. Jetzt geht ihr kaputt, guck mal bitte. Die Weisheiten von Kurtivo. Vollstreifen. Nacht aufgestanden von meinem Bett. Einfach gelaufen. Wohin? Augen auf. Nein, gut, das ist Schlafwandeln. Warte, warte, ich war schon mal bei Chef. Ich hab mir erzählt. Das sind Gin, die gehen bei dir rein. Die reden zu mir. Die muss ich kennenlernen. Die lassen dich ab. Mein Bruder. Das ist der Ernst. Die ergreifende Sitz von dir. Wer kommt bei dir rein? Wer kommt bei dir rein? Sie sagen Ribo, komm wir machen Party, ich steh rauf und wir gehen. Ich geh bis vor die Tür und dann sag ich, es gibt eine Krankheit, das ist Schlafwandeln. Nein, es ist kein Schlafwandeln. Warte, 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 warte. Leser. Jeder, ein Mann hat eine stabile Art, einen Joghurt zu essen. Jeder Mann hat eine stabile Art, einen Joghurt zu essen, Leser. Jetzt guck mal die Weisheit, jetzt pass auf. Leser. Das bedeutet, jeder, aber drei. Ich hab's nicht gehört. Amir, akustisch. Was sagt ihr, jeder Mann ist stabil, einen Joghurt zu essen und dann? Jeder Mann hat eine Art und Weise, wie er Joghurt ist. Und dann hat er gesagt, das war's. Wer ist Cosimo? Wer ist Cosimo im Gegensatz zu Kürt Ibo? Cosimo, der Reality Star, der Typ, der Italiener. Ja, der ist auch sehr weise. Kürt Ibo muss zu Big Brother, der Typ. Das wäre heftig, ja. Glaub mir, der wäre Millionär. Alle würden sich um den reißen. Hahahaha. Ach, nee, nee, nee. Jeder Mann hat seine eigene Art, seinen Joghurt zu essen. Ja. Isst er auch von einer Familie? Von so einer großen Familie? Leser, warte. Leser, hör mal zu. Neue Weisheit, pass auf. Ich will euch was anderes sagen. Was anderes. Was anderes, sehr wichtig für euch alle. Entschuldigung, wo wir jetzt ein neues Buch rausholen. Eine neue. Hör zu. Wenn du, wenn du ficken willst, musst du mit deinem eigenen PNiS ficken. Das ist sehr wichtig. Ja, du brauchst keine Männer. Kommst du. Alleine. Warte. Und nochmal, wenn du ficken willst, dann? Musst du mit deinem eigenen PNiS ficken. Nicht mit von anderen. Hahahaha. Ja, you got to be original. Du musst mit Originalwerkzeug arbeiten. Originalwerkzeug, mit von anderen. Ja, ja. Sehr gut. Hammer. Ich hab's auch noch nie probiert, mit dem Werkzeug von anderen was zu machen. Hör. Danke dir. Hör. 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 Warum bist du rausgegangen? Warum bist du rausgegangen, Kurt Ivo? Hör. 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 Du willst eine Weisheit, oder kriegst du von mir? Von Frauen, ja genau, von Frauen. Bruder, du kriegst zwei Stück. Erstmal, ein Junge, sein Vater sagt zu denen, du bist ein Esel. Er sagt, Papa, warum sagst du mir, ich bin ein Esel? Er sagt, du wirst niemals ein Mann werden, du bist ein Esel. Er geht und studiert, er wird ein großer Mann. Und er wird Bürgermeister von einem Stadtteil. Erstmal, was er macht, er sagt zu deinen Leuten, mein Vater, der Bürgermeister ruft sie. Er geht seine Hand voranziehen, geht dahin, dann dreht er sich um. Er sagt, Papa, ich bin das. Was habe ich dir gesagt? Ich rede immer, ein großer Mann. Er sagt, mein Sohn, du bist immer noch ein Esel. Warum hat er gesagt, dass du ein Esel bist, Bruder? Weil er seinen Vater zu seinem Fuß bringt. Wie kannst du deinen Vater vor deinem Fuß bringen, du Esel? Zitaten nicht. So. Heftig. Und zweitens, ein Zitat. Was ist die Weisheit dahinter, Kurt Ivo? Du bist zu hoch, ich verstehe das nicht. Weil du Auto fährst, mein Zitat. Jetzt, ein Zitat. Wenn ich jemandem zwei Kletsche gebe, morgen vergisst er das. Aber wenn ich jemandem was ballere, ballere, weißt du was ich mein, ballere. Du meinst hier mit links? Ja, richtig. Du wirst dich niemals vergessen. Das ist die Tatende. Er wird das niemals vergessen, ne? Zwei Kletsche wird er morgen vergessen. Aber wenn jemand's ballert, er wird dich niemals vergessen. Ja, genau. Da kann er auch nichts mehr vergessen. Dann ist er schon in Ewigkeit vergessen. Pass auf dich auf. Ich liebe euch. Timo, du bist der Heftigste. Ich sag's dir. Du kleine Weisheit. Keiner betrifft dich. Niemand. Ich habe nur, ich liebe dich über alles. Ich will mich auf jeden Fall mit dir auch einmal sitzen. Ich schau mal, wenn du mal, irgendwann, wenn du in NRW kommst oder irgendwohin kommst, sag Bescheid. Weil ich muss dir was ballern. Weil ich liebe dich, eine Seite und eine Seite. Weil ich muss dir was ballern. Ich liebe dich, aber ich muss dir was ballern. 100 Prozent. Guck mal. Ich sagte, das ist in deinem Gesicht. Nicht hinter dir. Aber ich will, dass du mich zum Essen einlässt, Kürt Ivo. Essen auf deinen Nacken. Bruder, auf meinen Nacken gibt es alle Laden umsonst kriegen wir. Das ist das Problem damit. Alle Laden kriegen wir umsonst? Alle Laden umsonst, Wanda. Das kann nicht wahr sein. Wenn ich dann auf einmal mit Kürt Ivo da reinkomme, dann sagen die raus mit euch. Nein, nein, Wanda. Keiner traut sich. Ich bin Klappos von Europa. Du bist der Pate von Essen, oder? Ja. Egal, was du machst, ich habe einen Bitter an dich. Ja. Ich habe bis heute mein Leben noch nie... Also Bitter ist unser Prophet nicht so viel über ihn. Mehr, mehr. Aber Mohammed hätte dich aufgrund deines Verhaltens schon weggeballert. Ich habe einen Bitter an dich. Mehr sage ich dir nicht. Ja, aber mit deinem Verhalten beleidigst du doch Mohammed mehr als alle anderen. Nein, nein. Alles klar. Doch, doch, doch. Bleib du stabil. Timo, du betest nicht fünfmal am Tag. Du bist ein Kräfer. Das ist ein Kräfer. Kein Problem für deine Augen. Das kannst du nicht entscheiden. Das kann nur Allah entscheiden. Aber das in Zeit nimmt doch Allah. Er sagt jetzt nur in 9 Vers 5, bis sie das Gebet verrichten. Wenn ich dir zwei Klöpfchen gebe morgen, vergess mich. Aber wenn ich dir was mache. Du kannst nicht mal Barello schlagen. Dann willst du mich schlagen. Nee. Bruder. Barello ist mein Name für dich. Alles klar. Alles klar. Zitat Ende. Gürtivo, danke, dass du dabei warst. Gott segne dich und deine Familie. Allah soll dir vergeben für deine Sünde. Allah kann niemanden vergeben. Allah ist nur ein Bein. Das weißt du, Gürtivo. Ja, sehr schön. Wundervoll. Gürtivo. Habt ihr gesehen seine Weisheit von Gürtivo? Sehr, sehr schöne Weisheit. Ich bin nur aus Versehen drin, Leute. Ich muss wieder raus. Tschüssi. Okay, ciao. Salaamu alaikum. Hey Besim, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ist alles gut? Alhamdulillah, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, auch gut. Lange nicht mehr gehört, ne? Ja, lange nicht mehr gehört. Wo warst du? Ehrlich gesagt, ich bin grad auf der Arbeit und hab grad ein bisschen Pause. Ich dachte, ich guck mal ein bisschen da rein, ne? Wie fandest du Gürtivo's Weisheit? Seine Weisheiten waren okay, sag ich mal. Wer es verstanden, hat das verstanden. Aber Bruder, weißt du, was ich schade finde? Ganz ehrlich jetzt. Ja. Wieso behandelt man solche Gäste, wenn man bei dir im Live ist? Er macht das doch aus Spaß. Er will doch uns zum Lachen bringen. Hast du das nicht gecheckt? Er weiß doch, dass seine Weisheiten keine Weisheiten sind. Er hat das doch nur aus Spaß gemacht, Mann. Guck mal, wir kennen alles über Gürtivo. Wirklich. Er ist ein stabiler Mann. Er ist wirklich ein sehr netter Typ. Wirklich. Er ist sehr nett. Das mag sein, aber er hat das doch herausgehört, die Ironie. Wo wir gesagt haben, machen wir ein paar Weisheiten, Gürtivo. Weil er weiß, dass er uns zum Lachen bringt. Alles gut. Du musst doch verstehen, die Ironie dabei. Ja, ich versteh die Ironie. Ohne diese Spießerei und so weiter macht das Leben auch keinen Spaß. Das ist okay. Aber gerade bei Gürtivo, du weißt doch, wie lustig seine Weisheiten sind. Er weiß das doch selber, deswegen macht er das ja auch. Ja, ja. Wie gesagt, ich kenn ihn. Also der ist wirklich ein guter Bruder auch von mir. Der ist wirklich sehr stabil, sehr in Ordnung. Er hat auch vielen Leuten geholfen. Mit dem kann man auch vernünftig reden. Aber ich find's einer Art, ich find's einer Art bisschen auch respektlos. Weißt du? Du findest das, also findest du Allah respektlos, wenn er die Menschen auslacht, die in die Hölle fahren? Allah hat nichts damit zu tun, wenn jemand bei dir zu Hause zu Besuch kommt, so wie in deinem Livestream. Und ob das mit Respekt oder keinem Respekt zu tun hat. Okay, ist das so, mein lieber Beisem Beisem? Wenn Gott Menschen auslacht, die in die Hölle fahren, ist das nicht der größte Teufel, von dem du je gehört hast? Aber was hat das damit zu tun, wenn jemand bei dir zu Hause kommt und wie du ihn behandelst? Das bist du. Nicht Allah oder Jesus. Aber was hältst du denn von Allah, der Menschen auslacht, die gerade in die Hölle fahren? Was ich davon halte, dass Allah die Menschen auslacht, die in die Hölle fahren? Ja. Weil er denen so viele Sachen hinterlassen hat, so viele Propheten hinterlassen hat, dass die Menschheit leider bis heute nicht begriffen hat, was ist der richtige Weg und wie die sich zu benehmen haben. Ah, das gibt ihm die Berechtigung, Menschen auszulachen, die gerade am Verbrennen sind und am Brennen sind? Das hat doch... Du sagst doch, Jesus ist dein Gott. Ja, Jesus weint um jede Seele. Oh, jetzt warte mal. Warum weint denn Allah nicht um jede Seele? Jetzt warte mal. Wenn du sagst, Jesus ist Gott, warum hat denn Jesus die Hölle erschaffen? Die Hölle hat er nicht erschaffen, damit die Menschen reingehen, sondern diejenigen, die sich dafür entscheiden, einen Weg ohne ihnen zu gehen, die müssen da rein. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Verstehst du? Aber Jesus Christus lacht doch nicht die Menschen aus, die gerade in die Hölle fahren. Er weint um jede Seele. Alles gut, super. Guck mal, wie schön wir in dieses Thema reingekommen sind. Wir sagen, Allah nichts anderes heißt das außer Gott. Das ist nur die andere Sprache. In Übersetzung heißt das in Deutsch Gott. Das wissen wir alle. Da kann man sich nicht raussprechen. Aber wenn dein Gott die Hölle erschaffen hat, warum lässt er die Menschen da quälen? Warum? Aber das gleiche kannst du doch von Allah sagen. Allah nimmt sogar das gesamte Eisen der Erde, formt einen Ring und schiebt das in den Hintern der Muslime. Allah ist Gott. Und Gott ist Jesus, sagst du. Und wir glauben nicht, dass Jesus das möchte. Ja, aber du hast doch gerade etwas gesagt, was Allah macht. Bruder, wir müssen ein paar Sachen akzeptieren. Und ich habe dir letztes Mal gesagt, bei Gott, wir lieben Jesus mehr als ihr. Nein, ihr hasst Jesus. Was redest du? Liebst du den ewigen Sohn Gottes, der für deine Sünden gestoppt worden ist? Er kann nicht für meine Sünden sterben, wenn ich sündige. Er kann doch nichts dafür. Dafür kann ich doch was. Du hast keinen guten Empfang, du hast kein Netz, Bruder. Hörst du mich? Wir sehen. Ich bin da, Bruder. Ich bin da. Aber man hört dich so schlecht. Weißt du nicht? Ich höre dich, Bruder. Ich bin da. Guck mal. Mein Bruder kann ja eingreifen, wenn ich es gerade nicht in der Zarbe. Du, pass auf. Ganz ehrlich. Wo ist diese Abo-Hetzerei? Pass auf. Egal ob du oder dein Bruder. Ob Debatte oder keine Debatte. Ich finde, ich finde. Heutzutage sind wir in einem Punkt gelandet, wo es nicht zu hetzen geht durch die Regulierung. In deine Regulierung, in meine Regulierung. Denn im Endeffekt, es kommt der Tag des Gerichtes für uns alle. Und wir alle müssen an einen Gott glauben. Ob es Jesus ist, ob er nicht es ist. Wir glauben daran. Ja. Er wird kommen. Er ist der Einzige, der noch nicht gestorben ist. Er ist der Einzige, der noch lebendig ist. Denn er ist der Einzige, der herkommen wird und uns beschützen wird vor den dreiäugigen Gehau! Gehau! Und das Kopfhörer. Hallo? Gott segen euch, meine Güter. Bitte lauter sprechen. Gott segen euch, meine Güter. Ich höre dich nicht. Hast du Kopfhörer drin oder was? Nein, ich gehe die ganz normal. Ganz normal. mal also jetzt langsam wird es besser gott segne euch was ich genau so weiter so ist gut wie geht es mir geht es gut wie geht es dir wollte mich auch mein bruder auch alles alles in ordnung alles gut ich verfolge hier so ein bisschen ein kanal ich schaue mir so an was hier abläuft ich war gestern auch auf einem live mit ich weiß ob du den kanal kennst liebe zum hadith ja liebe ich war auf diesem kanal und mir ist aufgefallen dass die jungs die da drauf waren die haben sich die ganze zeit sage ich mal so ein paar christen rausgeholt die versucht haben ihre religion zu vertreten aber du weißt dass nicht jeder bibelkundig ist nicht jeder weiß auswendig fährt das und das nicht das und das und somit ist man ein bisschen verloren weil die jungs sind schon bibelkundig aus dem grund weil sie hinterlegen wollen was jesus sagt und das sozusagen schlecht machen wollen und gestern haben die mir zwei punkte genannt und in diesen zwei punkten haben sie sich sage ich mal beide komplett selbst ein bein gestellt aber die wollten das einfach nicht wahrhaben ich nenne die mal ein punkt lukas 24 19 lukas 24 19 erzählt als jesus gekreuzigt wurde und am kreuz gestorben ist und natürlich nach drei tagen wieder auferstanden ist waren zwei jünger ich glaubte ihr mausbrüder waren das waren am spazieren und hallo hallo hört ihr mich was ist denn passiert habt ihr das auch gehört ey übelst was war das habt ihr das auch gehört habt ihr nicht dass mehr könnt ihr probiert ihr gemacht das ist es auch Was war das? Verbindungen bei ihr einfach. Ich habe einen Anruf bekommen, deswegen. Ach so, okay. Auf jeden Fall, wo ich stehen geblieben bin, Vers 24, 19. Die zwei Mausbrüder, die Jünger waren am Spazieren und haben über die Kreuzigung von Jesus gesprochen und über den Tod von Jesus. Und Jesus kam in seiner Gestalt zu den Brüdern, aber die Brüder haben Jesus nicht erkannt. Sie haben nicht erkannt, dass es er ist und hat sie gefragt, über was redet ihr? Und sie haben geredet über Jesus, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass Jesus nur ein Prophet sei. Weil diese Mausbrüder haben insofern, sage ich mal, ihren Glauben in dem Sinne verloren, weil es ist nicht das passiert, was sie gedacht haben, das passieren wird. Und die Jünger haben die Schwestern diese Verse rausgenommen und haben gesagt, in der Bibel steht, Jesus ist nur ein Prophet. Und damit wollten die klarstellen, also damit wollten die allen klar machen, dass in der Bibel direkt steht, dass Jesus ein Prophet ist. Wobei das nur eine Zählung und eine Geschichte war von zwei Jüngern. Ja, okay, ist ja kein Problem. Der Herr Jesus Christus ist der ewige Sohn Gottes. Er ist der Sohn des Menschen. Er hat viele Titel. Er ist der Messias. Er ist der Prophet. Aber er ist auch der ewige Sohn Gottes. Verstehst du? Das lassen wir außer Acht. Denn kein normaler Prophet sendet einfach Engel. Das musst du diese Leute fragen. Du musst sie fragen, wer außer Allah kann einen Engel senden? Richtig, das habe ich denen auch gesagt. Das habe ich denen auch gesagt. Aber denen ihre Herzen sind kalt. Und ihre Augen sind blind, Bruder. Die wollen nicht verstehen. Hättest du zu ihnen gesagt, habt ihr ein kaltes Herz, dann kann ich euch Kameloin empfehlen. Das macht eure Herzen wärmer. Und die sind mir immer mit so Sachen gekommen, wo, wenn du den Kontext richtig liest, dann weißt du auch, um was es geht. Aber die haben nur das rausgesucht, was zu denen ihren Gunsten wäre. Aber was kompletter Bullshit ist im Endeffekt. Zum Beispiel, wer spricht in dem Psalm? Du kennst doch die Psalm. Wer spricht in dem Psalm? Jesus in dem Psalm? Da ist der Prophet David, der das wiedergibt. Und der Herr Jesus Christus durch ihn prophetisch redet. Genau, richtig. Beispielsweise in Psalm 22, der Leidensweg des Messias. Genau, richtig. Was meinst du? Der Pierpogel rafft ja gar nicht, dass der Herr Jesus Christus die Erfüllung der Prophezeiung in Psalm 22 ist. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was meinst du? Warum steht das denn da? Einfach so. Diese ganzen Dauer-Teams raffen gar nicht, was da gesagt ist. Überhaupt nicht. Und weißt du, was ist schade für mich? Ich finde es schade, dass die Leute, die ausruhen, die das hören. Es gibt viele Leute, die denken sich, oh, vielleicht haben die recht, weißt du, und das finde ich schade. Das ist eine Irreleitung für die Menschheit. Das ist ja Quatsch. Man braucht nur zwei, drei Minuten Recherche, um diese Dauer, die es auf dem Boden der Tatsache zu holen. Und damit will ich vielen Leuten sagen, die sollen sich nicht irreleiten lassen und sollen alles hinterfragen. Wenn dir jemand irgendein Vers zeigt oder sonst irgendwas, der sich für jemanden unschlüssig anhört, ihr müsst das immer hinterfragen. Immer nehmt euch den Vers raus und lest euch komplett den Kontext von Ende bis Anfang. Weil ich sage immer, guck mal, um die Bibel zu lesen, musst du nicht schlau sein. Jeder kann die Bibel lesen, aber du musst die Bibel verstehen. Du musst wissen, um was es geht. Und das ist eine wichtige Message. Ja, danke dir, mein Lieber. Gott segne dich von deiner Familie. Gott segne dich auch, mein Bruder. Okay, ciao. Ja, du hast das ja gehört. Der Herr Jesus Christus ist ja auch ein Prophet in der Bibel. So wird er auch beschrieben. Ein Prophet, der natürlich auch im Namen Gottes ja redet. Genau, als Mensch, du hast das ja schon beschrieben, als Mensch ist er natürlich König, Priester und Prophet in einem. Das ist eben diese Ämter, die streng getrennt waren im alten Israel wegen der Machtverteilung, damit kein Diktator entsteht. Deswegen mussten die Machtverteilungen eben unter König, Priester, Propheten aufgeteilt sein. Deswegen kam auch zum Beispiel der Prophet Nathan zum König David, um denen zu sagen, dass er etwas Schlimmes begangen hat. Ja, mit dieser Barzeba, mit der Unzucht. Ja, das heißt also, die waren unterschiedlich aufgeteilt, diese Ämter. Damit nicht ein Mensch eben die gesamte Macht bekommt, über allem. Aber das ist bei dem Messias anders. Der Messias verkörpert sowohl die Ämter, also das Amt des Propheten, des Königs und des Priesters in einem. Und 5. Mose 18 hast du ja, glaube ich, auch gerade angesprochen. Ein Prophet werde ich erwecken aus deinen Brüdern, aus Israel. Genau, der kommen wird und meine Worte wird er sprechen. Ja, und als Mensch ist der Herr Jesus natürlich auch ein Prophet. Zum Beispiel hat er in Matthäus 24 eben das Ende des, wie nennt man, den Tempel. Den Tempel. Ja, nee, ich meine den Salomonischen Tempel in Jerusalem. Da hat die Zerstörung vorhergesagt. Ja, das ist eine Prophezeiung. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, kein Stein wird dir auf dem anderen Stein bleiben. Alles wird zerstört werden. Und die Leute haben gelacht. Die Juden haben das ja nicht geglaubt. Die haben gesagt, ja, ja, klar, dieser große Tempel, das von Gott eingesetzt ist, der wird niemals zerstört werden. Und dann haben die den Herrn Jesus ausgelacht. Aber 70 nach Christus ist der Tempel in Jerusalem durch die Römer zerstört worden. Und das hat der Herr Jesus vorausgesagt. Was die Juden nicht verstanden haben zu den Namen der Jesus. Also der Herr Jesus ist als Mensch auch eben ein Prophet. Wie gesagt, diese drei Ämter, Prophet, Priester und König in einem. Der Herr Jesus wird auch als Mensch auf dem Thron in Israel irgendwann mal demnächst sitzen und herrschen. Ja. Aber es ist gleichzeitig der Gott Yahweh in Sacharief 14. Und heißt es ja, dass Yahweh mit seinen Füßen, wenn er zurückkommt, auf dem Ölberg in Jerusalem stehen wird. Ja. Es ist gleichzeitig ein Mensch, aber gleichzeitig auch ein Gott, der kommen wird. Jetzt muss man diese zwei Naturen auseinanderhalten und scharf differenzieren. Dann geht alles auf. Dann geht jeder Vers von der Bibel auf. Wie so ein Puzzle. Wird alles schön reingesetzt und geht alles passt zu dem anderen. Amen. Ja, sehr gut. Hallo? Hallo? Na kochen. Hallo, Amir und Reza. Hallo, meine liebe Gott. Segnet dich in deines Familien. Ja, danke euch auch. Danke. Erstmal wollte ich dir nochmal danken, Amir, für deine großartige Arbeit und den Mut, den du hast. Dir auch, Reza. Und Lob geht auch an Reza mit den Illuminaten. Das habe ich mir nämlich angesehen, das Video. Ist wirklich sehr gut ausgearbeitet. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Und ich habe nochmal eine Frage wegen Jesus. Und zwar, wie ist das, wenn man eben halt eine gute Tat macht? Muss man dann vorher sagen, ja, ich mache es im Namen Jesu? Und was passiert, wenn man zum Beispiel vergisst, das zu sagen? Ist dann die gute Tat auch gültig? Frau, verantworten an mir. Bitte was? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Genau, ein bisschen lauter. Ach so, bin ich zu leise? Etwas, ja. Okay, also nochmal, zum Beispiel, wenn man eine gute Tat macht im Namen Jesu und man vergisst zum Beispiel, den Namen Jesu zu sagen. Zum Beispiel, ich gebe dir das Glas Wasser, aber man macht es automatisch, weil man diese gute Tat tut, aber vergisst es dann halt zu sagen. Ist diese gute Tat dann auch gültig? Das ist doch Religiosität. Das ist Religiosität, meine Liebe. Alles, was du im Namen des Herrn machst, das machst du im Namen des Herrn. Du musst das nicht immer wieder erwähnen. Im Namen des Herrn gebe ich dir das Wasser. Nein. Du machst es einfach so. Und das ist ja, der Herr sieht ja alles. Okay, super. Nee, das wollte ich wissen. Oder habe ich das mal verstanden? Nee, nee, hast du richtig verstanden? Alles klar. Okay, das wollte ich nur wissen. Alles klar. Alles Gute noch für euch und gesegneten Tag, ne? Danke, gleichfalls. Ja, dir auch. Du darfst nicht in Religiosität verfallen, meine Liebe. Ja. Verstehst du dich in irgendwelche religiösen Verhalten, Merkmale wie so Pharisäer dann reinzubringen? So mit diese, soll ich jetzt das machen im Namen des Herrn und soll ich das sagen und sowas? Nein. Ja. Du sollst wissen, dass der Herr Jesus Christus für dich bezahlt hat und du darfst aus Gnade leben. Das, was du für den Herrn machst, das machst du für den Herrn. Und du musst dich immer verrückt machen mit allem möglichen Wahnsinn, also mit allem möglichen Sachen. Ich hatte nämlich einen Vortrag von Werner Gitt geguckt. Ich weiß nicht, den kennt ihr bestimmt auch, ne? Werner Gitt? Ja. Genau, und da habe ich das irgendwie gehört, dass man das halt im Namen Jesu sagen sollte, deswegen... Wenn du zum Beispiel jemanden, einen Ungläubigen, der jetzt nichts mit dem Glauben zu tun hat, wenn du sagst, Jesus segne dich und du gibst ihm das Wasser, der Herr segne dich, der Jesus Christus segne dich, natürlich kannst du den Namen bisher anerwähnen, aber wenn du es mal vergisst, das ist überhaupt kein Problem, das ist ja geil. Das wirft dich ja nicht aus der Gnade. Hm, okay. Wie heißt der Vortrag? Und weißt du ungefähr die Minute, wo der Werner Gitt sowas gesagt hat? Die Minute weiß ich nicht, ich habe mir gerade so viele angesehen. Ich habe einmal Schätze im Himmel angesehen, also Schätze sammeln für den Himmel. Ah, okay. Ein Vortrag von Werner Gitt? Ah, ist das Schätze im Himmel? Ja, richtig. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das der jetzt war. Warte mal, wenn man noch einen Moment Zeit hat. Oh, ich habe so viel von denen gerade gesehen. Ja gut, wenn es dir einfällt, da kannst du nochmal ganz kurz den Chat oder kurz hochkommen. Ja, wenn ich den finde... Ja. Dann, wo schreibe ich das dann hin? Einfach in den Chat sagen, Reza oder Werner Gitt, Minute so und so, der Vortrag so und so. Ach so, da muss ich den ganzen wieder anhören. Ah, okay, ja gut, also wenn es dir einfällt, ne? Jo, mache ich. Alles klar, danke dir. Ja, ich danke auch, ne? Tschüss. Tschüss. Ja, euch auch. Tschüss. Ja, genau, das ist auch eine wichtige Sache, dass viele Christen sagen, ja, ich muss immer irgendeine Formel aufsagen, bevor ich was mache oder so. Nein. Der Herr ist schon mit dir. Du sollst nach vorne gehen. Ja. Joshua 1,9. Einer der wichtigsten Verse der Bibel. Geh du nach vorne. Der Herr ist schon mit dir. Sei mutig. Ich bin mit dir. Genau, habe ich dir nicht befohlen, dass du mutig sein sollst, so schreite voran und ich bin mit dir. Amen. Epheser 1, ja, der Herr hat uns gesegnet mit allen Segnungen. Du brauchst nicht zusätzliche Segnungen. Amen. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Sehr gut. Sehr schlecht. Ich höre den sehr schlecht, aber ich muss mich vielleicht schummen. Du musst mal die Kopfhörer rausnehmen oder näher ans Telefon kommen. Hallo. Hallo. Ja, jetzt besser. Okay. Kamelurin für euch alle. Komm, bring jetzt mal einen fetten Schluck. Und dann werden wir uns da weggehen. Die sagen, gute, gute Druck. Kamelurin für euch alle. Nehmen jetzt einen fetten Schluck. Du wirst sehen, das verliert alle deinen Druck. Das ist nicht mehr normal. Der Deutschrap ist, glaube ich, das letzte rein Kackamachen in das Gehirn der Menschen. So, diese Deutschen. Letzte Kackamachen in das Gehirn. Das ist das Richtige, ich küsse dein Herz, ich küsse deine Augen. Und deine Nasenflügel. Mit Scheid rinke zusammen. Servus Same. Ich habe mal eine Frage, zum Beispiel, ich schicke so viele Muslimen, ich kenne ja viele und so, mit denen man aufgewachsen ist und so, ich schicke denen auch viele Stellen. Zum Beispiel Sperma kommt aus den Rippen, Mond wurde gespalten, die Sonne geht in einen Schlammquell unter, Gok und Magok ist bis heute hinter zwei Bergen eine Kupfermauer eingeschlossen, hinter eine Kupfermauer, die zwischen zwei Bergen gespannt ist. Und, 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 da sind so viele Sachen und die wollen das trotzdem nicht glauben. Die sagen immer noch, da erzählen 20, Muslime erzählen 20 verschiedene Geschichten, weißt du, wie ich meine. Denkst du, das ist so das eigene Herz oder ich denke so auch der Teufel und die Dämonen, die helfen dem Islam wie jeder anderen Urlehrer auch, weißt du, wie ich meine, das ist so geistig, ist das und die hören darauf, gell? Und so, das ist auch so, Sünde ist das, gell? Ja, das Problem ist, egal was, manche sind so resistent, egal was du denen sagst, selbst wenn es sie vor ihren Augen ist, dass es falsch ist, ja, sie bleiben trotzdem da drin, das ist Wahnsinn. Ja, das ist krass, gell? Und, ja, da steht Sperma kommt aus den Rippen und so, da hörst du 20 verschiedene Geschichten da, nein, das meint das, das meint Muttermilch, das meint das, das steht gar nicht da drin, dann poste ich nochmal diesen Koranvers und trotzdem, du weißt, wie ich meine. Und, ja, ist so. Und die machen auch, du kannst auch die Koranverse auf Arabisch, kannst du die googeln, was bedeutet es, jedes einzelne Wort kannst du auseinandernehmen und da steht, die Erde wurde flach gemacht, sie wurde wie ein Teppich ausgerollt, gell? Dann erzählt dir ein Pyre Vogel, ja, das meint das Universum, den Urknall, dies und das, nein, das meint, dass die Erde flach wie ein Teppich ausgerollt wurde und so weiter. Und du, und diese Geschichte, Sura 18 mit Dulkarnayim, kennst du ja, gell? Ja, genau, das ist Alexander der Große, das ist ein riesen Fehler im Islam. Ich soll das Alexander der Große sein, weil das doch der Zweigehörnte, ich dachte, irgendein fiktiver Charakter, oder? Ja, ja, genau. Da steht, dass er ein Volk gefunden hat am Ort des Sonnenuntergangs und er hat gesehen, wie die Erde in ein Schwammquell, in ein Schlammquell untergeht. Ja, genau. Das wird auch bestätigt von Mohammed im Hadith, in Zahibukhari, ne? Das ist auf der Grundlage der Sura 36-38, das ist eine Katastrophe. Deswegen hat auch Sheikh Al-Fausan, der Sheikh der ganzen Salafis, hat gesagt, ja, ein Muslim darf nicht in der Naturwissenschaft glauben, der muss dem Koran mehr glauben. Weißt du, dass das eine Katastrophe ist? Ja, ja, genau, ja. Also nach laut islamischem Bild, die Erde ist flache Scheibe. Ja, die von dem Wal nun getragen wird, Sura 68, Vers 1. Von was? Von einem Wal namens Nun. Die Erde wird aus dem Rücken eines Wales getragen. Ja, krass. Krass. Daran glaubt der Islam. Ja, und du bist sogar... In der arabischen Welt bist du ein Kuffar, wenn du an Wissenschaft glaubst oder daran, dass es Satelliten gibt und dass es Raumfahrt gibt und so ein Quatsch und so. Und ich habe es in der Bibel auch schon erforscht, so. Da wird das Wort huk verwendet, das hebräische Wort huk, gell, das bedeutet Kugel und Kreis, gell, für die Erde oder Tabel, was bildlich für Welt benutzt wird und so. Ich habe auch so ein paar Sachen bei mir gepostet im Kanal, gell, und so auch von Roger Liby gibt es da auch so ein paar Stellen und so, gell. Ja, das ist ja crazy, das ist ja verrückt, ey, das ist ja Wahnsinn, wie kann man daran glauben und so. Aber der Teufel lügt dann gegen die Bibel, gegen das Wort Gottes, dass die alles falsch sagt. Nein, Bibel sagt, Erde ist flach und so, stimmt nicht, die benutzt das Wort huk, Erdkreis. Und beim Koran wird dann gelogen. Ja, der Koran sagt alles richtig, wie Pire Vogel, diese Lüge mit Taumai und so, das ist doch bloß gelogen. Der macht ja... Er sagt, dass das ein Straußlei ist, das ist seine eigene Interpretation, der Typ. Das ist Takier, Mann. Der Pire Vogel hat die ganzen Videos von Sakenei geguckt und hat das alles ins deutschsprachige Raum gebracht, das ist heftig, ne? Ja. Der Typ ist ein absoluter Betrüger, ist nichts anderes als ein Betrüger. Er selber wurde betrogen und jetzt gibt er den Betrug einfach weiter. Ja, ich sehe sein Herz vollkommen verhärtet gegen Gott. Und er lügt auch gegen Bibel, gegen alles. Das ist doch dumm, das ist doch sinnlos, was der macht. Das ist doch Wahnsinn, ist das doch. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen, ja, dieser Sakir, wie der heißt, meinst du diesen Pakistaner, gell? Ja, genau, den Pakistaner, genau. Den Schüler von Ahmad Dedat. Der sagt doch, man darf mit Ziegen, Punkt, 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 du weißt, der sagt, man darf mit Ziegen, und der sagt doch über Mohammeds Sachen, da würden hier die Leute ausrasten, der sagt, Mohammed war Homo, Es und so weiter. Er hat sogar Leute bezahlt, damit sie zum Islam konvertieren, auf Grundlage eines Hadiths, weil Mohammed das selber getan hat. Leute, Mohammed hat Menschen Geld bezahlt, damit sie zum Islam konvertieren. Und das findest du für den authentischen Quellen. Wusstet ihr das? Was? Was ist das? Ja, ja, das ist schon, das ist schon, das ist schon krank, Mann, auf jeden Fall. Und ja, was wollte ich noch sagen, ich muss schnell überlegen, ich finde ich deine Zeit lang. Okay, Gott lieb, du bist schon deine Familie. Okay, mach's gut, Arme, gell? Mach's gut, Gott lieb. Gott lieb. Tschau, tschau. Reza. Ja? Du kennst ja die Shows von Dr. Saka Naik, ne? Ja, ja, ja. Der Typ ist so am Ende, der hat sogar diese armen Pakistaner, Inder, wo er aufgetreten hat, hat ihn dort hinbringen lassen und sie dann in dieser Show den Islam annehmen lassen. Aber vorher hat er ihnen Geld gegeben, damit das so aussieht, dass die Menschen den Islam annehmen. Heftig, ne? Ja, ja, das wird mit allem betrogen und gelogen, damit halt dieser Islam sozusagen wächst und wächst. Genau, aber auf welcher Grundlage, das fragt man sich so, warum machen die denn sowas? Es gibt einen Hadith, der sei in Sahih Muslim, wo Mohammed dasselbe getan hat. Er hat Leute Geld gegeben, damit sie zum Islam konvertieren. Ja, hart. Hart, ne? Ich hab den Hadith gefunden. Eine Schande, Schande, Schande. Das ist heftig, das ist absolut heftig. Zeige ich dir, Bart. Jetzt hast du das Internet? Ja. Kannst du mal bitte für uns Sahih Al-Bukhari 3344 aufmachen? 33? 3344. Einfach Bukhari 3344 eingeben. Ja, 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 hab ich. Genau. Und dann geh mal bitte den Text dann übersetzen oder wenn du das drauf hast, dann kannst du den mal eben übersetzen. Ali sent a piece of gold, ist das das? Ali sent a piece of gold to the Prophet, who distributed it among four persons. Al-Akhra bin Habis Al-Hanzali, from the tribe of Mujashi, Uyayina bin Badr Al-Fazari, yeah, okay, who belonged to the tribe of the Bani Naaban and Al-Qamab, who belonged to the tribe of Bani Iqilab. So the Quraysh and the Ansar became angry and said, he, i.e., the Prophet gives the chief of Najd and does not give us. The Prophet said, i give them so as to attract their hearts to Islam, yeah, yeah. Da ist es. Er gibt ihnen Geld, damit der Islam attraktiv für sie wirkt. Ja, damit sie den Islam in ihr Herzen annehmen. Lasst euch vom Islam niemals betrügen, ihr Lieben. Lasst euch vom Islam nicht betrügen. Die sind vergiftet mit dem islamischen Geist, weil der Mohammed so was getan hat. Das ist heftig. Jetzt versteht ihr diese ganzen Dauerteams. Das sind alles Lügen und Betrüger. Sie dürfen lügen und betrügen, um Leute in den Islam reinzuholen. Wie der arme Björn, der sich für den Islam entschieden hat. Wie der arme Pierre Vogel, der sich für den Islam entschieden hat. Wie der arme Marcel Krass, der sich für den Islam entschieden hat. Wahnsinn, ne? Ja, ja. Es ist alles erlaubt. Alle würden gelogen, damit sie in den Islam konvertieren. Du musst also Leuten Geld geben, damit sie in den Islam konvertieren. So eine tolle Religion ist das. Ihr betrügt und lügt die Leute an. Ja, da ist irgendwie alles erlaubt, ne? Natürlich ist es im Islam dienst. Jeder Luge und Betrug ist erlaubt da, ne? Ja, Hauptsache die Leute irgendwie in den Islam reinzukriegen, ne? Aber es ist auch Propaganda-Art, ne? Die Nationalsozialisten haben ja auch nichts, keine Kosten gescheut, um die Menschen eben da zu infusionieren. Also so eine Infusion zu verpassen, das nationalsozialistische Gedankengut dann in sich aufzunehmen. Das ist eigentlich dasselbe. Ja, Propaganda, es war denn jedes Mittelrecht. Schrecken, Terror, Propaganda, alles wurde eingesetzt, um die Menschen zu Gehirn zu waschen, ne? Deswegen kam es ja auf dieses Buch von einem Islamwissenschaftler oder Islamkritiker. Wie heißt er nochmal, der Ägypter, Amir? Hamid Abdel-Samad. Samad, genau. Der islamische Faschismus. Und in diesem Buch zeigte er eben diese zwei Facetten, also des Faschismus und des islamischen Faschismus. Und bringt den halt zusammen, dass da eben eine große Parallelität ist, ne? Genau, eine große Parallele gibt zwischen dem Faschismus und dem Islam, ne? Dass die beide eben dieselben Wurzeln haben und denselben Gedankengut im Kern. Ja, allein durch Suche 3, Vers 110 wird das ja total bestätigt, dass aus ihnen die Herrenmenschen gemacht werden. So macht der Allah ja das aus ihnen. Sie fühlen sich überlegen. Ihr Blut ist kostbarer als das Blut der anderen. Wahnsinn, ne? Genau, ihr seid die Beste und alle anderen sind unter euch. Wahnsinn. Und so haben die Nationalsozialisten ja gedacht, ne? Wir, die arische Rasse, sind allen anderen überlegen und die anderen minderwertigen Rassen sind dann der arischen Rasse unterlegen und müssen dann dem sozusagen dienen als Sklaven. Also das war ja da die Ambition von Hitler eben durch Raumerweiterung, also Ostraumerweiterung und so weiter, eben die ganze Welt unter seine Fittische zu bringen, sodass die ganze Welt als niedere Rassen der arischen Rasse dient. Das war sein Ziel. Genau dasselbe mit Islam. Ja, mit islamischer Expansion eben die Menschen, die sozusagen unter den Muslimen stehen, zum Islam zu bringen. Und ja, damit sie halt zu den Herrenmenschen werden. Ja, und bist du nicht konvertiert, bist du sozusagen zum Untermenschen erklärt worden. Und dann war dein Leben halal für dir, also dein Blut. Ja, deswegen sagte der Mohammed ja, ich wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, bis die sagen, la ilaha illallah. Das ergibt ja jetzt alles Sinn. Mohammed wurde von Allah befohlen, alle Menschen zu bekämpfen. Ja, genau, dasselbe gab es im nationalsozialistischen Dritten Reich. Wer gesagt hat, der Führer Adolf ist unser Führer, der war sicher. Und wenn jemand dagegen rebelliert hat in Deutschland, der gesagt hat, nein, ich erkenne diesen Adolf Hitler, will ich nicht als Führer anerkennen, ja, dann hat der Staat ja einen Besuch abstattet. Ja, genau dieselben, das ist genau dasselbe, das Gleiche. Das Gleiche. Das ist eine totalitäre Ideologie. Ja, in beiden Ideologien herrscht eben diese totalitäre, dass eben die Meinungsfreiheit unterdrückt wird und sogar kritische Gegner mit Gewalt gedroht wird und sogar Gewalt angewendet wird. Und da sieht man eben sofort die Züge einer totalitären Ideologie. Und da gibt es diese Parallele. Und diese Parallelen eben wurden sehr gut ausgearbeitet in dem Buch von Hamad Abdel-Samad, der islamische Faschismus. Genau, das ist immer dieser Test, um herauszufinden, ob es sich da um eine totalitäre Ideologie handelt, ist, wenn du Kritik ausübst und diese Ideologie oder die Anhänger dieser Ideologie mit Gewalt drohen. Da weißt du, du hast es mit einer totalitären Ideologie zu tun. So war das zum Beispiel auch mit dem Katholizismus im Mittelalter. Hast du was gegen den Papst gesagt oder wolltest du eine andere Religion da machen und hast das abgelehnt? Ja, da kam die Inquisition zu dir. Das ist auch wieder totalitär. Aber das ist alles fernab von den Lehren des Herrn Jesus Christus, der eben sowas nicht befohlen hat, sondern das Gegenteil. Ja, dass der Mensch eben freiwillig zu Gott kommen kann oder freiwillig nicht zu Gott kommen kann. So wie Adam und Eva, ja, sie hatten den freien Willen vom Baum der Erkenntnis zu essen oder nicht zu essen. Die hatten den freien Willen. Der Gott, der Herr Jesus hat nicht als Diktator gesagt, wenn ich euch sehe, dass ihr überhaupt in die Nähe von diesem Baum kommt, dann mache ich euch platt. Nein. Die hatten die Freiheit, davon zu essen. Aber die mussten dann die Konsequenz tragen, ja. So wie wenn ein liebevoller Vater zu dem Kind sagt, du sollst nicht illegale Substanzen kaufen da von jemandem auf der Straße, ja, und das zu dir nehmen. Ich will jetzt das Wort nicht sagen, ja, vielleicht TikTok sportlicher Drogen. Und das Kind hört nicht auf den Vater, aber das Kind hat den freien Willen, das zu machen. Ja, der Vater ist ja nicht 24 Stunden da, um das Kind zu beschützen. Das Gebot kam von dem liebevollen Vater. Du sollst es nicht tun. Aber das Kind hört nicht auf das Gebot des liebevollen Vaters, das besorgt ist, sondern geht seinen eigenen Weg, kauft dieses Zeug, nimmt es und kriegt irgendeinen Schaden. Dabei, wer ist dann der Schuldige? Der Vater, der das Kind sozusagen vor dem Abenteuer bewahren wollte, damit das Kind nicht so einen schönen Abenteuer erlebt? Nein. Der Vater hat ein Gebot gegeben, damit das Kind geschützt ist durch dieses Gesetz. Aber wenn das Kind dieses Gebot des liebevollen Vaters übertritt, durch den freien Willen, dann muss das Kind die Konsequenzen seiner eigenen Sünden an seinem Leib ertragen. So wie gesagt, das ist auch die Bibel, ja. Bei der Hurerei, zum Beispiel bei der Unzucht, haben sie den Lohn an ihrem eigenen Leib empfangen. Das heißt, der Mann will einfach nur ein bisschen Spaß haben mit der Frau, auf einmal wird die Frau schwanger und dann kommt die Familie von der Frau und sagt, du kannst dich ja unsere Schwester so machen, schwanger machen. Du kümmerst dich jetzt um, du heiratest jetzt unsere Schwester und kümmerst dich um dein Kind. Und wenn der Mann sagt, nein, ich habe keinen Bock, dann kann es sein, in manchen Ländern, dass die Familie hingeht und den Mann kaputt macht, den beseitigt. Das ist so steht es in der Bibel. Die haben den Lohn ihrer eigenen Sünde an ihrem eigenen Leib zu tragen. Ja, oder die Frau selber, ja. Wenn die einfach vor der Ehe mit irgendwelchen Männern schläft und schwanger wird, ja. Auf einmal hat die ein Kind an der Wacke und muss dann jetzt dieses Kind einfach so versorgen, alleine und hat Mühe und die anderen Männer wollen dann diese Frau nicht, weil die wollen nicht eine Frau mit Kindern aufnehmen, die wollen selber nur eine Frau und mit der Frau selber Kinder haben und nicht eine Frau mit Kindern aufnehmen. Das heißt, sie macht sich das selber das Leben schwerer als vorher. Das heißt, sie hat die Konsequenz an ihren eigenen Leib getragen aufgrund von Hurerei und Unzucht. Die Bibel hat jedem Satz recht. Die Bibel ist eine einzige Warnung. Gesetz und Warnung. Machst du das? Du hast den freien Willen, du hast den freien Willen, das Gebot, also mein Gebot, Gottes Gebot zu übertreten. Aber da musst du auch die Konsequenzen tragen an deinem eigenen Leib. So. Soll ich jemanden reinholen? Ja, kannst du. Jetzt kommt ein Einäugiger mit der 666-Geste, mit der 666-Geste. Ja, ich sehe das auf seinem Profil. Ach so, ja, ja, okay. Aber der hat schlechtes Internet. Ja, da hat es sich nicht gelohnt, die Seele zu verkaufen für 5 Euro. 5 Euro Internet. 5 Euro hat sich nicht gelohnt. Ja, das ist immer heftig, wenn du das erwähnst, Nedeza. Da gibt es Satanisten, die dann für so ein Kaugummi so mitmachen. Die versteht man nicht. Aber zum Beispiel jemand, der seine Seele verkauft jetzt für Milliarde, also Multimillionär, Ruhm, Reichtum. Bei dem kann man das eventuell noch nachvollziehen. Verstehst du? So ein, wie heißt der Typ? LeBron James oder was? Ja, Leonardo DiCaprio, LeBron James und diese ganze Elite-Teufel-Typen da. Ja, das sind Leute, die sich was wert sind. Die sagen, ja, ich mache das, ich verkaufe dir meine Seele, aber ich will viel dafür haben. Und der Teufel ist gewohnt, er muss denen das geben. Aber es gibt Leute, die sagen zu dem Teufel, ich will nichts haben, ich will für dich umsonst arbeiten. Hauptsache, ich komme in die Hölle. Und der Teufel sagt, oh, ein richtig intelligenter Riesenherrn. Komm her, mein Kind. Komm her, mein Kind. Ich muss dir noch nicht mal was geben. Und du gehst trotzdem in die ewige Hölle. Super. Das ist so. Was Besseres gibt es gar nicht. Wenn man das mal überlegt, wie absurd. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Risa, was ist mit Muslimen, die Dauer machen? Das ist ja nichts anderes. Ja, ja. Risa. Ja, ja, das sind auch Verführte. Die denken, die können dann die Menschen ins Paradies holen oder was. Dabei führen sie alle in die Irre. Ja, absolut. Das sind Verführte, 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 Verführer. Risa, da gibt es einen Scherr in Amerika, der heißt, wie heißt der Typ? Der ist auch sehr, sehr bekannt geworden. Pierre Vogel folgt dem Typen sogar. Er hat überhaupt gar nichts drauf. Der will so immer Dauer machen mit Christen. Wie heißt der Scherr? Der ist doch Pakistaner, ist das. Aber die Christen haben den so auseinandergenommen. Das ist er. Da sagt er, da fragt ihn ein Christ, warum ist denn der, warum ist Jesus Christus der Einzige, der Messias genannt wird? Weil du weißt ja, der Terminus Messias ist ja der Ritter. Das ist ja Gott, der ins menschliche Dasein kommt, um für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Die Juden warten ja auf ihren Retter, auf den Messias. Ja. Und dann sagt er, ja, aber alle werden Messias genannt, die Propheten. Ein Scherr, Usman, ja genau, Usman heißt der, Scherr, Usman, ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Der ist so am Ende. Da kam einmal dieser, ein Christ, ein Bruder war da, ist der da hingegangen und hat den auf den Boden der Tatsachen geholt. Da kam er eben mit ihm, mit Markus 13, 32, sagt er, was ist denn der Kontext von Markus 13, 32? Sagt er, guck du. Gib dir so die Bibel. Er meinte, nein, gib du mir den Kontext. Sagt er, ja hier, gib du mir einfach den Kontext. Nein, nein, such mal bitte die Stelle raus. Auf einmal guckt er so nach hinten, sucht er im Alten Testament. Dieser Markus sucht im Alten Testament, dieses Scherr. Ja, die haben natürlich keine Ahnung von der Bibel. Die haben irgendwelche Sachen aus dem Internet gezogen. Ich habe mich totgelacht. Und so ist, dieses ganze Dauerprogramm, ist alles von diesem ganzen Internetzeugs, was die haben. Ja, ja, genau. Ein paar Internetseiten. Aber gut, wir müssen immer bereit sein, diese Dinge auch zu erklären, falls sie mit den Fragen kommen, die sie aus dem Internet genommen haben. Die muss immer bereit sein, die Schrift, also den Herrn zu verteidigen. Ja, Amen. Alle Zeiten müssen wir bereit sein. Alle Zeiten bereit sein. Gebt Geld und ich gebe euch Religion. Der Mohammed bezahlt Menschen. Das ist unglaublich. Gott segne dich, Amir. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich. Wie geht's dir? Handel, Jesus. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Na gut, ganz aber in der Arbeit. Ich hab gar nichts mehr zu trinken da. Das ist toll. Ich verfolge mich noch eine Zeit lang auf YouTube noch. Machst du eigentlich noch Livestreams? Ich mach noch Livestreams, ich komm noch nicht dazu. Aber demnächst werde ich das auf jeden Fall machen. Weißt du was mir passiert ist? Meine ganze Vorbereitung für den Livestream auf dem Rechner hab ich auf X gedrückt. Alles weg. Ich muss wieder alles suchen. Alles. Das ist unglaublich. Guck mal, was für ein Pech. Schon lang schon mal gesehen auf YouTube. Ja, ich hatte alles vorbereitet, weil das so lange gedauert hat, bis ich alles zusammensuche und so. Und dann hab ich einfach auf X gedrückt, alle Seiten, alle geschlossen. Jetzt muss ich alles von Neuen suchen und sowas. Jetzt dauert das wieder übelst. Oder fokussest du dich eher jetzt auf TikTok? Ja, natürlich. Hier kann man auch mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das ist auch eine gute Sache. Bis er wieder reinkommt. Kühlt Ivo, bist du da? Kühlt Ivo? Das kannst du keinem erzählen. Ja, traurig, dass sie nichts anderes zu tun haben, als zu melden. Ist einfach nur lächerlich. Ist einfach nur traurig, lächerlich. Kühlt Ivo, where are you? Lebensweisheit mit Kühlt Ivo. Wir wollen Beisheit von Kühlt Ivo. Ja, ich würde ihn ja gerne reißen, aber er ist nicht da. Kühlt Ivo, bist du da? Kühlt Ivo? Der Nocto hat es bestätigt, ja. Hallo, Amir, du warst vorhin einfach weg. Ja, die Muslime melden mich. Ja, ne, also, was ich dir sagen wollte, ist, schau mal, das mit der flachen Erde, wenn du jetzt Lukas 4, Vers 5 liest, ist meiner Meinung nach ein Beweis, dass die Erde keine Kugel ist. Und was die Elite, beziehungsweise Organisationen, wie die NASA, uns glauben machen möchte, dass wir einfach aus dem Nichts entstanden sind, in diesem riesig großen, endlosen Weltall, auf einer kleinen, unbedeutenden Kugel leben. Das ist doch genau das, was der Teufel uns vermitteln will. Verstehst du, was ich meine? Was hat denn jetzt Lukas 4, 5 jetzt da auf sich? Lukas 4, Vers 5, das ist doch da, wo der Satan mit Jesus auf den Berg gegangen ist und ihm gesagt hat, hier alle Königreiche, die du siehst, möchte ich dir geben. So, versuch mal von einer Kugel aus, auf einem Berg, alle Königreiche zu sehen. Das ist doch unmöglich. Und Gott gab uns ja die Naturgesetze, damit wir auch Gott beweisen können. So, wenn du jetzt versuchst, auf einer Kugel Wasser zu halten, beziehungsweise Wasser zu beugen, zu formen, das ist unmöglich. möglich. Aber die Menschen beschäftigen sich lieber... Danke dir für Kamino. Danke dir für Kamino. Unfassbar. Unglaublich. Unglaublich. Der denkt so, dass der Teufel ihm jetzt wortwörtlich so die Reiche der Welt gezeigt hat. Der Teufel hat gesagt, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Er hat ihm alle Reiche gezeigt, aber nicht in dem Sinne, dass du das so siehst. Wie kannst du denn von einem Berg die ganzen Reiche sehen? Weiß nicht. Das ist so heftig. Der Satan wird ja auch als Herr dieser Welt beschrieben. Der Herr dieser Weltzeit. Zweite Berichter 4, 4. Er hat ja die Macht und die Power hier auf der Erde. Den Leuten reichst du... Das ist heftig. Das ist so heftig. Nimm den Islam-Annamen. Ja, ja, klar. Meinst du, ich möchte dahin gehen, wo du hingehst, oder was? In die ewige Verdammnis? Nee, lass mal. Ja, jetzt nicht. Du kommst in Jehennem. Ja, da kommst du hin, wo dein falscher Prophet auch ist. Alle Ehre, die man in dieses Haus hat. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Hörst du mich? Ja, Gott segne dich schon an. Ja, ich wünsche dir auch Gottes Segen. Pass auf, ich habe nur eine kleine Frage. Mich haben gerade zwei Moslem zu einem Live eingeladen. Ich wollte mich darauf einlassen, weil die einen anderen Christen sehr dolle beleidigt haben. Ich wollte nur ein bisschen Aufklärung machen. Dann bin ich reingegangen und er sagte zu mir, ich habe die gegrüßt, ich habe sie freundlich gegrüßt und habe gesagt, hallo, herzlich willkommen hier und so. Da sagte er, ey du Jahil, du darfst mich gar nicht grüßen. Wieso redest du eigentlich mit mir? Ich sage, hä, was willst du eigentlich von mir? Ich verstehe das nicht. Du hast mir eine Einladung geschickt. Wieso darf ich dich nicht grüßen? Erklär mir das. Und jetzt wollte ich von dir wissen, warum darf ich dich nicht grüßen aus deren Sicht? Ach, du darfst ihn grüßen innerhalb der Christen, der Christenheit, zum Beispiel Zeugen Jehovas, Mormonen oder was auch immer, die Gottheit des Herrn Jesus Christus innerhalb des Christentums ablehnen. Ja, diese darf man nicht grüßen, auch nicht jetzt ausaufnehmen. Aber Muslime sind doch Heiden, Wötzendiener, haben mit dem Glauben nichts zu tun. Ja, dann wollte er von mir definitiv wissen, wo steht in der Bibel... Er wollte definitiv von mir wissen, wo in der Bibel steht, wo Jesus Christus Gott ist. Ich sage, du pass auf, ich kann es dir erzählen, aber du verstehst das eh nicht, weil du den Heiligen Geist nicht in dir hast. Ja, und nachdem ich das gesagt habe, wurde er beleidigend und dann habe ich gesagt, weißt du was, es macht gar keinen Sinn, mit euch weiterhin zu reden. Da hättest du einfach gesagt, ja, ich wünsche euch viel Kamelurin in eurem Bauch. Naja, ich muss jetzt meine Tochter von der Schule abholen. Ich wollte nur die eine Frage, warum darf ich den eigentlich nicht grüßen? Ja, die beziehen sich auf den ersten Johannesbrief, wo es heißt, dass wir diejenigen, die innerhalb des Christentums sind, nicht grüßen wollen, also die, die die Lehre nicht bringen. Achso, alles klar. Und dass man sie nicht grüßen darf und auch nicht ins Haus aufnehmen. Aber das bezieht sich auf die Zeugen Jehovas und Mormonen und alle möglichen, die Gott der des Herrn Jesus Christus ablehnen. Alles klar. Gut, Amir, ich wünsche dir für deine Missionsarbeit noch viel, viel Kraft und auf jeden Fall Gottes wundervollen Segen. Ja, dir auch, mein Gott. Ich wünsche dir deine Familie. Bis dann, ciao. Ciao. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Alles gut? Oh, Freund. Ja, Handel Jesus, wie geht's gut? Wie geht's dir? Alhamdulillah. Ich hab ne Frage an dich, ja? Ja. Guck mal, in der Ungolung steht, als Jesus auferstanden ist oder gekreuzigt wurde, ich weiß nicht mehr ganz genau, steht, dass es ein Erdbeben gab, dass Menschen aus dem Grab rausgegangen sind und dass der Tempel in zwei gespalten wurde, ne? Ja. Und wenn man jetzt Lukas, Markus und Johannes vergleicht, da steht nichts davon. jetzt denk ich mir so, das sind so krasse Ereignisse, warum haben die drei, die anderen drei das nicht, ähm, erwähnt? Müssen die doch nicht erwähnen. Die müssen nicht immer alles gleichzeitig erwähnen, sonst wäre das ja ein großer Betrug. Wenn die alle dasselbe erzählen wollen, dann hätten wir nur ein Evangelium, richtig? Und woher wusste Lukas, dass Matthäus das später erwähnen wird? Bitte? Woher wusste zum Beispiel Lukas, Johannes oder Markus, dass später Matthäus das erwähnen wird? Wie das denn das, dass die das erwähnen werden? Was weiß jetzt? So was, so was lasst man doch nicht einfach so, ja ne, das macht doch gar keinen Sinn. Ja ne, stell dir mal vor, du machst eine Zeugenaussage und so eine krasse, so krasse Ereignisse, ne, welches beweist, dass Jesus wirklich ein mächtiger Mensch war, lässt er einfach so, einfach so, lässt er einfach. Ja, was, wie gehst du denn, wie gehst du denn dann mit dem Koran zum Beispiel um, als der Mohammed, Nein, nein, er antwortet erst mal. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, um die Sache zu erklären. Wie gehst du denn damit um, als Mohammed gesagt hat, oder beziehungsweise die Leute gesagt haben, dass er den Mond gespalten hat und niemand das in der Zeit aufgeschrieben hat? Es gibt ja keine Dokumentation darüber, dass er irgendwie den Mond gespalten hätte. Keiner der Menschen weltweit hat das gesehen. Hä? Das ist gar nicht mit einer Nation, das merkst du selber, ne? Bitte was? Okay, woher weißt du, dass der Prophet den Mond gespalten hat? Das steht im Koran. Ja, also, was brauchst du so? Ja, also, warum hat das denn niemand dokumentiert? Ja, vielleicht, weil nicht jeder 24 Stunden auf den Mond guckt, ne? Diese 8 Milliarden Menschen keinem ist es aufgefallen. Achso, okay. Der Mond spaltet sich und ich schreibe das mal einfach so auf, ne? Ich bin in Amerika. Da muss doch irgendjemand das dokumentiert haben in der Geschichte, dass jemand den Mond gespalten hat, denn jeder sieht doch den Mond. Okay, war der Mond 10 Stunden lang gespalten oder was? Dass man das einfach so dokumentieren sollte? Der Koran behauptet, dass der Mond gespalten wurde. Es muss doch außer Koran nicht etwas geben, dass das Beweis ist. Wir haben nicht irgendeine Dokumentation darüber, dass der Mond jemals gespalten wurde. Hör mal zu, warte, mach doch, geh doch mal auf mein Punkt. warte, siehst du, so ein großes Ereignis, so wie du sagst. Das kann man ja auch auf dich übertragen, auf dein Koran. Aber reicht das nicht, dass Allah es sagt? Reicht das nicht, dass die Bibel es sagt? Nein, weil wir haben vier Zeugen. Wir haben ja nicht. Ja, aber warte mal, reicht das nicht aus, dass alle Evangelien sagen, dass er gekreuzigt wurde? Guck mal, weißt du, wie der Koran entsteht? Hör mal auf zu lachen. Du weißt doch, du weißt doch, wie der Koran entstanden ist. Die Sahaba haben sich getroffen und da kamen, sag mal jetzt die Wahrheit. Nein, hör mal zu. Und die Sahaba haben sich getroffen, ja, und da waren mehrere Menschen, Allah, zum Beispiel ein Sahabi hat den Vers vorgeniesen, das ist doch ein Beweis genug, dass da so viele Menschen das nicht bezweifelt haben oder so. Ja, aber der Koran hat ja tausend Widersprüche. Allah, Allah, ja, 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 ein Sklavenkindes anstatt selber zu machen, kann er das von einem Kind abtransportieren lassen. Guckt euch das bitte an. Und dann sagen die zu mir, der islamische Staat sind khawaric und haben keine Ahnung von Islam. Ja, es ist noch ein langer Weg, ne? Ja, es ist. Ja, es ist. Es sind langsam Muslime auf, auch durch deine Arbeit, klar, sehr langsam, aber ja, es werden immer mehr aufwachen, ja? Das ist schon eine gute Sache, was du da machst. Ja, dem Herrn sei das. Das ist sehr, sehr wichtig. Alle Ehre dem Herrn. Amen. Aber auch so viele Beweise, wie es immer gibt, die Leute, die wachen, es kommt ja jedes Mal immer was Neues, findet man, aber die Leute, die wachen trotzdem nicht so auf. Die lehnen diese ganzen Suchen und Verseen irgendwie trotzdem mal ab? Das check ich nicht. Vor allem diese ganzen pädophilen Suchen. Da müssen die doch aufwachen. Ja, die meisten Leute leugnen ja die Suche 65 Vers 4 durch die Auswege der gesamten Gelehrten, ne? Selbst ihre Gelehrten sind auf einmal Idioten, die keine Ahnung vom Islam haben. Das ist das Heftige. Die Gelehrten sind auf einmal Idioten, die keine Ahnung vom Islam haben, wenn es um Suche 65 Vers 4 geht. Und zwar alle. Nicht nur ein Teil, sondern allesamt. Ja, ja, krass. Ja. Und dann sagen die auf einmal, ja, Sayy al-Bukhari, den akzeptieren wir nicht und den akzeptieren wir auf einmal nicht. Natürlich, ich würde auch die Leute nicht akzeptieren und würde rausgehen, aber die bleiben drin und bleiben heuchlerisch. Ja, dann sagt einer des Koranite und dann gibst du ihnen ein Vers, zum Beispiel Suche 434 oder wie das heißt, mit den meidet sie, schlagt sie, meidet sie im Ehebett, schlagt sie. Ja, nee, das steht nicht drin, das stimmt nicht. Das bedeutet nicht genau so, wie das da steht. Ja. Egal, was du machst, die glauben dir nicht. Ja. Ja. Es ist ja auch so, was haben die hier gemacht. Aber immer am Ball bleiben, immer dranbleiben, immer die gewissen Themen ansprechen. Man weiß ja nie, wer da drin ist, wer das wissen möchte oder so, ne? Ja, das ist richtig. Du musst auch auf jeden Fall weiter damit machen. Das ist eine sehr wichtige Arbeit. Weil du bist, du als Ex-Muslim, du kannst natürlich die Muslime noch mehr erreichen, wie wenn ein Christ, weißt du, ein schon wiedergeborener Christ, der nichts mit dem Islam zu tun hatte, versucht, die Leute zu ziehen. Ja? Ja, mit der Kraft des Herrn geht das, ob du Ex-Muslim bist oder nicht bist, das ist egal. Solange deine Intention und deine Aufklärungsarbeit dementsprechend mit Beweisen angeheftet ist, dann kannst du schon von ausgehen, dass die Muslime sich darüber auch Gedanken machen. Du musst halt die Beweise bringen. Du kannst nicht einfach so reden, ohne etwas auch zu beweisen. Ja, genau. Das machst du ja die ganze Zeit. Ja, genau. Und deswegen ist der Satan sehr, sehr sauer. Du siehst ja, dass die sogar jetzt Bots erstellt haben, um mich zu melden. Das ist krank. Ja, genau. Genau. Eine andere, niemand würde so vorgehen. Das ist ja Quatsch. Wenn du nicht wirklich so eine Detonation ausgelöst hast, würde niemand so was in Anspruch nehmen. Ich möchte sehr gerne in die reingehen. Oh, oh, oh. Bitte, bitte, Nigger, bitte. Du kannst gerne, du kannst in die Kava reingehen. Ich möchte sehr gerne in die reingehen, in die Kava. Ich glaube, hier ist ein Zwerger. Du nigger. Ich würde nicht. Hallo? Macht er gerade macht er Werbung für den Islam? Hat er Werbung gemacht? Ja, die repräsentieren den Islam, aber siehst du wie? Er hat Werbung gemacht. Er hat Werbung gemacht, Amir. Ja, sehr gut. Sehr gut. Diese Art von Werbung mag ich sehr. Das ist Maschallah-Werbung. Ja, Maschallah-Werbung noch mal. Ich habe mir deinen Kamil-Song angehört. Sehr gut. Hat mir sehr gefallen. Ich meine das ernst, ich würde den kaufen auch. Ich würde diesen Song kaufen und den würde ich auch nicht kaufen. Mein Song geht an die Decke. Hallo? Ja, ich möchte den bitte hören, Armin, bitte. Klar, den kannst du gerne hören. Kamilorin, für euch alle. Kamilorin, gib dir heute. Kamilorin, nimm einen dicken Schluck. Der versetzt dich in Welten und nimmt dir deinen Druck. wie fandest du den? Wie fandest du die Lieben? Sehr gut. Wie fandest du die Lieben? Habe ich nicht eine Nachtigall-Stimme? Der war noch am Ende, war der noch am besten. Sehr gut. Mit viel Leidenschaft. Gänsehaut. Meine Gänsehaut hat sogar Gänsehaut bekommen. Jetzt siehst du die ganzen Verrückten wieder unterwegs. Karneval ist ja wieder da. Da sind die Jäcken wieder los. Ich glaube, ich gehe ein in irgend so ein Bierzelt oder was, dann singe ich meinen Song. Was meinst du, was die alles für Tränen in den Augen bekommen? Dr. Scherer, wo haben wir denn her? Dein Song hat uns so berührt. Die kriegen direkt richtig Pipi in den Augen. Bepi, Bepi. Wahnsinn. Wo ist mein Bruder hingegangen? Diese Abo-Hetzerei. Gute Frage. Du bist ja hingegangen. Es hat sich ganz schnell hier rausgeschlichen. Hat der fein gemacht. Hat der fein gemacht. Ja, hat der sehr fein gemacht. Ja, ich bin jetzt auch gleich zu Hause. Muss ein bisschen ein paar Sachen erledigen. Aber siehst du, das System sieht das sogar, dass ich nichts Schlechtes gesagt habe. Das sind einfach Bots, die mich melden und dann bin ich auf einmal weg. Das ist heftig. Aber Armin, du merkst wirklich, wie Satan hier auch aktiv ist. Zum Beispiel, wenn du in den Kommentaren schreibst, die Wiedergeburt ist das Wichtigste. Auf einmal, Kommentar wird gefiltert, wird gar nicht so ausgestrahlt. Ja, das ist heftig. Das ist unnormal heftig. War's, Lisa? Ja. Ich musste kurz mein Kamelorin warm machen. Lisa, mach du auch mal einen Kamelorin-Song. Wie würden sich denn deine anhören? Da muss ich mir was ausdenken. Ich kann singen, einfach. Was ist denn jetzt? Kamelorin, Urin, 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 oh, du, 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 odorin, Ohin, 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 Ohin. Du musst viel trinken, mindestens drei Liter am Tag. Das heißt es ja von den Ärzten. Man muss ja bis drei Liter, vier Liter trinken. ja stimmt da hast du recht sehr sehr gute sagt du bist wirklich deine stimme ist eine stimme ist sehr sehr nachtigall artig ist auch wirklich mir ja nachtigall ich kann sehr gut singen wie ein vogel ich bin sehr begeistert von dir ein paradies vogel ja sehr sehr schön hast du schon mal paradiesvögel gesehen haben wir die männer was sie machen um die frauen zu bekommen was die show die machen leute kennt ihr noch die kennt ihr noch asterix und obelix wo die von cesar diese prüfungen bekommen diese zehn prüfungen oder was das auch immer war da hat er sehr sehr versucht asterix und obelix durch jede prüfung zu schicken um sie zum fall zu bringen und da gab es dann eine prüfung wo die auf einmal in so ein sinnliches reich kommen voller frauen essen welche voll mit so köstlich was zum trinken und sowas und die leute wollten nie wieder weg ich habe sofort an allahs himmelreich gedacht siehst du komik das ist cartoon ja 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 und obelix verkörpert man da diese die fliegen und mit ferrari fahren wir sagen den ganzen tag mit ferrari fahren zusammen vielleicht kannst du auch so turbo turbo booster da dran machen und dann den ganzen tag jagen du kannst dann einstellen wie schnell er dann so rennen kann du denkst du das lieber auch über asterix und obelix der ein egypt haben reden war und der asterix im hinterher ist er oder war das irgend so ein oder was war das sofort schnell war gar nicht das heftige ist ja haben wir wenn du über diese islamische paradies den muslimen jetzt ist die lachen es war alles selber sofort das ist wirklich das Aber die halten trotzdem daran fest. Das ist, was ich nicht verstehe. Gottes Hegel, Schwester. Hier schreibt jemand 1. Korinther 11, Vers 3. Lass mich daran zweifeln, dass Jesus Gott ist. Bitte um Hilfe. 1. Korinther 11, Vers 3. Ja. Schreibt jemand. 1. Korinther 11. Was steht denn da? Ich weiß es leider nicht. Aber es wurde in den Kommentaren geschrieben. Kann man jemand mal vorlesen? Ja, Sekunde. 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Und der Mann aber das Haupt der Frau und Gott aber das Haupt des Christus. Ja, genau. Das hat aber nichts zu tun. Der Christus wird da als Mensch, als Messias genannt. Und der Herr Jesus musste sich natürlich auch als Mensch Gott dem Vater unterordnen. Aber als Gott, Jesus Christus als Sohn Gottes Gott, muss er sich nicht unterordnen. Aber als Mensch muss er sich unterordnen dem Gott, ja. Wir kennen ja den berühmten Satz vom Herrn Jesus Christus, als er gesagt hat, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er nennt also den Vater Gott, so wie der Vater auch den Sohn mit Gott benennt. Hebräer, Kapitel 1, Vers 8-12. Beide nennen sich Gott. Ja. Der Vater nennt den Sohn Gott und der Sohn nennt den Vater Gott. Innerhalb dieser Gottheit sind sie Gott. Genau. Das ist das. Es gibt keine Rangordnung, kein gar nichts. Ja, das Problem ist aber, wenn der Herr Jesus zum Beispiel als Mensch bezeichnet wird, Amir. Ja. Da sagen die, siehst du, der ist doch Mensch. Ja, wie Hansi, als wir mit dem geredet haben, der Typ Araf, der hat überhaupt gar nichts. Wo der gesagt hat, siehst du, es gibt nur einen mit letztlich in euch und Gott. Das ist Jesus Christus. Ja. Heftig. Genau. Ne? Der Herr Jesus wird natürlich auch als Mensch benannt in der Bibel, als auch als Gott. Es gibt Leute, die eben diese ganzen Stellen, wo der Herr Jesus als Mensch bezeichnet wird, nehmen und sagen, siehst du, da ist doch nur ein Mensch. Aber die lassen dann die Verse außer Acht, wo der Herr Jesus auch als Gott bezeichnet wird, oder sich selbst zu Gott erklärt. Ja. Das sind Menschen mit einer verdorbenen Gesinnung. Allab hier vorgehalten. Ja. Ja. Ja, genau. Die können nicht unterscheiden, wann Jesus von seiner menschlichen Gestalt spricht und wann seine Gottheit aus ihm spricht. Wie bitte? Ne, die Schwester, ich sehe die hier selber gar nicht da drin, aber die war ja gerade hier drinnen, oder nicht? Die ist noch drinnen, glaube ich. Mehr sehen Sie nicht. Ich weiß nicht, ich bin hier. Nochmal, ich habe dich nicht verstanden. Ich bin noch da. Ja, hast du es verstanden, was ich gesagt habe? Ich habe es verstanden. Und die Person in den Kommentaren, die die Frage gestellt hat, glaube ich auch. Ah, okay, das war nicht deine Frage, sondern jemand aus dem Chat. Genau. Ah, okay. Sie hat geschrieben, dass sie weiter die Bibel liest und versucht, es zu verstehen. Ja, genau. Also wir dürfen diese beiden Seiten nicht aus Acht lassen. Der Herr Jesus als Gott und der Herr Jesus als Mensch. Wann wird er als Gott bezeichnet? Wann wird er als Mensch bezeichnet? Das Johannes-Evangelium beschreibt den Herrn Jesus hauptsächlich als Gott. Das beginnt schon mit seiner Gottheit. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war selber Gott. Also Gott war bei Gott. Da sehen wir schon, dass es mehrere Personen gibt innerhalb der Gottheit. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja, das Wort, was Gott selbst isst, ist Fleisch geworden, hat Fleisch angenommen und hier auf der Erde und wohnte unter uns. Direkt mit der Gottheit. Direkt mit der Gottheit, ja. Da wird der Herr Jesus direkt als Gott beschrieben. Der ewige Gott, der Sohn Gottes als Gott, der ewige Mensch wurde. Zum Beispiel Johannes 10, Vers 28, ja. Der Herr Jesus sagt, ich gebe den Menschen das ewige Leben. Wenn man jeden Menschen auf der Erde fragen würde, ein Muslim, wer gibt den Menschen das ewige Leben? Da würde ich sofort aus dem FF sagen, ja, nur Gott kann den Menschen das ewige Leben geben. Kein Engel, kein Mensch, es ist nur Gott selber. Ja, da muss man sagen, danke schön. Hier, Johannes 10, Vers 28, der Herr Jesus ist Gott. Der gibt das ewige Leben. Das Johannes-Evangelium beschreibt den Herrn sehr oft aus der Perspektive Gottes. Johannes 10, Vers 28, bevor Abraham war, bin ich. Da ist oben noch einer dazugekommen, Gottes Segen. Ja, Gottes Segen, ich habe mal eine Frage an euch. Ist ja alles schön und gut so, was ihr da so redet, glaube ich auch. Aber warum benehmen sich Reza und, ich glaube, Ex-Muslimen, warum macht ihr euch immer so lustig und so provozierend über die Muslime? Ihr wollt doch die Muslime, die die Herzen gewinnen. Und mir kommt das so vor, als wenn ihr die so fertig machen wollt. Das hast du gesagt, als Verstand. Wir wollen die Muslime gewinnen, aber es gibt halt sehr viele lustige Bestandteile des Islams. Das ist zum Beispiel diese Paradiesvorstellung, dass der Allah den Muslimen 72 Jungfrauen gibt, die der Muslim eben jeden Tag 100 Millionenfach die Jungfrauen zerreißt beim Ballern. Und dann gehen diese Juhuris wieder in die Schlange zurück und Allah macht wieder die Jungfrauenhäutschen wieder zu, bis sie wieder an die Reihe kommen und wieder das Jungfrauenhäutschen zerfetzt wird. Ich verstehe das nicht. Ist das lustig, ist das schön oder lustig, diese Geschichte? Ja, sag du mir mal, wie stellst du dir das vor, wenn du das so hörst, diese Vorstellung? Wie kann man da nicht lachen, Mann? Wie geht das, Mann? Würde Jesus, ich sag mal, würde Jesus auch so jetzt hier bei TikTok... Natürlich, der Herr Jesu Christus hat sogar die Geldwechsler, als sie im Tempel seines Vaters das gemacht haben. Was hat er denn getan? Das stimmt, aber er hat sie doch nicht ausgelacht, er ist durchgedreht. Ja, der wird dann ausgepeilt, besser, mit der Panschik drauf und die rausgepeilt. Sollen wir das machen mit den Muslimen? Aber er war ernst bei dem Thema. Sollen wir das machen mit den Muslimen, anstatt zu lachen? Ich finde, wenn das ein Muslim sieht, ja, ein Muslim sieht... Hast du schon mal gelacht über den Islam? Bitte? Hast du schon mal gelacht über die lustigen Bestandteile des Islam, sei ehrlich? Nein, 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 hab ich nicht. Ach, hast du nicht? Mit PAN, mit PAN, jetzt hast du noch nie gelacht und zerfetzt, eine Jungfrauenhäutsche und sowas, noch nie gelacht. Ehrlich nicht, hab ich nicht, nein, nein. Ah, okay, natürlich, ehrlich. Ja gut, dann findest du die Sachen nicht lustig. Ja, es kann sein, dass du zum Beispiel eine Komödie guckst und weinst. Ich habe keine Ahnung, was du für ein Mensch bist. Ja, guck mal, jeder ist ja auch anders, habt ihr auch recht. Genau, das meine ich damit, ne? Du guckst zum Beispiel Komödien und weinst. Wir gucken genug Menschen, die ihr vielleicht gewinnen könntet, weißt du? Aber durch dieses Lachen, durch dieses Kindesche ziehen, denken die sich auch, was sind das für Idioten? Ne, ich habe recht. Darf ich aber sagen, wir haben recht. Ich glaube, wir müssten auch ein wenig über diesen Unsinn lachen. Ja, wenn du meinst, also ich könnte nicht nur drüber lachen. Ich würde denken, wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt vor nichts planen hätte, würde ich denken, hä, was sind das für Fries? Ja, weil du ja dem Geheimen in deinem tiefsten Herzen doch den Islam gut findest mit dieser Jungfrau. Nein, 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 das stimmt nicht, nein, das stimmt überhaupt nicht. Du bist jetzt zum Beispiel einem Psychologe und der erklärt dir dein wahres Ich, weil du selbst dich nicht kennst. Nein, ich weiß doch, wen ich folge und was ich gut finde. Nein, 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 das sagen auch die Zeugen Jehovas, die sagen, ich weiß, wenn ich folge und ich muss denen trotzdem sagen, ihr kommt in die Hölle, ihr seid nicht echt. Also ich weiß, wenn ich zum Beispiel zum Rechtsanwalt gehe, sage ich jetzt mal nur ein Beispiel, ich gehe zum Rechtsanwalt und ich habe ein Problem und erzähle denen irgendwie, was ich gemacht habe, eine Straftat und die war vielleicht ein bisschen lustig und der Rechtsanwalt wird dann erstmal lachen und mich auslachen, dann würde ich auch sagen, ey, was bist du vom Rechtsanwalt, hallo, ne, ich komme hierher, ich möchte gut, sage ich mal, oder professionell bedient werden oder behandelt werden und dann jetzt lachst du mich erstmal aus, weißt du, so auf diese Schiene kommt ihr mir so ein bisschen vor, weißt du, wenn du, ja, wenn du etwas Lustiges gemacht hast und der Rechtsanwalt findet das lustig, ja, du bist zum Beispiel jetzt, er hat Geld, zum Beispiel in der Bank überfallen und bei dem Rennen ist deine Unterhose runtergerutscht und du rennst mit deinem nackten Hintern und du erzählst das dann deinem Anwalt und der fängt dann zu lachen, ist das lustig, darf er lachen oder ist das nicht lustig? Wenn er vielleicht ein bisschen schmunzelt, ist das noch okay. Ja, aber vielleicht findet er das so ein bisschen mehr als nur schmunzeln. Willst du ihm das Lachen verbieten? Was, wie viel Grad? Wenn er vielleicht mal kurz lacht, ist okay, aber jetzt immer noch. Also du bist derjenige, der erklärt, wie viel, wie viel Grad die Menschen lachen müssen, bis wie viele Stufen, ab welchem Grad die Wärme, ab welchem Zeitpunkt des Tages. Mir kommt das nur so ein bisschen so künstlich vor, dass ihr das so künstlich macht, weißt du, so künstlich. Kann doch nicht mehr wahr sein. Du bist also der Lachminister Deutschlands. Du erklärst den Menschen ungefähr, ab welchem Zeitpunkt, die lachen müssen, bis welchem Grad. Den solltest du mal geben, unter Gläubigen. Untergläubigen Christen sollte den vielleicht mal geben. Du sollst Buße tun, mein Lieber. Du sollst Buße tun, wenn du überhaupt ein Christ bist, was ich nicht glaube, aber du sollst Buße tun. Okay, das weiß ich ja nur der Herr. Wer was ist? Ja, Herr, sagen alle. Matthäus 7, sagt der Herr Jesus, sie sagen zu mir alle, Herr, Herr. Das ist immer gleich dieses Angreifen. Du kennst mich nicht, du hast mich nie gesehen. Du weißt gar nicht. Du hast doch schon uns jetzt erklärt, wer du bist. Ja, ne, ich hab niemand, du weißt gar nichts von mir. Ich wusste ich nicht, ich brauche noch nicht mal deinen Namen. Deine Gesinnung hast du offenbart gerade. Was habe ich denn für eine Gesinnung offenbart? Dann erklär mir mal, wer ich bin. Komm mal reißen, mal los. Dieses islamische Verteidigung. Ich habe überhaupt gar nichts mit dem Islam zu tun. Ich ziehe mir das die ganze Zeit hier nur rein und ich finde auch so gut, was ihr auch sagt. Gar keine Frage. Ja, dann behalte das Gute. Guck mal, warum macht das? Behalte das Gute, weil keiner ist perfekt, du auch nicht. Hier, der Evangelist Christ, der 777, den siehst du nie irgendwie, auch wenn ihr lacht, er lacht nicht. Er lacht aber über andere Dinge. Doch, der lacht auch über andere Dinge. Und die anderen auch nicht, das sind immer nur ihr beiden. Immer nur ihr beiden. Ihr macht euch immer nur über so. Und dann müsst ihr euch nicht wundern, dass die Leute auch auf euch hast. Jenny, was ist das hier, Mann? Sinnlose Gespräche, wo wirkt dazu nichts? Geh bitte runter. Ja, ich warte, ich lache, dann muss man zurückgehen. Du kannst nicht weggucken. Tschüss. Ja, tschau. Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel von jemandem, der nicht wiedergeboren ist und eben aufgrund der Werke immer den Geschwistern auf die Nerven geht. Ja, selber nicht so auf die Reihe kriegt und immer nur am Meckern und am Nörgeln ist. Das ist ja ein Judas, ja? Das ist so ein Judas. So wie der Herr Jesus gesagt hat. Oh, Jesus, du willst doch nicht das Öl für deine Füße, dieses teure Öl einfach vergießen auf deine Füße. Da kann man doch die Armen mit diesem Öl versorgen. Ja. Ja, und das hört sich an, als ob der eine lautere Gesinnung hat. Aber es ist nicht so. Was das Krasse ist, was ich immer wieder anspreche, wenn die sagen, Armi, warum lachst du denn? Ne? Dann sage ich ja, ich bin ein Mensch. Ich lache über gewisse Bestandteile und gewisse Antworten, die irgendjemand gibt. Natürlich irgendwie dann mein Gehirn schaltet und dann lache ich nicht darüber. Aber wie erklärst du dir, dass dein Teufel Gott die Menschen auslacht, die gerade in der Hölle am Brennen sind? Warum akzeptierst du das und machst das denn nicht fertig? Ja, das war ein Moslem, der hat sich als Christ verkleidet. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber das ist mal die Frage. Da muss man fragen. Warum akzeptierst du dann deinen eigenen Gott? Ne? Warum hast du dann damit überhaupt kein Problem, dass er Menschen auslacht, die gerade am Brennen sind und er lacht dir aus? Haha Gott sei Dank. Schön, dass ihr gerade am Verrecken seid. Haha. So, Risa. Ja, ja. Der würde da bei Elia, Amir, ne? Wo der Elia, äh, die, äh, zum Beispiel den Baal so sich darüber lustig gemacht hat. Der würde zum Elia gehen und sagen, ey, hör auf damit, man macht sich nicht lustig. Ja, genau. Zum Propheten Elia würde man mehr auf, zu dem Baal zu hören. Ja, ja. Wo der Elia sich lustig gemacht hat über den Baal. So nach dem Motto, der Baal kann ich nicht hören, der ist auf Urlaubsreise, auf Jocker. Ja, genau. Da würde der hier hingehen zum Elia, zu dem großen Propheten und sagen, ey, Bruder, wir haben nicht so zu lachen über andere. Haha. Das ist so ein richtiger Judas, der nicht wiedergekommen hat. Haha. Ein richtiger Judas. Ja, aber es ist kein Problem. Es ist, wie ich schon sagte, es ist das Problem, dass man ein Judas ist. Aber es ist kein Problem. Du musst ein, nicht ein Judas bleiben. Du kannst Judas Dasein heute ablegen, wiedergeboren werden und dann zu den Geschwistern, mit den Geschwistern gemeinsam ziehen. Und dann wirst du auch so ein guter Bruder wie der Bruder denn ist. Hier spricht keiner denn, äh, jemandem das Heil ab. Man kann niemandem das Heil ab sprechen, der das Heil überhaupt nie gehabt hat. Genau. Äh, ich weiß nicht, warum denkt ihr das Protestanten, äh, es läuft ab, warum wird mein live die ganze Zeit gemeldet? Was ist das denn jetzt? Ja, von den Judassen innerhalb der Christendarstelle? Ja. Die meisten Christendarsteller hier, die sind noch schlimmer als die anderen Fraktionen, die melden. Hundert Prozent. Hundert Prozent. Die allerschlimmsten Menschen auf der Erde sind diese Christendarstelle. Das sind die allerübelsten Sorte. Geh mal kurz einfach. Wir sind Brudermörder. So, da möchte noch jemand Tobi. Wir legen nur, äh, es interessiert nur das, was die Schrift sagt. Nichts sagen, was die schriftliche Meinung. Äh, gottessegen. Hallo! Friedi, gottessegen, gottessegen, hast du eine Frage? Hi, Amir, hi, Rüse. Hallo, grüßtig. Hi, grüßtig. Göttessegen. Göttessegen. Hast du eine Frage? Äh, hört man mich? Ja, ne, eine Frage nicht. Ich hatte eigentlich eine Ermutigung für uns selber, jetzt, was der Herkunft gibt bei Lukas 6, ab 37. Weil die Brezden sagen ja, dass die Christen immer hätten würden und würden richten und was weiß ich was, Sachen machen gegen den Islam und so und die Bibel warnt uns ja selber davor, ne? Hört man mich? Ja. Ja, zum Beispiel bei, habe ich ja schon gesagt, Lukas 6, 37, da steht ja Warnung vor dem Richten, ja? Dürfte ich kurz mal vorlesen da, mein Bruder? Ja, das ist ja dein Screen, musst du dir erst mal fragen, ja? Ja. Ja, da steht ja zum Beispiel, und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebet, so wird euch auch gebet werden. Ein guter, vollgedüttetes und gerütteltes und überfleißiges Maß wird in euren Schuss schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr andere zumeßt, wird euch wieder zugemessen. Ja, also, wenn Leute sagen zum Beispiel, dass wir Leute richten und so, ich meine, unsere Bibel gibt ja schon die Antwort darauf, also können die uns gar nicht damit anklagen, weil wir das sowieso nicht fragen werden. Die das machen, weil, der Bruder hat das eben richtig gesagt, es gibt auch fünf Christen, die abends Christen, die sagen, die wären zwar Christen, aber das sind eigentlich die Wölfe in Schafsfällen. Ja, genau. Und da muss man auch sehr aufpassen drauf. Ja. Ja. Es gibt zwei Arten von richten. Einmal sollen wir richten. Und wie gesagt, Brüder, macht weiter so. Ich weiß, der Herr leitet euch. Ja, Amen. Amen. Na gut, ich tu den mal raus. Bruder Dennis, hörst du mich? Hört man mich gut? Ja, ja, man hört sich. Ja, okay. Ja, okay. Ich muss das nochmal klarstellen hier, was das Richten bedeutet, wann wir richten müssen und wann wir nicht richten dürfen. Ja, diese Verse, ihr sollt nicht richten, da wird eben Römer Kapitel 2, ab Vers 1, Apostel Paulus geht auf dieses Richten ein. Ja, das heißt, da ist jemand, der richtet einen anderen Person, aber tut selber das Gleiche, worin er den anderen richtet. Ja, der hat gerade vor zwei Minuten gelogen, der Heuchler, und dann sagt er jemanden, wenn er jemanden sieht, dass er lügt, sagt, ey, wir dürfen nicht lügen, lügen ist nicht gut, ja? Das ist so ein klassischer, typischer Heuchler, der andere richtet, aber sich selber nicht richtet. Ja? Wadam Aleikum. Äh, Reza, ich hab mir das angeguckt, ja, ich hab's eingegeben. Ja? Ja. Und was war eigentlich mit Ihnen und ABK, also mit Ex-Muslim? Was soll denn mit Ihnen sein? Ich hab gesehen, ABK hat viele Videos gedreht. Ja, ja, der hat versucht halt, äh, ja, den Armin zu benutzen, um, äh, noch mehr, äh, Reichweite zu bekommen. Ja. Ja, also schon krass, dass die, äh, es tippt doch sportlich, äh, Amir halt, äh, Nackentherapieren wollten. Ja. Ja, aber das ist der Islam halt, ne? Deswegen sage ich, du bist ein, ein normaler Mensch, ne? Und du hast in dieser Religion nichts zu suchen, ne? Das ist die Religion, ist, das ist die Religion von IS und was weiß ich was, ne? Diese ganzen Leute. Ja, aber wir schließen ja, unsere Gelehrten schließen ja die IS aus, so weit ich weiß. Ich bin nicht um die Gelehrten, es geht darum, was hat der Mohammed getan, was verlangt Allah im Koran. Und das machen die Leute von der IS, die setzen alle Befehle im Koran und die ganzen Befehle von Mohammed, wie der gelebt hat, wie der Dschihad gemacht hat, der Mohammed. Und das machen die auch. Die setzen, die machen ihren Propheten nach. Ja, die Libyen-Propheten, die setzen ihn als Vorbild und machen das nach. Die schämen sich nicht für Mohammed und die schämen sich nicht für den Koran. Aber diese Shisha-Muslime in Europa da, ne? Diese Disco-Muslims, die schämen sich für diese ganzen harten Bestandteile des Islams. Die wollen lieber Shisha rauchen und Disco-Party und so weiter. Darf man als Christ Shisha? Nein, das ist verboten. Du darfst nicht den Tempel zerstören, was der Gott ihm gegeben hat. Gott sagt, dass der Körper des Menschen gleichzusetzen ist mit einem Tempel, wo der Gott Platz nimmt, wenn der Heilige Geist in dir Platz nimmt. Und dann darfst du diesen Tempel, wo der Heilige Geist drin Platz nimmt, nicht zerstören. Mut will ich durch Medikamentenmissbrauch, Alkohol. Ja, alles, was deinen Körper schädigt, ist Sünde. Ja, und hattest du und Ex-Muslim mal mit anderen Leuten einen Streit draußen, weil die euch wiedererkannt haben? Ich bin ja nicht so wie Amir ja so bekannt und islamkritisch da, also mich kennen die Leute ja nicht so. Aber Amir, ja, der wurde das ein oder andere Mal, ja, ein bisschen härter angegangen, ne? Glaube ich so. Aber nur verbal. Jetzt nicht körperlich, aber so ein bisschen verbal, ne? Aber selten, so wie ich das von ihm gehört habe. Aber der ist da selber da, der kann antworten. Amir. Habt ihr Familie in Iran? Ja, ja, die ganze Familie ist in Iran, alle, komplett. Aber wenn die da auch bedroht wegen Amir, weil er ja nicht dahin darf und du wirst ja... Ne, 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 das ist im Islam verboten, ja. Nur die lasttragende Sünde, die selber die Sünde getan hat, muss zur Verantwortung gezogen werden, nicht ein anderer. Brauchst du noch Iran? Ich könnte eventuell, aber ich glaube nicht. Das ist auch schon für mich zu gefährlich. Weil ich auch sehr oft schon gegen den Islam geredet habe im Internet. Ja. Da siehst du mal, wie wundervoll diese Religion ist, ne? Das F im Islam steht für Frieden und jeder kann gerne seine Meinung äußern im Islam. Niemand wird aufgehalten, keiner wird Nacken therapiert. Der ist so krank, ey. Das ist... Ja, das ist Irrenanstalt hier, ehrlich. Das ist so krass. Und dann siehst du noch, wie so linksgrüne Leute mit dieser Gesinnung sagen, ja, nein, Islam ist auch tolle Religion, nicht darüber reden. Und das ist Wahnsinn. Das ist weg. Ex-Muslim, warum redest du nicht mit Abul Barra oder Haidar Al-Mussawi? Also warum debattierst du nicht mit denen? Ich habe noch nie mit Abul Barra geredet. Mit den anderen habe ich doch schon geredet. Auch mit Haidar Al-Mussawi? Mit Al-Mussawi habe ich doch schon längst geredet. Natürlich. Also der Sheet, oder? Ja, natürlich, ja. Und Pirah Vogel hat dich blockiert, oder? Auf dem einen Account hat er mich blockiert. Aber was bringt das denn? Ich kann mir doch immer einen Account machen und trotzdem auf seine Videos reagieren. Der ist so fertig, der Typ, ey. Das ist krass. Das ist so typisch, so Pirah Vogel-Niveau. Der denkt sich so, ja, jetzt kann der nicht mehr meine Videos sehen. Ja, aber Pirah Vogel, es arbeitet doch mit der IS zusammen. Nein, ach, die IS will den doch umlegen, was der arbeitet mit IS zusammen. Nein. Der ist einfach ein deutscher Konvertit, der einfach einen Fehler gemacht hat und den Islam eingeführt wird. Fällt das gar nicht. Und jetzt sieht ihr das wahre Gesicht des Islams, als 2015 ein Kalifat ausgegründet wurde, äh, ausgerufen wurde. Und durch Abu Bakr al-Baghdadi, der, äh, rechtmäßige Kalif des Islams ist. Also er ist der Prinz der Gläubigen, Amir al-Mu'minid. Und wer sich weigert, der wird dann knackentherapiert. Ganz genau wie die anderen, äh, die Herrschaft an, an den Nagel gerissen haben. Al-Mussawi Talib hat sich mit dem Schwert durchgesetzt. Omar ibn al-Khatab hat sich mit dem Schwert durchgesetzt, nicht wegen der Mehrheit der Muslime. Aber Ali ist doch der erste Kalif. Was? Ali ist der, äh, rechtmäßiger Kalif. Ja, das sagt die Schiiten, aber die, ähm, die, ähm, haben da eine andere Meinung, andere Sichtweise, ne? Und was ist deine Meinung zu Al-Aviden oder Al-Aviden, die Ali als einen Gott sehen? Das ist doch, das ist doch Dödsinn. Die selber betiteln sich nicht mal als Muslime. Al-Aviden ist eine eigenständige, irgendeine Religion, Abspaltung von den Shia. Ja, deswegen verschieden die Shia sich auch sehr gut mit den Al-Aviden. Aber die haben mit dem Islam ja nichts zu tun. Das ist, das hat nichts mit Islam zu tun. Mit Konsens der Gelehrten sind das Kufal. Du musst mal eingeben, den Namen Ibn Taimiyah. Das ist ja der Scheich des Islams, laut Sunnis. Also den Selafis und so, ne? Und dann siehst du auf einmal, dass er in seinen Werken gesagt hat, dass die Al-Aviden zu den Kufal gehören und sie knackentherapiert gehören. Heftig, ne? Das heißt, der Scheich von Abul-Badar, der Scheich von Abul-Badar, Pierre Vogel und so, sagt so eindeutig in den, bei Wikipedia kannst du seinen Namen eingeben. Dann siehst du in der Diskographie, siehst du dann, was der da sagt über die Al-Aviden. Siehst du dann? Ja, jetzt hat der einen Rücklauf. Dann kannst du es noch mal sehen. Ich hab kurz einen Anruf. Du musst raus und wieder rein. Hallo? Hallo? Ja, Gottes Segen, hallo. Ich hab gedacht, ich komm mal eben ganz kurz hoch. Und zwar Reza und Fabri. Ich hatte das eben im Chat geschrieben mit diesen Heils absprechen, ne? Das war nicht böse gemeint, sondern ich hatte das so verstanden, dass er eher sagen wollte, dass man mehr in Liebe agieren sollte. Und dann hatte Reza ja gesagt, dass viele sagen Herr, Herr. Und das klang dann so, als wenn man ihn unterstellt, er sei kein wiedergeborener Christ. Und das fand ich so ein bisschen schwierig. Weil ich glaube, er meinte das nicht böse. Doch, er meinte das böse. Nur du hast nicht eben diese Geistesunterscheidung. Es ist den Brüdern gegeben, um die Gemeinde Gottes zu führen. Okay. Ja, gut. Es ist ja so, zum Beispiel haben wir Beispiele für ein falsches Nettsein, was trotzdem der Herr Jesus als Wolf im Schafspelz bezeichnet. Ja, Petrus zum Beispiel. Sagst du dem Herrn Jesus, Herr, geh nicht diesen Kreuzesweg, schone dich. Ja, ja. Töte dich nicht. Wie hört sich das an? Nett? Fürsorglich? Ja, ja. Fürsorglich, ne? Aber es ist böse. Der Herr Jesus sagt, geh hinter mich, Satan, weil du willst mich abbringen. Ja, etwas vermeintlich Nettes dahinter steckt, aber der Satan. Wohingegen etwas Hartes, da der Heilige Geist dahinter steckt. Und diese Geistesunterscheidung hat der Herr, Gott, Jesus Christus, den ältesten einer Gemeinde gegeben oder Brüder, die erfahren sind, ja, um die Gemeinde Gottes zu führen. Keine Frau, ja. Die Frauen müssen sich unterordnen und eben keine Führung übernehmen, weil die Frau aufgrund ihrer Natur und aufgrund ihrer Beschaffenheit und aufgrund ihrer Emotionalität von der Schlange leicht verführbar ist. Ja, okay, da gebe ich dir vielleicht recht. Ja, wir Frauen sind sehr emotional, das stimmt schon. Ja, genau. Deswegen hat die Führung eben nicht den Frauen, also wurde nicht den Frauen gegeben, damit sie eben nicht von der Schlange verführt werden können, weil die Männer sind da nüchterner. Ja. Ja, gut, mir tat das nur so leid, weil ich so dachte, oh, der meint das bestimmt gar nicht so böse, aber wenn du das anders... Das sind Emotionen, siehst du die Emotionen? Ja, ja. Aber da musst du auch... Du darfst kein Mitleid haben mit den Wölfen. Siehst du das, Meiner? Mhm. Weil du kannst die Leute, indem du so was schreibst, bei so vielen Zuschauern so auch versuchen, in die Irre zu führen, ne? Deswegen, das sieht dann immer so aus, als würden wir jeden das halt absprechen. Ja, okay, dann entschuldige ich mich auf jeden Fall bei allen und auch bei allen Zuschauern, dann habe ich das falsch verstanden und ja, es tut mir auf jeden Fall leid. Macht auf jeden Fall weiter so und Amir, ich verfolge dich ja auch schon länger, deine Lache ist einfach legendär, das wollte ich nochmal eben sagen. Also wirklich. Und... Dein Kamelurin-Song, den hätte ich gerne auf Spotify. Wie geht das, ey? Das kann nicht wahr sein. Das ist ein Muss. Du musst einen Song produzieren. Ja, ist echt so. Richtig professionell, so mit Cover und dann Kamelurin in der Hand. Nein, alles gut. Reza, das müsste echt mal organisiert werden, ihr beide. So richtig, das muss professionell gemacht werden, das macht ihr bitte. Die Brüder Gang. Ja, da müssen sich Christen melden, die eben so ein bisschen Ahnung haben von Musik machen, PC und so weiter. Nein, Bruder Reza, wir reden hier von einem Millionen-Business. Wir reden hier nicht von... Das ist ein Millionen-Business, also... Ja, ja, ja. Das wird schon in die Decke schlagen. Danny möchte auf jeden Fall Anteil haben, merke ich gerade. Ja, veressen, ne? Er möchte Anteil haben. Ja, weil ich möchte dann meinen Bürgerladen aufmachen, meinen eigenen Gott. Oh, nee. Nein, dann entschuldige ich mich öffentlich, auch Reza, bei dir nochmal und bei den anderen Zuschauern, dann sind die Gefühle wieder durchgegangen. Tut mir leid. Ja, genau. Also es gibt eine Art Mitleid, die muss da sein. Das ist für die Geschwisterschaft, für die Menschen. Ja, der Apostel Paulus sagt, weint mit den Weinenden, lacht mit den Lachenden. Das heißt also, wir müssen empathisch sein. Die Menschen lieben ihre Sorgen auch als unsere eigene Sorgen, sehen ihre Freude als unsere eigene Freude, ja. Und aber es gibt ein falsches Mitleid, was der Satan von dir abverlangt, um eben sein Gift reinzubringen und seine falschen Leute. Und diese Wölfe, die sich als Schaf verkleidet haben und so nett rüberkommen wie so ein Schaf, aber innerlich sind sie reißende Wolfe. Das ist die Gefahr für die Gemeinde. Ja. Okay, dann höre ich in Zukunft einfach nur noch zu und lasse meine Finger still beim Menschen. Ja, Leute, alle bitte folgen. An alle Geschwister jetzt, das ist mein neuer Account, mit dem werde ich jetzt aktuell nur noch live sein. Bitte alle folgen. Also bitte einmal nicht folgen. Niemand soll folgen. Bitte alle den Bruder entfolgen. Alle folgen. Genau, das ist ein Erfolg. Nein, alle folgen. Bitte alle den Bruder entfolgen. Folgt dem Evangelisten. Entfolgt dem Evangelist Christ alle. Jetzt. Ein, zwei, drei. Leser, dieses Bild im Hintergrund, das ist so einmalig. Wenn die Muslime das nur prüfen würden, ne? Ja. Ja, das ist cool, das Bild. Könnt ihr euch mal rauen? Ja, genau. Ich hole mal einen neuen hoch, ne? Ich hole mal einen neuen hoch, ne? Gottes Segen. Danke, dass ihr hier warst. Gerne, gerne. Da will wieder der eine hoch, oder? Hä? Was ist denn der jetzt? Hör mal, die Zuschauerzahl ist bei 306 seit einer Stunde. Ja, bleibt doch noch um. Einschränkung. Zweimal. Die haben das eingefroren. Die haben das eingefroren. Ja, einschränkung. Das bekomme ich auch immer. Seit einer Stunde sehe ich nur diese 306. Ja. Bestes. Ja, bei mir steht 345. 345, ja. Ach so 345, ja. Dann muss ich nochmal raus und rein, warte. Position ungenau. Suche Satelliten. So. Und das heftige ist, Amir, das Wort Jannah und Jahannam ist so voll ähnlich, ne? Merkst du das? Ja, ja, das ist richtig, ja. Das heißt, das muslimische Jannah, Paradies, ist unser, oder hebräisches Wort Gehenna, ist dasselbe. Das muslimische Paradies ist das jüdische, ist die jüdische Hölle. Gehenna. Gehenna. Da ist der HSV, nur der HSV. Hallo? Moin, Gottes Segen euch alle. Ich wollte einmal kurz mit Amir schnacken. Ja. Amir, ähm, erstmal moin, wie geht's dir? Ja, moin, ja, gut, ne? Und dir? Ja, wunderbar, das Kamelurin haut voll rein, ey. Ich hoffe, du hast nicht ein zu viel Kamelurin zu dir genommen. Ansonsten, ja, bitte. Ich misch doch mit Milch, Digi, weißt du doch. Ja, sehr schön, dann ist gut. Alles gut. Naja, ich wollte dir nur was sagen. Hast du das schon mitbekommen mit Kian Kemanchai? Hast du das schon mal mitbekommen? Ne, was ist denn mit ihm? Den kennst du ja, ne? Ja, den seh ich ja ab und zu mal auf TikTok und der ist ja auch bekannt durch die Kundgebungen, ne? Ja, ja, ganz genau. Und der hat letztens ein Video rausgebracht bei YouTube, ähm, das erstellt die Christen auf eine Stufe mit dem Islam. Und ich weiß ja nicht, ob du dir mal das Video reinziehen möchtest. Und daran sieht man ja, was das für Geistunterscheidung er hat, ne? Also er stellt die Christen gleich wie mit dem Islam und den Muslimen. Also radikal jemanden zu lieben, heißt radikal jemanden dann auch Nacken zu therapieren für ihn, ne? Weißt du, warum der das macht? Der hasst alle Religionen und alle Glaubensgrundsätze. Der ist nämlich ein Hardcore Atheist. Richtig, weil er hauptiert sich immer selber, weißt du? Und er will immer selber im Mittelpunkt stehen und wenn das irgendwas nicht ihm passt und so, weißt du, dann hat er keinen Bock mehr drauf. Ja, das ist heftig. Also bei ihm ist es mir aufgefallen. Er hatte sehr große Abneigung auch gegenüber allen Religionen. Aber ganz besonders halt gegen den Islam. Ja, gegen den Islam hat er natürlich, er hat ja damals in Berlin ja diese Kurz-Demos, diese Judendemos ja ja mit organisiert. Und dadurch hat er sich ja mehr durch die Schriften, hat er da mehr erfahren dadurch und ist dann aus dem Islam ausgetreten. Aber dass er jetzt das Christentum gleich stellt, ähm, mit dem Islam finde ich schon echt bodenlos von ihm. Und ja, ich weiß nicht, was alle Religionen der Welt sozusagen abschaffen. Und ein ganz normales System, wo der Mensch im Vordergrund ist. Also Humanismus. Ja, ja, Humanismus. Ja, ja, ja. Humanismus. Und mein Bruder kann das auch nochmal erklären, ne, warum die Iraner so sind, ne, wegen dem Islam. Und der Islam hat so sein Land ja ruiniert. Und sie machen dann alle Religionen, geben sie die Schuld. Weil Religionen dann nur Gift für die Menschen sind. Was natürlich richtig ist. Ist auch richtig so. Religionen sind ja auch Gift. Aber ist Jesus Christus eine Religion? Das ist meine Frage. Ist Jesus Christus eine Religion? Nein. Nein. So sieht's aus. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Aha. Du siehst also, dass Religion... Das ist leider der springende Punkt, den die Muslime leider nicht verstehen wollen, ne. Weil ich hab letztens... Also gestern hab ich auch mit einer Frau debattiert, die Muslimin ist. Ich kann's ihm das tausendmal erklären, solange das nicht bei denen... Was ist das da im Hintergrund dran? Wer klingelt da? Klingelingeling. Klingelingeling. Hier kommt Doktor Sheikh Abu Amir. Klingelingeling. Klingelingeling. Hier kommt Sheikh Abu Amir. Sheikh Abu Amir. Sheikh Abu Amir. Naja, auf jeden Fall, Amir, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Amir, ich wollte noch sagen, ähm, eigentlich müsstest du jeden Tag 20, 15 pro 7 Primetime sein. Jeden Tag zwei Stunden. Ja, natürlich, das ist nicht Programm. Selbst für die Geschwister und für die Muslime. Damit die, damit die Gesellschaft hier mal aufwacht und mal sehen, was hier los ist, ne. Ja, hätten wir morgen eine Revolution, bevor der rauskommt. Lesa! Lesa, was... Ja, das würde ja morgen eher Revolution sein hier in Europa. Ja, absolut. Ja, genau, das war's eigentlich. Das war eigentlich mein Standpunkt Amir, das wollte ich dir gesagt haben. Und ich wollte noch fragen, kannst du noch online kommen? Also geht das noch? Ja, später eventuell, so Gott will. Dann werde ich dann wieder kommen. Aber du siehst ja, die sperren mich, die haben ja Bots. Das ist heftig. Ja, das ist doch mal hart, ne. Ja, ja, Mann. Das Satan ist sauer. Sollen sie ruhig Geld ausgeben. Die armen Seelen. Ja, gut, die Männer. Gott, es singt euch ein. Bleibt gesund und... Ja, ne. Danke, dass du hier warst. Ja, nicht dafür. Ich freue mich immer, mit euch zu reden. Oder wenn ich noch mit Amir reden kann, ist das immer ein Highlight für mich. Weil ich bin dem Bruder Amir einfach. Er ist einfach das Beste. Und er soll einfach gesund bleiben und einfach stabil bleiben, wie immer. Und ja, genau. Euch auch, ne. Die anderen, die hier natürlich auch. Okay, gut. Danke für deine Segenswünsche. Nicht dafür, nicht dafür an mir. Jo, dann kick die mich drauf. Ja, ja. Tschüss. 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 Ja, komm, der Ex muss hin. Guck, Digger. Ex muss hin. Ähm, kannst du mich bitte entsperren? Wer, wer muss entsperren? Er hat mich gesperrt. Er kommt drei. Ex muss hin. Amir oder was? Amir. Ja. Ja, dann hast du bestimmt was gemacht, warum er dich gesperrt hat. Weil ich wohl Jeremy geschrieben habe. Was hast du geschrieben? Jeremy? Jeremy. Jeremy. Jeremy? Ja. Ja. Er muss, ich weiß nicht. Irgendwas Schlimmes hast du bestimmt gemacht. Sonst würde er dich nicht sperren. Er kann er mich entsperren? Jetzt musst du ihn fragen. Dr. Scheich Abu Amir. Dr. Scheich. Amir ul Mu'minin. Amir ul Mu'minin, bist du da? Erde. Erde. Erde an Amir Mu'minin im Weltall. Antworte bitte vom Weltall aus. Du großer Amir, Emir. Du Weltall, du Weltall, Emir. Ja. Antworte. Ich antworte. Was möchten Sie denn? Michael Kors. Wer stört mich in meiner Mach 3 Gillette Schienbeinrasur? Deine Michael Kors. Michael Krutz. Michael Krutz. Michael Krutz. Michael Krutz. Michael Meyers. Michael Meyers. Michael Meyers wurde von dir gesperrt. Hey, kannst du mich bitte entsperren? Ja, was hast du denn gemacht? Du hast bestimmt schlimme Sachen getan. Nein, nein, nein. Ich hab wohl Jeremy geschrieben. Das hast du mich gesperrt, weil du wütend hast. Ach so, warte mal. Ich guck mal. Ah, Blockierung. Okay, mach's gut. Gott segne dich. Bist du auch live in deinem eigenen Stream? Oder was, Amir? Wie? Nein. Nein. Die sehen das doch, wenn ich live bin. Sobald die gucken bei Postausgänger oder da oben, wird das angezeigt. Ja, ja, ja. Ja, okay. Hast du ihn entsperrt oder was jetzt? Ja, ich hab ihn entsperrt. Ja, dann werde die jetzt demnächst wieder die Nerven zerstören. Ne? Ja, ja. Ne? In Cianna wird wir Cianna, in Cianna wird wir fliegen, ohne Choral ein Vergnügen. Alla Walla 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 Ein Gumpfrau im Holzunterreißen Wann fing denn da bei Eisen? Das ist ein Schamane! Das ist Schamanismus, wie nennt man das? Aber ich finde den Song wirklich auch sehr... Der Song ist sehr, sehr authentischer. Authentischer wird es gar nicht mehr. Der will wie Son Guk und Jena fliegen und mit Uren Ainsicht vergnügen. Leza, wie sieht das aus, wenn die da diese 1,6 Kilometer breite Ghetto-Hintern dann kommen? Mit Milch, das schmeckt uns alle gut. Leza, kennst du diese übertriebenen Videos von Tiger und sowas? Das ist ja eine Anlehnung auf Jena, also Allahs Himmelreich, diese Ghetto-Hintern. Heftig. Was meinst du, wenn die twerk in, dann bilden die ganze Erde. Das ist so krank! Das ist so krank! In Jena, 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 wenn wir alle dann fliegen und Jungfrauen reißen und dann werden wir dann fliegen und dann werden wir liegen Wo wird das tun? Hallo, hört ihr mich? Das ist eine Kanton-Religion, man. Hör da auf, er ist ja heftig. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Gottes Segen. Was hast du auf den Herzen? Jesus Christus möge euch alle segnen. Ich habe eine kleine Frage. Und zwar habe ich mich mit einem Sunni unterhalten. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen Sunni und Salafist ist. Sunni sind alle Salafis. Salafis gehören zu der sunnitischen Ausrichtung. Es ist nur innerhalb des Sunnitentums eine Richtung halt. So wie Mohammed das gesagt hat. Man soll den ersten bis drei Generationen des Islams, also der Muslime folgen. Die Tabi'in und Tabi-Tabi'in. So ist das. Okay. Und zwar habe ich ihn darauf angesprochen wegen der Sura. Sura 9, Vers 29. Und darauf hat er mir kommentiert, das war damals, weil die Ungläubigen etc. uns angegriffen haben. Dann habe ich ihn gefragt, gilt das aber immer noch von heute an? Weil der Koran muss ja zeitlos sein, so wie ich gehört habe. Und er meinte, nein, das gilt nicht. Das gilt nur damals. Und so wie auch Jizya, dass es nicht mehr gilt. Ja, da kannst du ihm ja gerne den Tafsir von Ibn Kathir zeigen. Was ist das? Einfach mal den Tafsir von Ibn Kathir in sein Gesicht rücken und dann sagen, jetzt liest mal, was der Ibn Kathir zu dem Thema sagt. Und er zitiert auch die ganzen Gelehrten und auch Mohammed. Aber kennst du den Vers 29? Bitte? Und der gilt also immer noch? Doch, natürlich ist das allgemein gültig, hallo? Die Muslime müssen die gesamte Welt erobern. Der Islam teilt die Ungläubige Welt in, also die Welt in Ungläubig und Nichtgläubig. In Dalal Harb und Dalal Islam. Haus des Islams, was islamisiert wurde. Und Haus des Krieges, was noch islamisiert werden muss. Das ist das große Problem. Die lügen einen hier nur an. Natürlich, die befinden sich in der Minderheit. Suche 3 Vers 28 ist jetzt gerade, werden die gerade praktizieren. Wenn du dich unter der Ungläubigen Macht befindest, so darfst du das wahre Gesicht des Islams verstellen. Das sagt uns zum Beispiel Al-Tabari und auch Ibn Kathir, wenn du den Kommentar dazu durchliest. Auch Ibn Uthaymin, ein Neuzeit-Salafi-Gelehrter, einer der hoch angesetzten Gelehrten des Salafis. Cheikh Ibn Uthaymin. Der sagte, was ist das Urteil für die Muslime, die sich innerhalb der Kuffar-Länder befinden und sich mit den Kuffar vermischen? Da sagt er zweifellos, es ist die Pflicht eines jeden Muslim, die Feinde Allah zu hassen. Also dich, mich und alle, die den Islam ablehnen. Der Muslim ist verpflichtet, uns zu hassen. Aber was denjenigen betrifft, für die die Muslime bei ihnen Dauer machen, so dürfen sie ihnen schmeichen und sie anlügen, um sie in den Islam reinzuholen. Weil das ist Pflicht auch für die Muslime. Deshalb ist der Hansi und diese ganzen Leute vergiftet und lügen von morgens bis abends, um die Muslime in den Islam reinzuholen. Wahnsinn, ne? Weil sie sich unter der ungläubigen Macht befinden, dürfen die das wahre Gesicht des Islams verstellen. Schlimm sowas. Und ich habe mich noch weiter mit ihm unterhalten. Jeder kann das nachschlagen, jeder kann das nachlesen. Und in dem Tafsid von Ibn Kathir, da zitiert er eine Geschichte von Abu Adarda, der sich unter der Macht der Ungläubigen befand. Und dann sagte der Abu Adarda, das ist ja ein Sahabi von Mohammed, der sagte, wir lächelten manchen Nichtmuslimen ins Gesicht, während unsere Herzen sie verfluchten. Es ist eine ganz krasse Aussage. Und ich habe mich noch mit dem Sunni unterhalten. Es ging ja um den Al-Burak oder wie der heißt, dieser fliegende Esel oder so. Genau. Und der meinte mir, dass es in der Bibel auch gibt. Und zwar in der Offenbarung, wo Drachen erwähnt werden oder so. Stimmt das? Ja, da gibt es halt diese Wesen, mit denen wir, also die Gläubigen, die Heiligen vom Himmel mit dem Herrn Jesus wieder runterkommen auf die Erde. Ja, das habe ich auch schon mal besprochen, dass eben diese Wesen, pferdeähnliche Wesen, die Flügel haben. Das ist ja der Pegasus zum Beispiel, aus der griechischen Mythologie. Die haben ja diesen biblischen Thema halt nachgeäfft. Der Satan hat ja durch Mythologien, wie zum Beispiel die römische Mythologie oder die griechische Mythologie, eben diese biblischen Themen nachgeäfft und eine eigene Kreation daraus gebastelt. Ja, das ist schon richtig, ja. Also sind das jetzt die gleichen oder sind es verschiedene? Diese islamische Version ist natürlich eine Kopie und eine falsche. Ja, das Original ist in der Bibel. Alles, was außerhalb der Bibel ist, ist eine Fälschung. Auch der Burak ist eine Fälschung von den wahren Pferden, die vom Himmel runterkommen werden mit den Gläubigen, also mit den Heiligen, alle zusammen da drauf, mit dem Herrn Jesus. Okay. Da siehst du zum Beispiel bei Hollywood, glaube ich, das heißt TriStar oder so, Hollywood Produktionsfirma. TriStar oder so, da siehst du auch diesen Pegasus Pferd mit den Flügeln, ja. Weil Satan eben auch der Hollywood beherrscht, kennt natürlich die Bibel und weiß auch von den Dingen, die kommen werden. Und deswegen, also verpackte das auch in Bildern und öfters nach. TriStar, äh, TriStar Hollywood Produktionsfirma. TriStar, glaube ich, heißen die. Ja, da werde ich mal nachschlagen. Auf jeden Fall bedanke ich mich für die Fragen, die ich beantwortet habe und wünsche euch noch einen gesegneten Tag. Ja, danke dir auch. Gott sei Dank. Ja, hier war noch einer drin, aber der ist gegangen. Der hat wahrscheinlich zu viel Fachwissen gehört eben. Er hat gedacht, da spreche ich lieber nicht. Ja. Übrigens, Harry Potter zum Beispiel, in einem Film von Harry Potter Reihe, da kommen die auch diese, aus dem Wald kommen die halt, ne, diese Pferde, die Flügel haben und sowas, ne. Und so Tiere. Und das sind halt diese Cherubimengel, die Gott erschaffen hat im Himmel, die eben auch wie Tiere aussehen, aber dennoch halt Flügel haben und fliegen können, ne. Und Harry Potter ist ja nichts anderes als die Verkörperung auch der Bibel, Antichrist, Satan, die Schlange, Lord Voldemort ist ja Satan, Harry Potter ist Jesus Christus. Also diese ganzen Darstellungen, beziehungsweise gleichzeitig auch Antichrist, Christus und Antichrist in einem, Harry Potter, der hat ja diese Siegrune als Tätowierung auf seinen Stirn, das Malzeichen, also diese Blitzsymbol, was Lukas 10, Vers 18 als Satan bezeichnet wird, der Blitz. Bruder, Bruder Reza, ich muss dir eine Stelle von Harry Potter erzählen, das war, ist brutal, da hat er, ähm, also, da haben die zwei sich unterhalten über Harry, ne. Ja. Und dann sagt der eine, Harry ist nur geboren, um zu sterben, um das Böse zu besiegen. Dafür ist Harry Potter geboren. Ja, genau. Ja, der Herr Jesus, der geboren ist, um zu sterben am Kreuz, um den Satan zu besiegen, genau, ne. Also sämtliche Filme von Hollywood sind immer... Und dann, ja, und dann ist das noch heftig, und dann sagt der eine zu den anderen, also ist Harry Potter sozusagen wie ein, äh, ja, wie ein Schlamm, das man zur Schlachtbank führt, ne. Und dann, wo ich das gehört hab, die Szene, da dachte ich mir, boah, heftig. Also wie ein Lamm. Ja, so wie ein, so wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird in den Teilen. Und dann haben die sich ja über Harry, äh, weil, äh, die haben ja gesagt, Harry ist der einzigste, einzige Erlöser, der, der Voldemort besiegen kann. Er muss sterben, damit das Böse sterbt. Also er muss sterben, er muss sich opfern. Und dann macht das Harry auch. Am letzten Teil, äh, äh, geht er dann dahin. Die Leute raffen gar nicht, die gehen in die Kino, so feiern Harry Potter, und dabei feiern sie eigentlich Jesus Christus. Also in der Lade, Satan lacht sich einfach nur kaputt, ne. Das ist so traurig. Ja, das ist brutal. Das ist brutal. Aber auch Bruder Rewe, auch Herr der Ringe, ne, das ist auch richtig brutal, Herr der Ringe. Ähm, was, kennst du die Szene, wo sie dann den Ringträger alle anbeten? Die haben alle hinangebetet, alle verbeugen sich vor den Ringträgern. Ja. Ja, zum Beispiel bei der Hobbit-Reihe, ja, das sag ich ja immer wieder, da ist ja dieser König, der, äh, der Zwerge. Und, äh, der hat Bart und etwas längere Haare. Und er hat zwölf Jünger, die er mit sich führt, ja. Dieser Zwergenkönig. Und, äh, am Ende, äh, beim Kampf gegen den Satan stirbt er, aber der Satan durchbohrt seine Ferse. Wahnsinn. Und dann, äh, sagt er an einer Stelle an mir, dieser König, während er mit seinen zwölf Jüngern ist, dann sagt er zu dem einen Jünger, einer hier wird mich verraten. Wahnsinn. Ja, und natürlich, die, die Wiedergeborenen, die, 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 die Sache durchschaut haben, wissen ganz genau, ne, dass da wieder Bibel ohne Ende verfilmt wird, ne, der Herr Jesus wieder, äh, ja, immer wieder verschlüsselt da hineingepackt. Ja, das ist, das ist brutal, das ist so brutal. Äh, Bruder Reza, ich hab ja da diesen einen Film geguckt, diesen, äh, Zombie-Film. Oh, dann sagt er einfach so aus nix, einfach so aus nix, kniet nieder vor euren Messias, ihr Gottlosen. Reza, Islam ist, was? Islam ist die Wahrheit. Hallo? Hallo, hörst du mich? Ja. Äh, ich hab gerade wieder das Wort, äh, äh, Schemain gehört, ja. Was sagt Allah im Koran? La isa ka misli shai. Ja, dennoch hat niemanden. Ja, meine, mein Schiebein ist auch nicht ein Schiebein, ich meine Arme heisse. Okay, bitte, bitte, erklär mir bitte, wieso, bitte, erklär mir bitte, wieso dein Gott Schamhaare rasiert hat. Seine Schamhaare. Mein Gott hat Schamhaare rasiert? Seine Schamhaare rasiert. Bruder Reza, hörst du, was der gerade sagt? Seine Schamhaare. Bruder, 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 hast du das gerade gehört? Ja, nochmal. Das sind ja komplette Blödsinn. Mein Gott, reist du deinen Schamhaare. Er hat ja irgendwas genommen, nein, dann hat er Drogen genommen. Dann macht doch auf, hat jemand eine Bibel, weil habt ihr keine Bibel bei euch? Ich habe meine Urin wieder gesoffen. Hallo, Reza, nächste Liebe, ja? Warum, warum so? Ja, warte mal, warte mal, ist der Rese? Okay, Reza, ich hab eine Frage an dich. Wer ist das? Wer ist das? Meine Frage an euch, ehrlich jetzt, guck. Liebt Jesus jeden? Liebt Jesus jeden? Ja, der Herr Jesus liebt jeden, außer die Leute, die sich schon ihr Herzen verschlossen haben und dem heiligen Geist gelästert haben. Unter dem Muslim gibt es schon sehr, der Herr Jesus im Ursprung, also in seiner Ursprung als Gottheit, hat jeden Menschen geliebt. Er wollte jeden Menschen zur Errettung haben, aber die Menschen wollen ihn nicht. Deswegen bleiben sie unter seinem Zorn. Nochmal, liebt er alle. Alle Menschen liebt er, aber weil die Menschen nicht wollen, bleibt sein Zorn auf die Menschen. Okay, was sagt ihr, was sagt ihr, was sagt ihr, zahlen 5, 6, 5, 6? Wer dich vor. Wer dich wüsstet, beschädigt vor deinen Augen, denn dein Hass trifft alle, die Böses tun. Okay, wieso hasst du Jesus die Leute, die Böses tun? Wo ist seine nächste Liebe? Erklär mir das bitte. Ja, wenn du Böses tust, dann bist du unter seinem Zorn. Aber sobald du dich bekehrst zu ihm und dir das Böse sein lässt und bereust, dann bist du doch unter seiner Gnade. Also dann ist das keine Liegseliebe, dann liebt Jesus nicht jeden. Das kann doch nicht wahr sein. Ist das ein Ausdruck für Jesus? Nochmal, okay, dann bringen wir das Wort, dass er nicht Gott sein kann. Nein. Was ist denn dein Problem? Allah liebt nicht jeden, in Suche 3, 32. Meine Problem... Okay, ich sag dir, was mein Problem ist. Mein Problem ist, dass... Liebt denn Allah alle oder liebt denn nur bestimmte Leute? Allah von Ouattah, der liebt nur die Gläubigen. Aha. Aber mein Gott sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder dann in den Glauben nicht verloren geht. Also ein anderer Gott wie ich... Also du hast deinen eigenen Sohn bestraft oder nicht am Kreuz. Denn es steht in Galatia 3, 13, derjenige, der am Kreuz hinkt, sei verflucht. Ja, es steht auch in Galatia 1, 8, derjenige, der ein falsches Evangelium predigt, oder wenn wir oder die Engel etwas anderes als Evangelium predigen, der sei verflucht, heißt das, dass Mohammed ein Verfluchter ist. Nein, ist er nicht. Ja, mein Jesus Christus ist auch kein Verfluchter. Und jetzt? Damit ist es schon mal mit gemeint. Natürlich, er hat ein ganz falsches Evangelium gepredigt. Okay, dann wieso hat Jesus... Warum hat der Gott... Warum hat der Vater seinen eigenen Sohn leiden lassen am Kreuz? Der Vater, der Vater, warum hat er nicht verlassen? Nicht so wie du denkst, so denkt er auch der Allah. Der braucht ja auch eine Freundin, um ein Kind zu zeugen. Nein, geh auf deine Bibel ein. Wieso gehst du auf den Koran ein? Wenn du willst, ich rede immer über den Koran. Der Gott ist das, wo du deine Freundin hast. Kannst du nicht bei dem Islam bleiben? Hä? Kannst du nicht bei dem Christentum bleiben? Doch, ich bleib bei dem Christentum, aber wir müssen auch vergleichen. Wenn du also ein Problem hast mit dem... Mit dem Bibel, da hast du auch ein Problem mit Allah. Okay, ich sag... Okay, die Bibel ist nicht von Allah. Ach, er sagt das aber, die Bibel... Nein, die Bibel ist nicht von Allah. Surah 3, Vers 3. Surah 3, Vers 3. Hallo, Surah... Surah 3, Ayah 78. Lies das mal vor. Ja, lies mal Surah 3, Vers 3, dann haben wir... Dann haben wir einen Widerspruch. Wer hat die Tome an der Evangelium herab gesandt? Es gibt keinen Widerspruch. Wer hat die Tome an der Evangelium herab gesandt? Wer? Das... Wer hat die Tome an der Evangelium herab gesandt? Allah. Ja. Okay, was sagt Allah dazu? Fah, 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 Fah. Wer hat die Tome an der Evangelium herabgesandt? Fah, 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 Fah. Was sagt Allah dazu? Sag mir... Und dann sagen die Abi, warum lachst du? Ein Satz vorher sagt er, die Bibel ist nicht von Gott, von Allah. Einen Satz später sagt er, die Bibel ist von Allah. Nein, die Bibel, die Alte Testament ist von Gott. Islam, Islam, Islam. Wenn du selber doch nicht sicher bist, warum kommst du in so eine Debatte rein? Ich habe ja gesagt, die Alte Testament. Ich meine damit nicht die Bibel, die heutige Bibel. Ja, die Bibel besteht doch aus Alten Testament und dem Testament. Die Bibel besteht nicht. Okay, dann heißt das, die ich an die Alte Testament halte, ne? Laut deiner Aussage. Kann doch nicht wahr sein. Ja, wie, sag mir doch, es kann nicht wahr sein. In der Bibel hast du doch gar keine Ahnung, Islam. Du musst reinkommen und Fragen stellen und nicht in die Debatte führen. Okay, ich führe keine Debatte. Ich frage nochmal, liebt Jesus jeden? Ja, habe ich doch tausendmal erklärt. Aber weil die Menschen an ihre Sünden festhalten und ihre Sünden nicht bereuen, bleibt dann der Zorn Gottes auf sie. Also, dann liebt er nicht jeden? Doch, er liebt jeden, die Sünde sein lassen und sich bekehren. Der will, dass alle errettet werden. Verstehst du es nicht? Okay, dann liebt er nicht jeden. Das passt. Mein Lieber, im Allgemeinen liebt er die Menschen, aber wenn sie Vertretungen machen, muss noch zuhören. Das geht nicht in seinen Kopf rein. Der kann mir jetzt eine Blockade. Kupferpur, erklärme bitte. Kupferpur, der kommt ja von Hansi. Diese ganze Scheiße von denen hat der auch. Hallo, hey, warum bist du so laut? Siehst du, das hat er alles von Hansi gesagt. Hansi ist sein... Hansi hat sein Gehirn, sein Gehirn vorgemacht. Er hat sein Gehirn vermatzt. Er hat sein Gehirn komplett vermatzt. Der junge Mann ist total verwehrt. Eine Sache kurz, Ex-Muslim. Sind Moslems, also liebt Jesus Moslems? Natürlich liebt er die Muslime. Haben die Moslems die Lehre Christi? Natürlich nicht. Okay, dann liebt er die nicht. Natürlich liebt er die. Ja, sie sind doch auch sein Geschirr von deinem Licht. Dann liebt er die nicht. Warum? Ich sag dir warum. Weil er in Psalm 5,6 das sagt. Weil er sagt das in Psalm 5,6. Das sagt dein Gott. Weißt du, woher er das alles hat, Peter? Die, die was Böses tun. Okay, das heißt, wenn ich jetzt nicht an Jesus glaube, tue ich was Böses? Was? Wenn du böse Sachen tust, wenn du zum Beispiel sündigst und sowas, das sind böse Sachen. Aber wenn du nicht glaubst, das ist doch keine böse Sache. Verstehst du? Natürlich, das ist nichts Böses. Ja. Warte, wenn ich jetzt an Jesus... Also laut deine Aufgabe Ex-Muslim. Heißt das im Umkehrschluss, wenn zum Beispiel Allah sagt, dass du besser bist als ich, dass Allah Fehler gemacht hat in der Schöpfung, dass er zum Beispiel nicht alle gut kreiert hat, dass die Muslime erhaben sind über die nicht Muslime? Nochmal, dann liebt dein Gott nicht jeden. Bruder Dennis. Okay, eine Frage. Okay, okay, okay. Guck mal, ich lasse die Psalm 5,6. Ja. Bruder Dennis, kannst du bitte, damit er das versteht, Johannes 3,436 lesen, damit er versteht... Warte doch, ich war noch nicht fertig. Hallo. Dass Gott die Menschheit liebt, aber wenn die Menschheit sich nicht bekehrt, aufgrund ihrer Sünden, muss der Gott sie bestrafen durch seinen Zorn. Dann ist das ein Widerspruch gegen deine Bibel. Nein. Doch. Dein Vater. Dein Vater. Hör mal zu jetzt, Islam. Ey. Wenn dein Vater dich liebt als sein Kind. Ja, der liebt dich. Aber wenn du etwas Böses machst, dann Zorn auf dich, obwohl er dich gleichzeitig liebt als sein Kind. Hast du das jetzt nicht begriffen? Haben wir das jetzt geklärt, oder willst du noch ein bisschen Blödsinn reden hier? Okay, die Sache ist erledigt. Okay, die Sache ist erledigt. Gab es nicht, der versteht das nicht. Warum stimmt die? Jetzt hat es verstanden. Jetzt ist die Diskussion mit. Nein. Ey, lass mich doch reden. Ich stimmt mit. Ich habe ihn aufgenommen. Jeden, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Weiter. Okay. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Johannes 3 Vers 36. Genau. 36 Bruder, Nummer 36. Johannes 3 Vers 36. Hör doch mal kurz zu. Bis er kommt, bis er kommt. Lass mich kurz überstehen. Ja, warte, ich such gerade. Warte mal kurz. Welcher Vers war das, Bruder Lisa? Johannes 3 Vers 36. Eine Frage. Ich verspricht. Ich verspricht. Ich verspricht. Ich verspricht. Ich verspricht. Ich verspricht. Nein, nein, nein. Das geht um den Zorn. Die Zorn Gottes bleibt auf sie. Ja, genau. Bruder Fabri, lies mal bitte. Johannes 3 Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. So sieht's aus. Ja. Okay, dann lass mich gut drehen. Ja. Okay, eine Frage. Lass uns bekannten aber, dass Gott dich liebt, aber sein Zorn kann auch auf dir bleiben, wenn du dich nicht bekehrst. Okay. Bist du als Vater dafür, dass sein eigenes Sohn bestraft wird ohne Grund? Aber der hat doch einen Grund, Gott. Nochmal, bist du dafür, dass sein eigenes Sohn bestraft wird ohne Grund? Warte mal, er ist doch nicht zornig ohne Grund auf seine Geschöpfe, wenn sie ihn ablehnen und sie sündigen. Er hat so ein komisches menschliches Verständnis. Der denkt so, dass der Part, er sendet so seinen Sohn, nein, er sendet einen Teil von sich selbst. Er ist ein Teil Gottes. Ja. Also wenn Jesus jeden liebt, dann warum hat er die Säuglinge töten gelassen? Die Säuglinge, sag mir das. Jetzt schon wieder Thema wechseln. Ja, Thema zu Thema zu Thema. Das ist die Bibel, subhanallah. Warum hat Allah Säuglinge bei der Sintflut von Noah alle Säuglinge ertränkt? Warum hat Allah das gemacht? Okay, gibt es die Sintflut auch bei uns? Ja, natürlich. Ist im Koran. Okay, erklär mal bitte, wo er, warte. Ich will noch kurz bei dem Thema bleiben und dann bringen wir gleich eine Stelle, wo bei dir, bei uns steht, dass die Sintflutkinder nicht normal sind. Islam, hörst du auf damit. Ja, auch. Du bist in Ordnung. Ababababababababababab. Islam, mit Kindern in Islam passiert. Du bist ein kleiner Krimis. Hallo, hallo, hallo. Hey! Hey! Kukurpur, warte doch, schrei mich. Denny! 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 Wo ist die? Elli! Die muss nicht wahr sein. Bruder Denny. Das sind Kinder oder was? Bruder Denny. Das ist ein Kind, Mann. Das kann das wahr sein. Sechs Jahre. Dann gib jemanden, der soll hier Moderator sein, wenn du nicht dabei bist. Was soll das? Ja, genau. Das kann das wahr sein. Nicht mal eine Sekunde kann er zuhören, dieser Typ. Ja, ja, ja. Ganz übel. Komma. Ohne Punkt und Komma. Unfassbar, Mann. Dann gib jemanden einen Moderator, dass er sich da einschalte. Wenn jemand nicht zuhören will, dann muss er erstmal stumm geschaltet werden. Dann kann er nächste Frage, die Frage wird beantwortet und und und. Das ist ja kein Moderator, der auch versteht. Fabi, Fabi, Fabi. Ja, okay. Du hast den rechten Fabi. Was sagst du? Du hast doch einen Moderator. Ich? Ist okay, ist okay. Da ist ja ein Moderator. Ja, okay, jetzt. Gut. Ja, irgendwann wird das dann lächerlich. Der wechselt ja Thema von Thema. Wie Unterhose zu Unterhose. Ja, Bruder, ein besseres Beispiel, als was Bruder Reza gesagt hat, konnte man nicht geben. Der versteht das extra nicht. Dein Vater liebt dich, aber wenn du missgebaut hast, muss dein Vater dich auch bestrafen und ist zornig auf dich. Wenn der Kinder hat, mal gucken, ob er sein Kind nie was sagen würde, wenn der eigene Sohn ihn beklauen würde oder so. Aber die denken auch ganz falsch. Die denken so, der Vater sendet seinen Sohn, also so, als wäre er so dieser Sohn. So versteht ihr? Nach dem Motto, wie Menschen denken. Nein. So kannst du doch nicht denken. Gott, der Vater, sendet den Sohn, den Sohn Gottes, der ein Teil von ihm ist. So, der Sohn Gottes wird Mensch. Aber er bleibt in Ewigkeit Gott. Amir, wenn einer schon daran glaubt, dass Gott eine Frau braucht, um einen Sohn zu zeugen, das sagt schon alles. Natürlich. Das ist absolute Behinderlichkeit, ja. Der Allah braucht also ein Kind, um ein Kind, der braucht eine Frau, um ein Kind zu zeugen. Also ihm ist es ohne Frau gar nicht möglich. Nein. Ja genau, genau. Also sie beschränken ihn ja an seiner Allmächtigkeit. Sie beschränken den Gott. Ja. Da ist der Salat. Ich glaube auch, dass er den Allah selber ausgedacht hat. 100 Prozent. Das ist... Deswegen sagt auch Mohammed, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. immer und immer wieder. Weil keiner hat Allah gesehen. Keiner hat Jibril gesehen. Alle mussten die ganze Zeit nur auf Mohammed hören. Und weil, wisst ihr was das Grandiose ist? Hier, der Italian Christian hat das gerade in den Kommentaren auch nochmal reingeschrieben. Irgendjemand stoppt hier. Stoppt hier. Oder der hat sich entstummt. Ich habe ihn rausgetan jetzt. Oh ja, okay. Ja, also der Allah hat sich ja über den Thron erhoben. Ich glaube, das ist in Suche 32 müsste das sein. Ich gucke aber nochmal nach. Da spricht Allah, erhaben ist er, hat sich über den Thron erhoben. Und dann, ja genau, Suche 32 Vers 4. Und dann sehen wir auf einmal in Jesaja 14 Vers 14, dass Luzifer sich über den Thron erhoben will. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, dass Allah diese alte Schlange Luzifer aus dem Garten Eden sich über den Thron Gottes stellen möchte. Ja. Und das ist Allah. Man kann sogar kurz lesen den Vers, ja. Ja genau. Dass Allah eben der Gott der Bibel sein will. Suche 10 Vers 3. Und der Erhabene sagte, gewiss euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und sich hier rauf über den Thron erhob. Und wenn wir gehen, wenn wir zu Jesaja, Jesaja Kapitel 14 Vers 14 gehen. Jesaja 14 Vers 14. Der Stream wurde jetzt eingeschränkt. Wir müssen neu starten. Ja, ja. Der ist weg. Alle raus. Alle raus und wieder rein. Hä? Hä? Was passiert? Hä? Wo sind die hin? Hä? Wo sind die hin? Äh, wo sind die Leute hin? Nein. So, jetzt hole ich dich nochmal rein. Äh, Islam ist die weit. Du brauchst gar nicht mehr hier rein kommen. Du hast irgendwas zu dir genommen. Nein. Nein, denk nach. Dennis, es kam gerade eine Kontowarnung mehrere. Hast du neu? Musst neu starten. Musst du neu starten. Aber ich hab kein... Jetzt wieder? Nee, du musst neu starten. Ob er Deutsch kann oder nicht. Man muss alle sagen. Ja, aber wenn er kein Deutsch kann, dann kann er auch die Bibel oder den Koran auf Deutsch oder sonst was nicht auslegen. Er kann nicht mal seinen Namen aussprechen. Ich weiß nicht, aber der macht Fischigen wie fertig. Also, das müssen wir klar. Ich schaffe das dann. Der hat doch sogar schon... Der macht einen wirklich fertig mit seinem Deutsch. Das stimmt. Er kann wirklich alle Leute fertig machen. Ach, guck mal, der Reza ist auch noch hier. Reza, bei dir, du hast geweint an Chamidien, der passiert halt. Also, du brauchst gar nicht reden. Nein, der hat schon genug Informationen bekommen. Der hat leider sein Herz verhärtet. Deswegen ist das unsinnig mit Menschen einfach äußeraus, ja. Ja. Ab einer gewissen Grenze, wenn man den Leuten alles erklärt hat und die dann immer noch zumachen, dann hat es keinen Sinn, ja. Dann muss man eben die Aufmerksamkeit auf Menschen richten, die noch des Evangeliums bedürfen, ne. Und das Arbeitsbetrieben haben, ne. Bruder, ich will live. Ja, geht nicht. Du hast nicht so viele Abonnenten. Du brauchst Abonnenten, um hier reinzukommen. Danke. Danke für Kamelurin, mein Lieblingssatz. Danke für Kamelurin. Ja, wenn es nicht mehr weiter geht, da muss man natürlich direkt diesen legendären Satz sagen. Danke für Kamelurin. Danke für nichts. Immer Kamelurin. So, was ist denn hier los auf diese Tiki-Toki? Wo sind die ganzen Leute hin? Fehlen nur noch 999. Bruder, habe eine wichtige Frage. Ja, du kannst hier nicht reinkommen. Versuch mal zu kommentieren. Cheikh Mohamed Al-Tik-Toki ist da. Cheikh Mohamed Al-Tik-Toki. Alexa antwortet. Wo ist mein Bruder? Alexa antwortet. Bitte einmal Abo-Hetzerei Bescheid sagen. Armin Erklärs-Suche 47 Vers 7. Okay, ich gucke. Ich mache Luki-Luki. Un moment, por favor. 47 Vers 7. O Gläubige, wenn sie für Allah eintreten, wird er ihnen helfen und ihre Schritte festmachen. Was? O ihr Gläubige, wenn sie für Allah eintreten, wird er ihnen helfen und ihre Schritte festmachen. Also für Allah eintreten? In Allahs Sache einstehen? Ihre Schritte werden dann festgemacht. Aha. Was ist der andere Vers? Was die Ungläubigen betrifft, mögen sie dem Untergang geweiht sein. Und möge er ihre Taten zunichte machen. Aha. Und lasse sie ins Paradies ein, nachdem du es ihnen kundgetan hast. Er wird sie zu ihrer Belohnung führen und ihren Zustand verbessern. Sehr, sehr schön. Wundervoll. Hi, Armin. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Kennst du mich noch? Ich bin einmal reingegangen und du hast mich belehrt und so. Weißt du noch? Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, ja, stimmt. Genau. Und ja, ich habe das jetzt... Wo ich dachte, du willst mich veräppeln, ne? Ja, habe ich gemerkt. Ich war auch ein bisschen entsetzt, aber alles gut. Kann ja passieren, weil... Ja, du weißt ja, da kommen ja Leute hier rein und machen den ganzen Tag nur Unsinn, ey. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich das dann gemacht, wie du es mir gesagt hast. Und dann hat mich nach ein paar Tagen ein Bruder hier aus dem Chat angeschrieben und wir haben mit dem ein bisschen geredet und so. Und der hat mir eine Gemeinde nahegelegt, dass ich halt in eine Gemeinde gehen soll. Und habe ich jetzt sozusagen gefunden, Sonntag werde ich da hingehen und so. Aber ich habe da noch ein, zwei Fragen, weil da bin ich so ein bisschen durcheinander gekommen, als ich mit ihm gesprochen habe. Und zwar, wie ist das jetzt? Sagen wir, ich weiß zum Beispiel, dass zum Beispiel eine Sünde, dass Selbstbefriedigung schlecht ist. So, aber ich begehe die halt immer, sagen wir, ich begehe die halt immer wieder. Vergib mir, vergib mir Jesus das oder wie ist das? Kannst du mir das mal erklären? Ja, der Jesus Christus ist ja für alle Sünden gestorben. Du musst halt versuchen, dagegen anzukämpfen, ne? Du darfst da halt nicht jetzt drinnen versinken und das tagtäglich machen. Du musst da versuchen rauszukommen, wegzukommen dafür. Ne? Lenk dich mit anderen Sachen ab. Okay, und auch wenn ich halt auch weiß, dass die auch, sagen wir, ich weiß, dass das schlecht ist, aber wie kann ich das sagen? Ich komme dagegen nicht an oder ich empfinde halt nicht so, sagen wir, manchmal so ein Reuegefühl. Vergibt der mir das oder wie ist das? Bitte? Ja, ich kann das schwer erklären, weil ich weiß zwar, oder man weiß zwar, dass viele Sachen falsch sind, aber man macht die halt trotzdem. Ja, natürlich. Zum Beispiel mit Selbstbefriedigung. Ja, natürlich. Und das wird auch vergeben, auch wenn man das weiß und das macht, oder? Natürlich wird alles vergeben, aber du musst halt dagegen ankämpfen und um Buße. Also du musst Buße tun und ankämpfen dagegen. Du kannst nicht einfach ruhen und selig da weitermachen. Du musst schon dagegen ankämpfen. Und der Herr sieht ja auch dein Bemühen. Aber wir werden ja nicht aufgrund unserer Werke jetzt gerettet, sondern der Glaube allein rettet uns ja. Wenn das so ist und wir alle sündigen ja von morgens bis abends, dann ist ja gar kein Mensch gerettet und das ist ja Quatsch. Du siehst also, dass der Herr für alle Sünden bezahlt hat. Nur müssen wir gucken, dass wir in dieser Sünde verharren. Wenn du einige Sünden getan hast, dann komm raus da. Und dann tust du Buße und kehrst um von deinem Treiben. Okay, weil der Bruder meinte, wie heißt das? Ein Glaube ohne Taten ist tot. Ja genau. Wenn du also dein Glaube für dich behältst und niemandem von Jesus Christus erzählst, dann stimmt doch irgendwas nicht. Okay, aber ist das auch darauf bezogen auf die Sünden? Nein, natürlich nicht. Der Glaube ohne Werke ist tot. Und das heißt, wenn du zum Beispiel zum Herrn Jesus Christus gekommen bist, so hast du ja den Drang auch anderen Menschen von Jesus Christus zu erzählen, richtig? Hast du nicht diesen Drang? Ich habe zwar diesen Drang, aber irgendwie mir fällt das so schwer, weil ich weiß, dass ich noch nicht so auf diesem Gebiet, sagen wir, mich so gut auskenne. Und ich habe Schiss, dass die mich mit Fragen konfrontieren, die ich nicht gut beantworten kann. Und dann so wie so ein Dummkopf da stehe. Verstehst du das? Das heißt ja nicht nur, dass du von Jesus Christus reden sollst. Du kannst alles, was der Heilige Geist in dir bewirkt, kannst du einsetzen für den Herrn. Verstehst du? Der Heilige Geist in dir wird dir schon dein Charisma geben und dann wirst du schon sehen, wo der Herr dich da hinführt. Okay. Okay. Du darfst halt deine Talente, die in dir sind, nicht verschwenden. Ja. Also du sagst mit freiem Gewissen, dass halt auch nur der Glaube uns rettet, oder? Das finde ich. Nicht nur ich sage das, sondern die Bibel sagt das. Nicht ich. Das sagt die Bibel. Okay. Hast du die Bibel bei dir? Ne, ich bin gerade im Auto. Ich warte, bis meine Schicht beginnt. Aber ich habe die Bibel App. Aber wenn ich rausgehe, dann wird es beendet, oder? Ja, dann geh mal kurz raus und lies mal 1. Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Ja. Aber werde ich dann rausgeschmissen? Nein, nein. Du bleibst trotzdem mit drin. Geh schnell und lies. 1. Johannes 1, Vers 9, ne? 1, Vers 9. Johannes 1. 1. Johannes 1, Vers 9. Okay, eine Sekunde. Ne, der erste Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Ja, auf zu schnarchen hier. Nicht schnarchen. Ganz locker bleiben. Ganz locker bleiben, mein Kleiner hier. Schnarchen später. Ja, okay. Flying Buddha, komm, bitte. Ein Feini. Ja, das ist ein richtiger Feini. Dankeschön, King of Kings. King of Kings ist so mein Herr Jesus Christus. Amir? Ja. Ja, ich hab's jetzt gelesen, aber ist das auch drauf bezogen, auch wenn man weiß, dass das falsch ist, aber man ist trotzdem... Ja, natürlich. Ja, natürlich. Klar. Also, du weißt, dass das falsch ist. Du weißt auch, dass Lügen falsch ist. Und dennoch passiert dir irgendwie mal, dass du eine Lüge machst. Verstehst du? Heißt das jetzt, dass wir nicht gerettet sind? Natürlich sind wir gerettet. Weil... Sonst hat ja kein Mensch... Du weißt ja, das statistisch gesehen. Die Menschen bis zu 20 mal oder 30 mal am Tag lügen. Unbewusst, bewusst. Okay, weil mir wurde gesagt, dass wenn ich zum Beispiel weiß, dass das falsch ist, aber ich halt trotzdem mache und danach nicht... Ja, du sollst dann nicht verharren. Du sollst ja nicht jeden Tag von morgens bis abends Unsinn machen. Ich freue, dass ich zu dieser Zeit dann den Heiligen Geist nicht in mir habe. Nein. Du sollst ja von morgens... Der Apostel Paulus sagt ja, es wohnt nichts Gutes in meinem Fleisch. Die Sünde beherrscht mich. Ne? Das, was ich nicht tun will, das tue ich. Aber die Sachen, die ich eigentlich tun sollte, das tue ich nicht. Richtig? Der Apostel Paulus hat natürlich auf die Gläubigen darauf reagiert. Ja, richtig, richtig. Ja. Denn es wohnt nichts Gutes in meinem Fleisch. Das heißt, auch in diesem Moment trage ich trotzdem den Heiligen Geist. Bitte? Das heißt, ich trage dann immer noch den Heiligen Geist. Natürlich, ja. Währenddessen... Du bist versiegelt in den Heiligen Geist. Ja. Guck hier, so heißt es in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen... Also warte. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also du weißt, dass es schlecht ist, richtig? Ja, natürlich weißt du, dass es schlecht ist. Ja, eindeutig. Also. Eindeutig. So ist das. Okay, weil ich... Die letzte Zeit, seitdem ich das halt wusste, habe ich mir die ganze Zeit so einen Druck gemacht und die ganze Zeit... Und halt so ein Druck mäßig, bin ich jetzt gerettet, bin ich nicht... Du sollst aus dem Glauben keine Religion machen. Der Glaube an Jesus Christus ist ja keine Religion, was mit die ganze Zeit Angst und so innerliche Unruhe zu tun hat. Der Heilige Geist wird dich schon beruhigen, glaub es mir. Halte einfach an der Gnade des Herrn Jesus Christus fest. Die Gnade überströmt alles. So ist das. Okay. Ja, okay. Danke, danke dir, dass du mir geholfen hast und mich belehrt hast. Danke dir. Gott segne dich. Ja, also wenn du das nächste Mal diese Gedanken bekommst, dann versuch dich sofort abzulenken. Geh und schlag die Bibel auf, lies ein wenig in der Bibel oder lenk dich mit anderen Sachen ab. Geh ins Gebet, ne? Meinst du, du bist der Einzige, der mit sowas zu kämpfen hat? Ich denke, Millionen von Geschwistern haben genau dasselbe Problem wie du. Verstehst du? Ja. Ja. Ich danke dir. Dankeschön. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Ja, dich auch, mein Lieber. Ciao. Ciao. Ja. Möge der Jesus Christus ihn segnen, wüten und beschützen. Amen. Ja, im Islam gibt es ja natürlich Hilfsmittel, ne? Da kannst du ein Loch in die Wassermelone bohren. Oder ein Hände von Sklavenmädchen, Sklavenkind. Armin, ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, ich habe mir so öfter das Christentum angeguckt und so ein bisschen bin ich in die Thematik gegangen. Also ich bin eigentlich nicht so religiös, aber ich habe mir das bisschen angeguckt bis hin und ich habe mich ein bisschen reingelesen und ich bin eigentlich schon davon überzeugt, aber mir fehlt ein bisschen was. Ich komme ein bisschen durcheinander. Ich vertausche gerne Sachen. Also die Trinität ist ein bisschen schwer zu verstehen. Und ja, allgemein, ich würde mich gerne freuen, also ich würde mich freuen, wenn du mir ein paar, sag ich mal, Sachen auflegst, die mich dazu überzeugen, zu konvertieren. Ja, du sollst nicht konvertieren. Du sollst den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben kennenlernen. Und das ist ja Jesus Christus. Er, als er in der Gestalt Gottes war, hat es nicht für einen Raub festgehalten, Gott gleich zu sein, sondern er hat sich entäußert und nahm die Form eines Menschen an. Aus Liebe heraus hat er sein Leben für dich gegeben. Stell dir mal vor, es gibt ein Wesen, das dich mehr liebt als deine Mutter, dein Vater und alle, die jemals zu dir gesagt haben, ich liebe dich. Verstehst du? Und das ist Jesus Christus. Er selber war bereit, stellvertretend für dich zu bezahlen. Weißt du, wie wunderschön das ist, dass jemand sein Leben für dich gibt? Und so sagte Herr Jesus Christus, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Und du bist sein Freund. Und er liebt dich ja ohne Ende. Und sagt man jetzt eigentlich, dass, also erstmal bist du katholisch, also evangelisch? Nein, nein. Du sollst nicht mit Denominationen rumhantieren. Wenn du dich für den Herrn Jesus Christus interessierst, kommst du ganz zu ihm. Nicht zu katholisch oder evangelisch oder orthodox oder was auch immer. Du kommst zum Glauben an den Herrn Jesus Christus und das allein reicht aus. Der Glaube an Jesus Christus reicht aus, um gerettet zu werden. Und das ist ein Fakt. Denn, so heißt es ja auch in der Bibel, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Ist das nicht ein wundervoller Satz? Du, du hast die große, gute Möglichkeit gerettet zu werden. Du musst nur Ja zu Jesus Christus sagen. Nimm am besten jetzt den Herrn Jesus Christus an und sag, ja Herr, ich komme mit all meiner Schuld zu dir. Am besten auf die Knie gehen sofort. Du musst dir bewusst sein, was du für ein sündiges Leben gelebt hast. Und dann sagst du, Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir mit all meiner Schuld, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Sorgen, Ängsten, die ich habe. Ich lege sie bei dir ab. Bitte lass mich von Neuem geboren werden und sende mir deinen Heiligen Geist. Ich will heute Buße tun. Okay. Guck ich mir nochmal an. Dankeschön. Ich danke dir, dass du da warst und ich dir das sagen konnte. Verliere nicht deinen... Ah, jetzt ist der rausgegangen. Schade. Ich hoffe natürlich, dass du zum Glauben kommst, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Du hast da geschrieben, Jesus ist Gott und Allah ist Satan, ne? Ja, richtig. Weißt du, dass die Christen in den arabischen Ländern dich verfluchen dafür? Warum? Weil in Arabisch, arabische Christen nennen Gott auch Allah. Ja. Ja, aber sie nennen doch Jesus nicht Isa ibn Maryam. Wie nennen sie ihn denn? Die sagen Gott. Ja, aber wie nennen sie denn Jesus auf Arabisch? Isa. Das stimmt nicht. Die Christen sagen Allah zu Gott. Ja, aber wie sagen sie denn die arabischen Christen zu Jesus? Sagen Isa. Wie sollen die ihn sonst nennen? Ne, die sagen Jesua, Al-Masih. Ja, aber was heißt Gott auf Arabisch? Sie haben das aufgezwungen bekommen. Aber wenn sie über Allah reden, dann meinen sie nicht den Mondkürzen Allah aus Saudi-Arabien, sondern den dreieinigen Gott. Denn ich frage dich eine Frage. Wenn Allah der arabischen Christen in Johannes 3 Vers 16, ich lese dir mal den Satz vor. Denn so sehr hat Allah die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wie passt das denn zusammen? Ich kann dir nur sagen, was die Christen aus arabischen Ländern sagen. Ja, aber wie passt das denn zusammen? Ist das denn der selten Gott? Die Christen sagen, eine Million Prozent, dass die Christen Gott übersetzt auf Arabisch heißt Allah. Das haben die Muslime sich nicht erfunden, den Namen. Das habe ich dir doch gerade eben erklärt. Mein lieber Habib, Habib, das habe ich doch gerade eben erklärt. Wenn die arabischen Christen Allah sagen, dann meinen sie nicht den Gott des Islams, den Allah, dieser Mondkürze aus Saudi-Arabien. Wenn sie das sagen, dann meinen sie... Jetzt ist er rausgegangen. Ja, das ist das Heftige, das ist das Kranke. Wenn sie also Allah sagen, die arabischen Christen, dann meinen sie nicht den Mondkürzen aus Saudi-Arabien, sondern meinen, dass den dreieinigen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und Jesus wird ja nicht Issa ibn Mariam genannt. Er wird Jesua al-Masir genannt. Jesus der Messias. Jesua. Hallo? Hallo. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich habe eine Frage, ja? Ja. Warum sagt Gott in der Bibel, dass er niemals ein Mensch ist und auch kein Menschenkind, sodass ihm das geräue und dass er nicht lügt halt und so? Ja, die Menschen machen aus, die haben Gott aus ihm einen Menschen gemacht und haben auch versucht, aus ihnen so ein menschliches Wesen oder sowas zu machen. Das stimmt aber nicht. Gott ist erhabener als alles andere, aber er hat sich durch die Propheten angekündigt, selber hier auf diese Erde zu kommen. Im Allgemeinen ist Gott ja kein Mensch. Aber Gott wurde Mensch. Das musst du verstehen. Gott ist kein Mensch, aber er wurde Mensch. Das ist der himmelweite Unterschied zwischen wurde und ist. Verstehst du das? Bist du noch da? Hallo? 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 Ja, hast du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder, ja. Achso, okay. Also er war nie ein Mensch, er ist nur ein Mensch geworden. Ja genau, er ist kein Mensch, aber wurde Mensch. Er ist kein Mensch, aber er wurde Mensch. Achso, okay. Verstehst du das? Zwischen ist und wurde. Okay, und warum wurde er zum Mensch? Weil er die Schuld der Menschheit auf sich nahm. Das findest du in Jesaja 9, 5. Soll ich dir das mal vorlesen? Guck mal hier. Hey, bitte nicht jetzt kurz. Geh mal kurz raus. Okay. Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind gegeben, ein Sohn ist uns geboren. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Ewigvater Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscherin wird dies tun. Amen. Okay. Verstehst du, das Kind, das geboren wird, der Sohn, der gegeben wird, ist Gott der Allmächtige. Starker Gott, El Gibor im Hebräischen. Okay, aber warum sagt Gott, Israel ist mein erstgeborener Sohn? Ja, das sagt er, das sagt er, um das ihnen mitzugeben. Aber der wahrhaftige Sohn Gottes, der ohne Anfang, ohne Ende ist, das ist Jesus Christus. Und das findest du auch in Hebräer. Guck mal hier. Ich lese dir das mal vor, damit du das Verständnis hast. Guck mal hier. Hebräer Kapitel 1, damit du verstehst. Guck mal hier. Aber warum ist er dich nur 2 in 1? Pass mal auf. Guck mal hier. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und in vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Verstehst du? Durch den Sohn Gottes hat er alles geschaffen durch Jesus Christus. Guck mal hier. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Gott hat die Sünden der Menschen durch sich aufgenommen. Guck mal hier. Und zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, auch für die Zeugen Jehovas, als der Name, den er geerbt hat, ihn ausgezeichnet vor ihnen. Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Alle Engel sollen Jesus Christus anbeten. Von den Engeln zwar, sagt er, er macht seine Engel zu Winden und zu seinen Dienern zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, dein Thron, oh Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott, also der Sohn wird hier mit Gott angeredet. Heftig, ne? Stark. Stark. Sehr stark. Okay. Warum ist Allah Satan bei dir? Also warum sagst du das? Ja, das ist ganz einfach. Wenn ich dich frage, wer möchte Hass und Zwietrat zwischen den Menschen stiften? Du bist der Teufel, hast du recht. Ja, dankeschön. Soll ich dir mal vorlesen? Du hast gerade deinen Gott zu Teufel erklärt, zu Allah. Guck mal hier, Surah 5, Vers 14. Guck hier, mein Habib. Guck mal. Ich sage dir, verlasse den Islam und komm zu Jesus Christus. Guck mal hier. Und auch mit denen, die sagen, wir sind Christen, haben ihr Abkommen getroffen. Aber dann vergaßen sie einen Teil von dem, womit sie gemahnt worden waren. So erregten wir unter ihnen Feindschaft und Hass bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah wird ihnen kundtun, was sie zu pflegen machten. Wahnsinn, ne? Allah wird also... Das heißt nicht, dass der Islam soll Hass bringen und Streit bringen. Habib, Habib, Habib. Ich habe dir gerade die Frage gestellt, wer möchte Hass und Zwietrat zwischen den Menschen stiften? Du hast eindeutig mit Satan geantwortet. Und dann sehen wir im Koran, dass Allah das macht. Wer ist also Allah? Verlasse den Islam. Warum, warum, warum stehen dann so viele schlechte Sachen in der Bibel? Nein, es stehen überhaupt nicht schlechte, keine schlechten Sachen in der Bibel. Warum steht da, wenn eine Jungfrau vergewaltigt wird und man sie erwischt hat? Es steht nichts von vergewaltigen. Das sind diese Dauerteams, die einfach irgendeinen Schrott erzählen. Das ist das Problem. Warte, lass mich kurz diese Fers raussuchen und schließe sie vor. Ja, lies mal vor. Okay, eine Sekunde, ich bin gleich... Ja, das ist das, wenn die Pier Vogel zuhören und zuhören und zugucken und was weiß ich, was er da sagt. Position ungenau. Suche Satelliten. Ey, du gehst mir hier auf den Nerven mit deinen Position ungenau. Was ist das? So. Wo ist denn, wo ist denn mein, äh, mein wundervoller Brother? Risa June, wo bist du? Risa! Risa! Wo ist denn diese Risa? So, ich hab's gefunden. Ja, hast du gefunden, okay. Äh, 5. Mose 29 steht... Ja. Steht... Der hat mich gerufen. Ja, ich hab dich gerufen, kein Problem. Ich höre Hetzstimmen. Ich höre viele... Du kannst nicht rausgehen und reden! Der hat mit seiner Hetzstimme meine Ruhe gestört. Risa, Risa, die, die haben alle von Pier Vogel gelernt und äh, wollen jetzt 5. Buch Mose, ne, als der Herr sagte, wenn du... Was? Hast du gerade die Bibel bei dir? Ja, ich hab die Bibel. Kannst du kurz aufschlagen? 5. Mose 29? Ja. 5. Mose 29? Warte, jetzt. 28 oder 29? Warte, jetzt. 28 oder 29? 28 oder 29 steht da. 28 oder 29? Okay. Nein, da hast du falsch gesagt. Das ist ein anderer Vers. Und du wirst am Mittag umhertappen wie ein Blinder im Dunkeln umhertappen und wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein Leben lang. Und kein Retter wird da sein. Sobald nun steht, wird eine äh, nicht verheiratete Frau, eine Jungfrau von einem Mann mit Gewalt genommen und sie werden erwischt, so soll er sie heiraten. Was? Kannst du mal bitte den Vers nennen, Mann? Kapitel und Vers. Das kann doch nicht wahr sein. 5. Mose 22, 28, 29. Aha. 5. Mose 22. Genau. Und dann 28. Ja. 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 Ähm. Wir lesen ab Vers 25. 5. Wenn aber der Mann das verlobte Mädchen auf dem Feld antrifft und sie ergreift und bei ihr liegt, so soll der Mann, der bei ihr gelegen hat, allein sterben. Dem Mädchen aber sollst du nichts tun, weil das Mädchen keine Sünde getan hat, die den Tod verdient. Denn es ist gleich, wie wenn jemand sich gegen seinen Nächsten aufmacht und ihn totschlägt. So verhält es sich auch damit. Denn er fand sie auf dem Feld. Das verlobte Mädchen schrie. Äh. Was? Es gab aber niemanden, der sie retten konnte, siehst du? Was für ein Kontext das auf einmal gibt. Wenn jemand ein Mädchen, eine Jungfrau antrifft, die noch nicht verlobt ist und sie ergreift und bei ihr liegt und sie ertappt werden, so soll der Mann, der bei dem Mädchen gelegen hat, dem Vater des Mädchen 50 Schäkel Silber geben. Und er soll sie zur Frau haben, weil er sie geschwächt hat. Und er kann sie nicht verstoßen, sein Leben lang. Du siehst also, dass Gott Regeln aufstellt. Und... Speziell bei dem Fall, Amir, ist es ja so, das hört sich an, als ob ein Mann eine Frau vergewaltigt. Ja, das waren die Muslime, Elisa. Das waren die Muslime. Aber das ist falsch. Ja, ich gucke mal, was da steht. Und sie beide werden ertappt. Ja. Das heißt also, das war eine einvernehmliche... Unzucht. Ja. Und das war ein riesen Problem in Israel. Wenn du beim Unzucht erwischt wirst, so wirst du natürlich des Todes bestrafen. Ja, wenn die Frau verlobt war und du die Frau genommen hast und mit dir geschlafen hast, weil die schon vergeben war an einen anderen Mann, so kam die Todesstrafe. Ja. Aber wenn sie eine Jungfrau war und nur noch nicht vergeben war und du als Mann nimmst die und die willigt auch ein, mit dir so zu schlafen, ja? Also Unzucht zu treiben, so muss die Frau und der Mann müssen zusammen heiraten. Ja, genau. Und dass du auf einmal nicht abhauen kannst, hat der Herr auch noch gesorgt dafür, dass du dem Vater Entschädigung geben musst und diese Frau noch behalten musst. Ja, genau. Dass du nicht direkt linksen gehst. Ja, genau. Und jetzt guck dir das mal an, was Allah macht in Suche 4, Vers 24. Der Mohammed hat ein Dorf auseinander genommen, hat die Leute zur Schlacht geschickt in, sag mal schnell, in Hunayn. Und dann haben die die Leute besiegt und die wollten auch mit den Frauen schlafen. Und dann hat er zu ihnen gesagt, die Sahaba haben dann zu ihnen gesagt, ja Mohammed, wir wollen auch mit den Frauen Verkehr haben. Was sollen wir jetzt tun? Sollen wir uns kastrieren? Da hat der Mohammed gesagt, nein. Und dann kam der Allah mit dem erhabenen Vers und verboten sind euch verheiratete Frauen außer denen, die ihr von rechts wegen besitzt. Die haben diese Frauen vor den Männern, verheiratete Frauen vor den Männern vergehen. Vergehen. Richtig vergehen. Ja, das ist das Härte. Das ist die Härte. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Genau. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Dass im Krieg man keine Frauen oder Kinder oder alte geschwächte Leute oder kranke Leute verletzen darf. Was, wenn ich dir zeige, dass Mohammed gesagt hat, du darfst Frauen und Kinder anerkennterapieren? Sofort? Ja, sofort. Sofort. Also Mohammed wurde gefragt nach den nächtlichen Angriffen. Und da sind ja Frauen und Kinder darunter. Da hat er gesagt, sie sind von ihnen. Das sagt der Todesmöse. Wir sind von ihnen. Kein Problem. Hat jemand den Hadith parat? Sonst muss ich den suchen. Es kann dich mal ins andere Zimmer gehen. Ja, so von. Warum steht 5. Mose 22 24 aber dann ist mit der Vergewaltigung, dass man beinhört. Schon wieder sagt der Vergewaltigung. Wo steht da Vergewaltigung, mein Lieber? das kann doch nicht wahr sein haben wir doch gerade gelesen hast du nicht gelesen ich danke dir für Kamel Uri vielen Dank für Kamel Uri vielen Dank für Kamel Uri das kann doch nicht mehr wahr sein dieser Fall betrifft wieder eine Frau die verlobt war das heißt versprochen war einem anderen Mann und diese verlobte Frau geht hin und schläft mit einem anderen Mann so sieht das aus dann natürlich die Todesstrafe für den Mann der die Verlobte eines anderen Mannes halt geschwächt hat und die Frau die eben mit dem Mann mit einem anderen Mann vor der Ehe halt Geschlechtsverkehr geübt hat aber wir haben ja den anderen Fall gerade angeschaut wenn eine Frau Jungfrau ist also noch nicht versprochen ist insofern es ist eine Jungfrau die ist noch zu haben für jeden Mann aus Israel und diese Frau hat einfach einen Umzug mit einem anderen Mann da muss der Mann diese Jungfrau die nicht verlobt ist oder so einfach zur Frau nehmen strafe es ist keine Strafe das ist halt ja dann du hast die Frau schon entjungfert ja genau da musst du auch mit dir zusammen sein das ist so du kannst nicht einfach Frauen verarschen und weiter gehen in Israel das machen die in Deutschland ins andere Zimmer gehen da soll der Tür zu machen das ist besser weil der Kleine ist sehr sehr laut ja das sind die verschiedenen Fälle von Unzucht vor der Ehe und die werden verschieden behandelt ja wenn die Frau zum Beispiel nicht schreit das heißt also wenn sie nicht laut genug schreit so sollen beide sterben weil das dann so aussieht als würde sie mitmachen natürlich und dann sagen die Muslime guck mal die muss laut stöhnen so ja so Pfanne hier Leute merkt euch den Hadith danke Alu Träger sei Muslim 1745a it is reported on the authority of Saab bin Jathama that the prophet of Allah SUWASUV when asked about the women and children of the police being killed during the night ride also nächtlichen Angriffen da sind ja Frauen und Kinder darunter ja Mohammed da hat er gesagt they are from them yes die sind von ihnen Mohammed hat also gebilligt dass Frauen und Kinder in Kriegsfällen doch ähm umgelegt werden können heftig ne ja ja und dann sagen die nein unser Prophet ist ein sehr barmherziger Prophet der hat sowas nie gesagt und nie gemacht innerhum minhum genau innerhum minhum sie sind von ihnen das ist ja da gibt es eine ein ähm ein Video von einem sudanesischen IS Kämpfer das ist ja weißt du wie der sich gefreut hat als er den Hadith gelesen hat Jazar meinte mich hat eine wundervolle Nachricht erreicht eine Fatwa wasserdicht was hat der Prophet gesagt als er gefragt wurde ob Frauen und Kinder äh nackentherapiert werden dürfen hat er gesagt innerhum minhum sie sind von ihnen da wie der sich freut ein sudanesischer IS Kämpfer das ist ja ja das sind richtige Muslime ja ja natürlich die findest du nicht in den Diskus die findest du nicht ja genau die findest du nicht in den Shisha Bars und in den Diskus die machen dann ihre Religion richtig ne ja genau es sind keine lauwarme ja doch nicht die mussten müssen eben erfahren dass ihr Prophet wirklich so ein Mensch war wie diese Gruppierungen die denken diese Gruppierungen haben mit dem Islam nichts zu tun dabei kennen sie den Islam nicht und wissen nicht und durch deine Aufklärung werden sie es lang gut erfahren Gott segne dich und deine Familie also erstmal wir haben ja schon mal ein Gespräch gehabt also wo du eh keine Antworten auf meine Frage hattest deine schau mal deine Heuchlerei deine Lügen über den Islam also im Christentum solltest du auch Respekt haben vor jeder Religion wo steht das denn wo steht das was wo das steht das steht in jedem also oder bist du nicht friedlich oder wie ja aber du sagst gerade da steht in der Bibel dass man Respekt haben sollte vor Religion kannst du das bitte zeigen warte du betest du betest Jesus an der wurde selber gebetet hat und Jesus auf sein Angesicht nieder und betete du betest zu wen zu Gott hat er gebetet zu Allah wie nennt er Gott wie nennt er Gott hör mir zu wie nennt er denn Gott und er kommt als Säugling auf die Welt wie nennt er denn Gott was wie nennt er denn Gott Allah ist Gott wie nennt er denn Gott in der Bibel ich danke dir von ganzem Herzen für Kamelorin dankeschön danke Aslan Abi danke für Kamelorin dankeschön dankeschön hat von Tuten und Blasen kein Schimmer was der da sagt aber will sein 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 so ein Gockel spielen guck dir das an Kamelorin für mein Aslan Kamelorin kriegst du den ganzen Tag wenn du so viel über Kamelorin nachher kommen die Leute wirklich auf die Idee weil du so viel Werbung machst dann auf einmal siehst du auf den Straßen alle Leute mit Flaschen rumlaufen und der Kamelorin ist das seltsame danke Aslan für Kamelorin vielen vielen Dank Aslan Bill Young Explosionsphase Kirsten Street Gladiator in das Lied ja sag mir was sag mir was ja 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 hallo hey ich hab ne Frage du bist ja Ex-Muslim oder? ja genau richtig sehr gut erkannt ja ja also warum bist du eigentlich von dem Islam und der Message von Prophet Mohammed mit Salalalalalahu Lalalalahu ausgefliegen antworte mir aber warum bist du warum bist du aus dem islam und aus der message von ausgestiegen der hat einen fehler gemacht der song ja genau ich weiß ja auch nicht wie man so ein song verlässt ist den höre ich sehr gerne kann man solche songs verlassen mein lieber das kann doch nicht wahr sein ich wollte mal den extra danke für deine wundervolle weisheiten dankeschön da lala 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 ja aber der meinte das glaube ich schon witzig ja ja angekommen ja servus mein lieber gott segne dich und deine familie alles klar haben die liebes ja ich bin ich bin hier mossad agent habe ich doch gesagt ich bin direkt von israel eingesetzt worden die haben wir ein hetzmobil zur verfügung gestellt und dieses live hier machst du was warum machst du damit ich mit dir reden kann das ist ja genau richtig damit ich zeige wer allah ist wer mohammed war und was diese islam religion ich will die wahrheit wissen ja die wahrheit ist findest du ihn zum beispiel in johannes 14 6 wo der herr jesus christus sagt ich bin der weg die wahrheit und das leben anna hua tariq wa haq wa hayat okay sehr gut und du hältst dich daran oder das ja natürlich ich folge meinem herrn auf schritt und tritt ich nehme mein kreuz auf mich und folge ihm nach was ich bin auf silat al mustarim wie lange warst du nicht mehr in der kirche gar nicht war noch nie in der kirche warum was hat was weil ich weil ich da nicht hingehör ich gehör zum herrn jesus christus das reicht mir schon ich gehör nicht so ein gebäude ja wie lange warst du nicht mehr in der moschee du kannst dich die frage wieder nein es geht nicht so wie lange du bist doch hier und ich habe gerade beantwortet ich gehe nicht in die kirche du redest über religion du betest nicht du machst gar nix und betest du denn fünfmal am tag zu die leute betest du fünfmal am tag alhamdulillah na ehrlich jetzt sag mal ja sag ich dir doch okay du betest also fünfmal am tag was machst du denn noch so machst du auch jihad natürlich die hat die hat auf alle art und weise der erste jahre ist mein was ist denn der beste jihad ich muss weg was gut mein lieber muss er weg auf einmal bei den richtigen fragen bei heftigen fragen einfach mal die flucht ergreifen auf einmal muss er weg ich muss weg herrschaft ja ja wisst ihr warum weil der mohammed gesagt hat der beste jihad den ihr machen könnt ist wenn ein wenn euer pferd verwundet wird und ihr selber verwundet werden das ist der beste jahre die machen können aber wusste er nicht dass er mal panzer kommt wusste der mohammed nicht dass es irgendwann in der zukunft panzer kommen werden da hat er gesagt pferde also er hat gedacht wenn die leute auf pferde seien heftig ne eigentlich wenn die muslime diesen versen also diese überlieferung richtig umsetzen müssen wollen dann müssen sie gar nicht mehr so auf panzer und so kämpfen gegen die kuffer sondern wirklich auch pferde und so weiter mit dieser erfüllung in der füllung ja genau wer fallen der fährt das pferd stirbt und die auch also auch das wäre richtige treue aber da hätte ich auch noch nicht mal die es dran weil die auch nicht richtig glauben an diese sachen da was der moment gesagt hat zwar immer noch besser als disco sicher leute aber immer noch nicht richtig ja hier so nah neben maja hat dies 27 94 i came to the prophet and said o messenger of allah which jihad is best welcher jihad ist denn der beste er sagte that of a man whose blood is shed and his horse is wounded ja der hohe höchste jihad ist blut also was sind das für songs im hintergrund was das machst du deinen songs oder was ach so hört man das auch denn 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 das sind songs für die babys baby songs halal baby song baby nasi song ja sehr sehr gut das hört sich sehr sehr luxuriös an mysteriös und luxuriös beides gleich mysteriös mysteriös girl remove your body close to mind peter andry amir wieder aus dem wasser rauskommt so mit der mit dem sichelhaar frisur ja heftig ne ja hammer ich höre dich mein lieber gott segne dich und deine familie genauso aber allah kann doch niemanden segnen ich habe eine frage nur an dich ja was bringt es dir zwischen religion also zwischen den menschen krieg zu also also krieg zu machen weißt du dass das was du machst das nicht richtig mein bruder wer sagt das meine meinung ist das meine meinung ist das dass das was du machst gerade nicht richtig ist weil du tust würde das auch zu allah sagen wir sind alle gläubige nachdem der so ein ding verpasst hat und dann sind lecker digger digger ding und song bedingung song ist aber steffen hensler oder sowas nicht was mit dem ja der ist aber schon tot dieser typin hallo werner wurde diesen typen einige geben hallo werner als wäre nichts gewesen das ist auch ein guter freund von mir hallo werner jungs hallo mein lieber gott segne eure schiitischen eltern ich habe nur ich habe ich habe zwei fragen bezüglich ich habe zwei sachen die ich die dich fragen will an mir und erstens bitte hör auf zu sehen tu mir das und resa nicht an und den anderen 700 zu in der dritte soll ich dann soll ich deine ali lieder spielen lassen das sollte ich habe ich habe mal ich habe ich habe nur eine frage kennst du die bronitische neue sekte ne ich kenne alle 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 bleib mal bitte kurz ernst da mir amir bleibt mal bitte kurz ernst das ist so nett mit dem stauber er liegt amir bleibt bleibt doch mal nicht da willst du hier ein normales aber die leute da war wieder zu viel alle siehst du das ist so krass die musik geht aber abnehmen und richtigen base dazu tust richtig ja sag ich doch dann karl cox auf der nächsten mystery land die machen daraus eine rave diskothek wahnsinn die werden bei tomorrow land abgespielt ist ja ich gehe kaputt aber ich mag die musik geht echt ab ja ich auch finde ich sehr sehr schön bander die diese musik bander die von iranische bander die das teil ja genau das ist ja genau genau per sich bei uns das sollte man auch das sind iraner die das machen ja genau hammer musik hammer musik leute kommen wir müssen drei zwei eins jetzt alle tausend likes sind wir schon bei 700.000 wenn jeder tausend mal leicht sind wir schon bei 700.000 leute heftig nun ja komm jetzt müssen wir schon jetzt müssen wir ein bisschen reinhauen komm dr scherr abo amir fordert seine hensis aufzutippen seines sahaba seines sahabas und sahabinas die sahabiner mit karabiner nicht die sabrina die sahabiner auf einmal kommt sabrina auf einmal kommt sabrina hallo mein lieber gott segne dich und deine familie gott segne euch auch und eure familie und risa ich habe eine frage weil mit amir möchte ich nicht mehr reden ich habe mir jetzt schon öfters diesen vorschlag gemacht aber will nicht und ich glaube du bist der geschäftsmann in dieser familie ja ich habe ich habe eine neue geschäftsidee die kommt aus nrw mpu auf halal basis was sagt das bedeutet also einfach nur muslim als mpu fahrlehrer und er gibt an alle leute wenn einfach so die fahrer also die führerscheine zurück also wir machen also da haben jetzt schon diverse deutschrapper aus nrw haben da schon ein paar das ist so krass ein paar aber nicht nur nrw auch in frankfurt und in berlin eine mpu aufgemacht und dann haben die werbung gemacht im internet also auf youtube und haben klipp und klar gesagt dass alles halal basis alles alles richtig keine sorge die führerscheine wieder zurück oder was die 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 haben die haben die die sachen gefälscht ja die haben das die haben das gefälscht und da sind jetzt stk und was weiß ich also gab es ja da gab es einen arzt der hat einfach so dings diese wie heißt das diese jetzt wird der name nicht ein diese abstinenz diese sechs monate abstinenz hat er einfach so unterschrieben aber auf halal basis ja okay danke dir mein lieber halal halal malo labi love you too ja genau auf biobasis auf biobasis auf biobasis auf bio hier genau biologisch abbaubar die gutachten die werden biologisch abbaubar von alleine verschwinden biologisch abbaubar im gericht sind sie nicht mehr auffindbar ja ist heftig da ist der manuelsen auch drin verstrickt das ist heftig hallo johanni johanni und davon dieser ali 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 das heftig das ist wirklich heftig das kriegt dich richtig hallo mein lieber gott segne dich und deine familie ja okay schau mal jetzt eine frage weil vorhin konnte ich nicht in der arbeit deswegen also die frage war jetzt nur wieso du für mich ist das so irgendwie so bisschen dass du den islam bisschen in den dreck ziehen möchtest weißt du sie möchtest also auch wie du so gegenüber den propheten redest schau mal wir reden da auch nicht über über jesus schlecht oder so hast du schon mal eine sagen das ist für mich ganz kurz ausreden ganz kurz oder die muslimen gesehen der was sich über jesus schlecht redet ja klar die ganze zeit der ganze koran redet ja schlecht über jesus aber stimmt nicht ja doch das ist derzeit blüge es ist so deine ansicht sache ist so wie du natürlich leben willst es ist deine sache meine sache so wie ich leben will lasst jeden doch sein seine sache wie er leben möchte und halte ein schwert an einem nacken oder also schau mal das was vor tausenden jahren war ja das wird heute noch praktiziert heute das ist nicht heute das ist nicht heute man würde jeder hat seine eigenen menschenverstand versteht kein problem ist eine ganz einfache frage haben du und ich habe in du und ich die gleichen rechte unter der scharia oder wenn du dich daran haltest ja warum lügst du gerade warum denn warum denn nicht dein blut ist höher unter der scharia als mein bruder schau mal mensch der kennt doch die ganzen sachen nicht der erzählt aus seinem eigenen kopf zwischen mir und gott ist es meine sache das ist so eine sache das hat auch niemanden zu interessieren und das was ich habe hat es genauso wenig jemanden zu interessieren ich danke dir von ganz herz für kamellorien die sind auch nicht willig zu lernen die sind aber ich habe auch das gefühl dass sie angst haben da in diesen schriften hinein zu tauchen weil sie das sehen auf einmal und dann haben dann verdienen die ihr glauben deswegen wollen die gar nicht hören von den schriften ja das heftig weil wenn ein muslim herausfindet dass der allah selber sagt dass ihr die beste gemeinde seid die allah jemals hervorgebracht hat ihr gebietet das gut und verbietet das verwerfliche und das bedeutet dass ihr ungläubige mit ketten an ihr hals in den islam rein holt heftig deswegen haben die angst die meisten muslime sich mit den schriften auseinanderzusetzen weil die spüren irgendwie ganz viel es könnte was da drin sein was ich finde auf einmal könnte ich auf einmal meinen glauben verlieren oder meinen den islam verlassen deswegen gehen die gar nicht erst in die richtung die haben alles schade schade hallo was ist das das kind danke ihr lieben danke danke ihr lieben hallo hallo zwölf stunden kirchen unterwischt was sagst du du hast zwölf stunden kirchen unterwischt zwölf stunden kirchen unterwischt was redet der da man kann ihn nicht so gut hören also ich kann das nicht so gut hören was er so richtig sagt ja vielleicht ist das weil satan in seine nase schläft oder sowas ich habe keine ahnung kann sein das ist so ein katholik oder sowas ich glaube das war jemand der einfach rumtrollen wollte ein mensch ein muslimischer mensch der sich in die kirche versteckt hat hallo hallo mein lieber gott segne dich und deine familie dankeschön die frage von mir lautet aus welcher religion bist du ich habe keine religion ich habe den glauben an den lebendigen gott jesus christus der mich liebt und sein leben für mich gegeben hat was hast du denn meine glaube ist an islam und ich glaube nur ein einziges gott der nur allah gibt ja aber allah betet zu einem anderen gott wer ist dieser gott was wer betet allah betet zu jemand anderen zu wem betet der wenn er der einzige gott ist er betet zu niemanden doch er betet in surah 33 vers 56 ich weiß auch jetzt nicht deswegen solltest du dich erstmal ich weiß was im islam ich weiß was islam ist ich kann das aussprechen weil mein freund sogar sagt dass es nicht im koran steht ich käme ich weiß mehr davon islam als du sprich mal schahada aus das war das der finne schahada sehen sie dich nicht da fehlt doch das wichtigste das war ja richtige kamelurin die machen werbung für islam und er ist nicht mal er kann nicht mal die schahada aussprechen ich glaube ich glaube ja nicht an dieses zeug du musst ja aussprechen ja ich habe ja ausgesprochen wenn ich schon an sowas glaube wenn ich schon alle machen ich will das noch mal was redet ja machen wir noch mal machen wir noch okay mach noch mal ich mache nicht noch einmal warum er schämt sich jetzt dass das dass du noch mal lachst der schämt sich jetzt weil er das nicht kann haben ja ich schämt mich nicht so ganz einfach ist das ja okay aber zu wem betet denn jetzt am ende man darf nicht mehr also man muss das man muss beide teile aussprechen richtig ja und es gibt es kein gott außer allah ja okay also alle müssen sagen also alle müssen also alle die muslime werden wollen müssen sagen dass er sein sklave und diener ist okay ja wie hat denn moses zum beispiel die schahada ausgesprochen moses ist ja ein moslem davon habe ich nicht seine schade angehört die leute werden von morgens bis abends nur reingelegt von den muslimen das ist so ein trauriger zustand ist alle waren muslimen ja was macht was muss denn ein was muss denn jemand machen damit der muslim ist der muss die schahada aufsagen dann ist ein moslem ja wie hat denn jesus die schade ausgesprochen die leute sind so fertig in der bühne das kannst du dir nicht vorstellen das ist das wenn man alles klaut eine neue religion gründet unter keinem brach ja mich mach wenn du mich mach machst dann fliegt alles durch anhanden hallo gott segne dich und deine familie danke euch auch guck mal ich habe eine frage und ich sehe richtig aus wie ein prototyp moslem der gleiche nach syrien aufwandern natürlich liebt der jesus mich weil ich ihn ja auch liebe guck mal es ist nicht wichtig vor allem als anhänger jesu eine gemeinde aufzusuchen um gemeinschaft zu haben ja ich wollte fragen warum warum du meinst kirche sei nicht für dich ich kann verstehen dass man viele erfahrungen gemacht hat die einen so negativ prägen aber so warum hast du dich denn dafür entschieden keine gemeinde ich will mein teil möchte nicht in ein gebäude gehen wo zum beispiel bilder von maria jesus statuen hängen und alles mögliche und das auf mich sehr sehr komisch wirkt also ich bin du für deinen teil dahin gehst dann kannst du das machen auf gar keinen fall aber es gibt ja gebäude wo menschen zusammenkommen sich versammeln und zusammen jesus anbeten der jesus christus sagt ja wo zwei oder drei sich in meinem namen versammeln da bin ich mitten unter ihnen das kann auch draußen sein da ist ja auch mitten unter ihnen also aber zum beispiel sonntags ist hier der tag heute ist meine liebe wir brauchen also nicht unbedingt ein gebäude beispielsweise unsere geschwister die in nordkorea sind erkennst du das leid der geschwister in nordkorea das härteste land für christen siehst du die treffen sich im untergrund unter im hauskreis weil ist nicht möglich dass sie treffen sich und dann haben die gemeinschaft unsere armen brüder und dann haben und weiß was das krasse ist die haben gesagt wir machen uns viel lieber sorgen um die leute in europa weil sie in freiheit leben und nicht das wort gottes verbreiten heftig die sie sagen sie braucht euch keine sorgen um uns zu machen wir haben wir haben gott bei uns wir haben den herrn jesus christus bei uns also ist dein gemeinde gründen dein kirche erbauen ist praktisch was du hier auf tik tok machst also du bist ja jeder mit zwei drei ich komme hier auf tik tok um den leuten ins gespräch zu kommen außerhalb des tik tok kann man sich natürlich mit geschwistern treffen abend mal halten und miteinander gemeinschaft haben das was ich auf tik tok mache ist einfach nur eine größere reichweite aufbauen um meine islam aufklärung nach vorne zu treiben und die menschen zu jesus zu rufen das nennt man evangelisation genau du hast sehr sehr viel wissen und das ist echt gelehrt in dem ganzen also ich mach weiter so ja gott segne dich und deine familie mein lieb ich auch okay ciao ja das ist heftig ne also die leute wollen natürlich die eine oder andere sichtweise hier nicht begreifen aber muss sie halt aufklären so ist ja natürlich schon wir gemeinde haben unsere gemeinde versammlung nicht verlassen aber in der heutigen zeit mit diesen tausend verschiedenen denominationen die er in der hälfte leugnet die gottheit des herrn jesus die andere hälfte redet in zungen und macht diese kauderwelsch und treibt dämonen aus und zappelt auf dem boden und so weiter und so fort also bei diesem chaos da gehe ich doch nicht mehr in einer gemeinde vor allem du weißt du was passiert ist amir wo wir in einer gemeinde waren bis wir herausgefunden haben dass sie die gottheit des herrn jesus geleugnet haben und wir mit ihnen das brot gebrochen haben ja erzähl das mal wo ich den wo ich den 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 pastor da zur rede gestellt habe wo ich den das gefragt habe erzähl den leuten dass man die das noch nicht gehört haben ja genau also wir waren da in ganz normaler gemeinde und wir wussten ja nicht dass das die christenheit so also nicht wiedergeboren ist die masse die meisten und wir haben einfach gut gläubig haben ja genau wir gehen in eine gemeinde die christen die sind unsere geschwister und wir werden damit in gemeinschaft haben bis wir ernüchtert festgestellt haben nach ein zwei jahren dass diese leute gar nicht echt sind also die haben wir die gottheit jesu geleugnet da hatten die einen pastor eingestellt und diesen pastor haben die geliebt ja und dieser pastor war einer der zum beispiel gar nicht an die gottheit des herrn jesus geglaubt hat wir sind in der laudizeer phase der christenheit die endzeit christenheit und der herr jesus nennt ja selber lau warme laudizeer und deswegen möchte ich was der armier macht oder jeder andere unter den geschwistern ob die immer noch in solche gemeinden reingehen und mit den anderen geschwistern also mit den anderen sozusagen gemeinschaft haben das können die gerne machen ich für mich ich habe mich so verbrannt dass ich das nicht ein zweites mal mehr mache ich werde nie wieder mit jemandem brot brechen einfach so gut gläubig nur weil er weil das eine gemeinde ist und weil das sich um christen handeln soll anscheinend nein 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 diesen fehler werde ich kein zweites mal machen ich werde auf den herrn jesus hören der sagt dass die endzeit christenheit lau warme sind laudizeer und ich sondere mich ab so einfach ist es und das ist das ist das ende und bald endet ja auch die christenheit ja mit der entrückung ist dann das christentum vorbei das wahre christentum ja natürlich die laudizeer das laudizeer christentum geht weiter auch nach der entrückung aber also das wahre christentum die gemeinde jesu christi seine braut holte ab zur hochzeit und dann war es das hier mit dem christenheit hallo skorpione skorpione wie lange seid ihr wie lange bist du noch war du bist noch wach ist es geht geht ich muss auch schon gleich los ja ja also jetzt nicht direkt aber jetzt schon langsam sicher ich muss noch ein bisschen was einkaufen es wird zu spät ja ich meine so um 8 uhr 8 uhr 30 oder was dass wir wieder live kommen oder was ein paar stunden so später ja genau dann lasst uns das so machen ja dann treffen uns dann alle gleich wieder hier auf tiki toki ja genau tik tok tik tok tik tok die zeit rennt zur entrückung der countdown läuft tiktok 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 ja 8 uhr 8 uhr 8 uhr 30 so ungefähr ja jetzt machen wir das dann so ne da kann man ein paar sachen erledigen und dementsprechend dann uns später dann wieder treffen machen wir das so seid ihr dabei ja da sind wir dabei das ist frisch wollt ihr bonbons nein wollt ihr schokolade nein was wollt ihr denn sonst Hetzerei abu amir abu amir abu amir abu Hetzar abu Hetzar abu Hetzar ok machen wir das so ja gott segne euch und eure familie möge der jesus christus euch segnen behüten und beschützen danke dass ihr dabei wart wir sehen uns dann später ja gottes segen an alle vielen dank für alles und bis später danke dass du da warst bis später gott segne dich und deine familie gottes segen ciao